Sakura, Sakura, Hallo, Saku, Sakura, Hi, 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 Dankeschön für 8 Monate, Sakura. Servus. Kommt Sakura aus Österreich oder Bayern? Oder ist das Servus schon über den Grenzen hinweg? Hat es sich schon verbreitet? Besser ist es. Hallo Angel. Hallo Rubin. Rubin, Rubin. Ostallgäu, genauer gesagt. Okay, okay, okay. Sehr schön. Sehr gut. Halleluri. Bei Allgäu muss ich nur an immer, aber das ist, nee, Moment, Allgäu und Allberg ist wieder was anderes. Ich denke dann immer an Vor-Allberg. Das ist ja wieder was ganz anderes. It's calling me. Let's kill those. Ground. Hallo Brian. Hallo Max Tendo. Du kennst Schloss Neuschwanstein. 20 Minuten habe ich da hin. Und wahrscheinlich warst du erst einmal da. Oder? Nee, klar, da war ich auch schon einmal. War ich da schon mal? Ich muss da bestimmt schon mal gewesen sein. War ich da schon mal? Bestimmt. Hallo Fast Guy. Du bist aus dem Urlaub zurück? Hattest du gesagt, wo du warst? Bestimmt. Und ich habe es vergessen. Ich Arsch. Wo warst du? Erzähl uns mehr, wenn du Bock hast. Nee, schon öfter, weil ich im Kindergarten arbeite. Okay, das ist natürlich ein schöner Ausflug. Um den Kindern zu erzählen, wer da gewohnt hat. Ich weiß noch nicht mal, wer da gewohnt hat. Wer hat in Schloss Neuschwanstein gewohnt? Irgendeine Familie mit dem Namen Neuschwanstein. Hallo Mariko. Hallo Jason. Hallo Robinson Crusoe. Hallo. Habe ich Rocks und Feierhallo gesagt? Nein. Hallo. König Ludwig. Der König Ludwig. Habe ich gerade Surfer gemacht gegen Ente? Nee. Hallo Werzi. Ich musste gerade mein Trinken in der Dusche auffüllen. Weil ich gerne beim Trinken auffüllen nochmal kurz dusche. Es ist leicht warm. Man kann die Dusche nicht kalt stellen. Selbst auf minimalster Temperatur macht die Durchlaufdusche, steht da 30 Grad. Das heißt, ich könnte noch nicht mal so richtig eiskalt duschen mit der Dusche. Nicht, dass ich das will. Aber hartes Leben. Hallo Daniela. Hallo Anne. Ne, Rosa war gerade am Telefonieren und das Wasser ist so laut. Deswegen habe ich in der Dusche das Wasser aufgefüllt. Hallo Azrael. War anderthalb Wochen an der Ostsee und eine Woche lang war ich nur am Teich draußen angeln auf Carpador. Nice. Mein rechter Controller geht nicht. Mir geht es schon um einiges besser als die letzten Tage, aber es ist immer noch... Ich habe vor fünf Minuten gerade alle Nigiragi-Formen geholt wegen Event in Capu. Sehr gut. Das habe ich letzte Nacht um 1 Uhr morgens gemacht. Mir hat aber nur noch eine gefehlt, die nicht meine OT hatte. Warum? Achso. Mir hat nur noch das Gelbe gefehlt. Und das habe ich nachgeholt. Mein Controller jetzt. Du hattest gerade Radikal. Die Radikale Rottido. Aber wo? Das muss ja dann ein älteres Spiel sein, weil... Radfratzen nirgendwo vorkommt. Außer in BDSP. Oder Let's Go? Aber geil Rubin. Ich habe eben auch alle... Ich habe mir überlegt, ob ich auch nochmal alle mir hole, weil... Die, die ich habe, habe ich mit der OT leer. Aber ne. Wobei, vielleicht. Irgendwann, wenn mir langweilig ist. Weil ich habe... Wie lange habe ich wieder gebraucht? Nicht mal 60... Äh... Nagiragi? Wie heißen die? Nicht mal 6... Ich habe, glaube ich, 52 Sushimons gekillt und dann war schon eins orange. Es ist lange her, dass ich in einem Ausbruch war und 60 killen musste. Bis jetzt kamen sie immer, also die letzte Zeit. Aber die sind ja nochmal gepusht, ne. Es ist echt... Dass man über die 60 rausgeht. Wobei, ihr Schnitt ist, glaube ich, 120. Trotzdem. Nigi Ragi. Geht schnell auch ohne killen. Eben, ja. Aber... Warum... Also warum... Man kann, aber... Ja. Ich meine, mit der... Ich mache es ja mit der... Trans... Transzendenz? Wer ist das? Halt mit dieser... Mit der Fähigkeit. Und laufe da rum und kill die einfach. Und das geht sauschnell. Und ich steigere dadurch auch noch die Wahrscheinlichkeit, dass welche kommen. Bevor ich einfach nur rumstehe und warte und hin und her gehe oder resette, kann ich auch einfach kleine Sushis killen. Wie war dein Tag? Oh, mein Tag. Mein Tag war sowas von eventreich. Für mich. Ist bei euch was passiert, ich will gar nicht fragen. Aber Gen 6 schon fertig. Und bald kommt das Video. Gen 6 ist fertig. JJ, ich muss nicht mehr hingucken. Ich kenne euch alle durch euren Sound. Liegt's an mir oder seht ihr das auch? Warum freest du manchmal? Ich habe keine ausgelassenen Frames. Also dann freeze ich bei dir. Bei mir freeze ich nicht. Heavens, das ist bei dir. Gen 6 ist fertig. Ich muss nur noch Latias und Latios und Metagross irgendwie auf mein Oras-Spiel kriegen. Wahrscheinlich mache ich es durch Gen 5 nach oben. Das sind die letzten drei, die mir fehlen, die einen Megastein tragen dürfen. Auch wenn es natürlich nicht zum Origin-Dex fehlt. Es ist noch so ein bisschen zusätzlich, um jeden Megastein mit jedem Pokémon mal gehabt zu haben in einem Spiel. Und dann bin ich wirklich fertig. Aber ich habe alle Vivios. Ich habe alles. Jetzt muss ich nur noch das Video dazu machen. Aber das dauert noch. Mit dem Umzug und sowas. Aber ich glaube, ich werde das Video noch hier aufnehmen. Ich glaube, ich schreibe das Skript am Wochenende oder Anfang nächster Woche. Und dann nehme ich es schnell auf. Und dann schneiden tue ich es. Weil dieses Setter, was ich hinter mir und habe, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, in der neuen Wohnung so schnell wieder eins hinzukriegen, was mir gefällt. Deswegen nehme ich es lieber hier noch auf. Dann habe ich Zeit, den Raum neu einzurichten. Ich weiß, es gibt viele Leute, denen das Spaß macht. Happens ist einer davon. Ich verstehe es nicht. Also Z-Steine hat ja wohl gar nichts mit Origin Decks zu tun, weil es noch nicht mal irgendwas mit einer Form von einem Pokémon zu tun hat. Z-Steine sind ja wirklich nur competitive. Deswegen, ich glaube nicht. Und Gen 7 ist sowieso relativ lang. Und ich muss oft Gen 7 durchspielen. Wegen Sigat, Typ 0 und sowas. Und deswegen, ich sage mal nein. Aber es kann wieder sein, dass wir in Gen 7 so schnell fertig sind, dass ich sage, okay, ich brauche noch eine Herausforderung. Ich sammle alle Z-Steine. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht schwer, alle Z-Steine zu sammeln, oder? Ja, wir haben die Wohnung und ich war auch heute in der Wohnung. Ich habe die letzten Tage einige Kartons vollgepackt. Voll mit Büchern, DVDs, CDs. So alles, was wir sicher nicht brauchen im Moment. Und habe heute alle, also mein Auto wirklich hinter Sitze komplett runtergepackt. Und wirklich dieses komplette Auto auch neben mir Beifahrersitz war alles voll mit Boxen, sodass ich nicht mehr rausschauen konnte. Also wirklich Effizienz, ne? Mein Motto, Effizienz. Und bin einmal hingefahren, alles alleine ins Auto geräumt, alles alleine aus dem Auto in die Wohnung hochgeräumt. Zum Glück gibt es einen Aufzug. Also zumindest von der Garage ins Erdgeschoss. Wir sind ja Erdgeschoss, aber Garage, Erdgeschoss. Habe direkt einen Nachbarn kennengelernt. Netter, alter, dicker, kleiner Mann. Er sehr nett war, der mir helfen wollte. Habe gleich gesagt, nein, 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 nein. Die Kartons sind super schwer. Sie brauchen mir nicht helfen. Alles ist gut. Hat sich direkt vorgestellt. Ich habe natürlich den Namen vergessen. Irgendwas mit Bobby. Aber ich glaube nicht. Der hat nicht irisch geklungen. Und ich weiß, dass ein Amerikaner in dem Haus wohnt. Vielleicht war das der. Aber er hat auch nicht... Ich habe nicht... Ich war so hin und her und am... Mit meiner verstopften Nase. Er ist recht so... Und dann ist er auf einmal so nett und stellt sich vor. Ähm... Itako, hallo. Bin gespannt, wie ihr das mit dem Bett löst. Das habe ich mir heute auch nochmal angeschaut. Ey, uff. Das wird schwierig. Aber ich glaube, ich mache es so, wie ich es im Video gesagt habe. Ich zerlege das Bett. Ich mache die kleinen Teile alle in die Storage runter. In den Keller. Und dann die Matratze lehne ich gegen die Wand. Die ist echt dick, die Matratze, ey. Die ist locker... So dick, die Matratze. Also locker so 50 Zentimeter dick. Die ist... 50 Zentimeter ist ein halber Meter. Ja. Lass es 35 Zentimeter sein. Wärst du im Urlaub? Nein. Aber wie kommst du darauf? Und... Ja, stell dann die Matratze einfach gegen die Wand. Im besten Fall vor mich. Aber dann steht der Tisch extrem breit. Weil dann ist die Wand halt perfekt so schallabsorbierend für die Stimme und so. Mal schauen. Das wird echt das Nervigste an der ganzen Sache. Wenn die Matratze nicht wäre, wäre es kein Problem. 1, 2, 3, 4. Übrigens Itako. Neuer Film. Den ich geguckt habe. Den du nicht schauen musst. Cannibal Holocaust. Spaß dir. Ich wollte ihn unbedingt mal sehen. Der ist aus den 80ern. Das ist berühmt, der Film für... Dass er in jedem Land gebannt ist. Damals. Seit wann nimmt man ein Bett mit in den Urlaub? Genau. Aber ne. Schau den dir nicht an. Kann man sich sparen. Ich wollte ihn unbedingt mal sehen, weil er immer in die Geschichte eingegangen ist. Für seine Brutalität und seine Behind-the-Scenes-Sachen, die geschehen sind. Und Marketing und sowas. Aber. Ich brauche es ein bisschen, den gesehen zu haben. Weil da sind ein paar Sachen dabei, die ich nicht mehr aus meinem Kopf kriege. Und ich habe sogar bei den meisten Sachen die Hand davor gehalten und nicht hingeguckt. Und ich sage ganz schnell, warum. Dass du weißt, dass du ihn nicht anschauen sollst. Ich erzähle gar nicht noch viel mehr von der Wohnung und sowas, Leute. Itako und ich, wir müssen nur immer über Horrorfilme reden. Das geht nicht anders. Welcher Film? Cannibal Holocaust. Ein Film aus den 80ern. Von einem italienischen Filmemacher, der berühmt dafür ist, provokativ zu sein. Er ist, glaube ich, inzwischen 2022 gestorben oder sowas. Und der Film ist einer der ersten Found-Footage-Filme. Das heißt, es wirkt so, als ob der Film echt ist. Ist er aber nicht. Das Marketing war aber so. Naja, weswegen der Filmemacher sogar vor Gericht stand. Die Schauspieler hatten ein Jahr lang im Vertrag stehen, dass sie ein Jahr lang nicht irgendwo auftauchen dürfen. Woanders, um es zu verkaufen, dass sie tatsächlich in dem Film gestorben sind. Und dann wurde der Filmemacher verklagt, dass er die umgebracht hat. Und dann hat er gesagt, okay, Schauspieler kommt, kommt und dann sind sie gekommen. Dann hat er gesagt, sie leben noch. Also so krass war der Film, dass der verklagt wurde, weil alle wirklich dachten, die sind im Film gestorben. Aber es waren alles Schauspieler. Die ganzen Teile haben mich nicht gestört. Die ganzen Teile haben dafür gesorgt, dass ich dem Film trotzdem einen Stern von fünf gegeben habe. Weil es ist sehr realistisch gemacht und sehr cool. Und es ist wirklich verstörend, aber halt auf eine künstlerische Art. Das Problem ist, dass sie in dem Film acht Tiere umgebracht haben. Wirklich. Und in den 80ern war es noch relativ normal, dass man Tiere in den Film umbringt, weil da jeder einen Scheiß drauf gegeben hat. Inzwischen passiert es zum Glück nicht mehr so viel. Oder so gut wie gar nicht mehr. Und das habe ich gemerkt bei der allerersten Szene, als ein Tier umgebracht wurde. Und ich mir dachte, das sieht zu echt aus. Das stimmt was nicht. Und dann habe ich gegoogelt, in dem Film wurden acht Tiere umgebracht. Sieben sieht man, denn sie mussten zwei Affen nochmal umbringen. Oder nochmal einen Affen umbringen. Und als ich das dann wusste, dass sie die Tiere wirklich umgebracht haben, absichtlich, nicht als versehen oder sowas, sondern absichtlich, habe ich bei jeder Szene, wo ein Tier vorkam, sofort die Hand hingehalten und nicht hingeguckt. Weil wenn du weißt, dass es echt ist, vergiss es. Das heißt, die Szenen habe ich alle dann nicht angeschaut. Und das sind die, die auch wirklich schlimm sind und einfach abnormal, Boden, unverschämt. Deswegen kann ich diesen Film niemandem empfehlen. Und jeder, der diesem Film auch nur irgendwie fünf Sterne gibt, und davon gibt es verdammt viele Menschen, die sind einfach nur krank im Kopf. Weil du kannst einen Film nicht so mögen, wenn du weißt, dass da einfach eine wunderschöne Schildkröte einfach komplett... Deswegen, da habe ich zum Glück überall weggeguckt so. Aber das erste Tier habe ich gesehen, weil ich halt dachte, oh ja, wie in einem Film halt. Oder so, Moment, das sieht mir zu echt aus, was passiert hier? It's crazy, ja. Deswegen ist der Film auch... Der Film ist aber logischerweise nicht wegen den Tiertoden gebannt worden, sondern weil der Film allgemein so echt aussieht. Deswegen war der gebannt in allen Ländern, so gut wie. Inzwischen ist es aber natürlich, weil Zensur um einiges lockerer geworden ist, überall kannst du ihn anschauen. Der ist zur Zeit auf Shudder, Itaco, falls du Shudder noch hast. Aber wie gesagt, schau ihn nicht an. Eins, zwei, drei, vier. Hallo, Padeos. Wir wurden geradet von Padeos, I'm sorry. Ich war gerade mitten in dem Thema drin. Herzlich. Ihr seid zu einem richtig verstörenden Thema gerade gekommen. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Padeos, Dankeschön für elf Monate. Padeos ist Teil der Top 4. Intel kam noch nicht? Nee. Nee, 4392 ist auch erst Half-Otz, ne? Hallo, Raffi. JGamer, du bist ein Mild-Tank heute. BigTedikau. Vielen Dank für elf Monate und für den Raid. Habt ihr irgendwas Spannendes heute gemacht? Sieht man Intel leicht erst, wenn es erlöst wurde? Ey, das wird nicht erlöst. Ich fange es bloß. Erlösen tut man die Pokémon in Colosseum erst, wenn, äh, entweder mit der Celebi flöte oder wenn du halt extrem viel mit dem Pokémon kämpfst. Ich fange es bloß, es wird nicht erlöst. Daran liegt es nicht. Äh, Colosseum ist sehr komplex, was Shininess anbelangt. Ähm, kurz gesagt. Ich sehe erst die Shininess, wenn es in meinem Team ist, weil die Shininess verglichen wird mit meinem Charakter. Und wenn es beim Gegner ist, weil es ist ja nicht wild, es gehört ja dem anderen Trainer, wird die Shininess verglichen mit dem NPC. Deswegen, es kann für den NPC shiny sein. Und wenn ich es dann fange, wird es nochmal neu berechnet und dann kann es für mich nicht shiny sein. Es ist noch komplizierter als das, aber jetzt ganz grob gesagt, die Shininess wird definitiert durch den Trainer, der es gerade hat. Und deswegen muss ich es fangen und schauen, ob es shiny ist. Weil es erst dann shiny ist. Äh, Mariko, du bist ein Kapilz. Deswegen habe ich mir auch einen Meisterball gegeben, weil standardmäßig hat man im europäischen Colosseum, im japanischen hat man schon einen Meisterball. Deswegen habe ich moralisch gesehen kein Problem damit, mir einen Meisterball gegeben zu haben. Aber, ähm, in der europäischen Version hast du noch keinen Meisterball und müsstest es sogar versuchen, in einem Hyperball zu fangen. Wodurch aus einem 4 Minuten Reset natürlich locker ein 6, 7, 8 Minuten Reset werden kann. Da hatte ich aber keine Lust drauf. Es gibt Leute, die es wirklich mit dem Hyperball machen. Weil es natürlich Leute gibt, die eine shiny Hand so schwer wie möglich machen wollen. Ich gehöre nicht dazu. Eden Lake, habe ich noch nie gehört. Also nicht gut zum Anschauen. Also Ratte oder Affe, genau. Das erste war so eine, ähm, keine Ahnung, südamerikanische Ratte. Dann zwei Kapuzineräffchen. Und ich will gar nicht beschreiben, wie sie das gemacht haben da. Das ist, das, das, bei den Affen bin ich tatsächlich noch ein bisschen so okay. Weil die Story ist ja, also Cannibal Holocaust, die Story ist, dass sie bei, äh, ganz, ähm, rudimentären Tribes in Südamerika sind. Und die waren sogar echt. Also es waren echte Tribes. Und in einer Szene soll halt, soll halt, essen die alten Affen. Und das haben die halt wirklich gemacht. Das war nicht fake, aber, sondern der Tribe, oder die eine Person aus dem Tribe. Was ist Tribes? Tribe, äh, ein Volk. Ein, 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 ein Volk, was im Wald lebt. Keine Ahnung, wie sagt man, was ist Tribe? Tribe ist Volk auf Deutsch. Also, wie du es halt aus Filmen kennst, oder aus Dokumentationen, halt so, nur mit, ein Stamm, ein Stamm. Ureinwohner, Ureinwohner, Ureinwohner. Genau, und die essen halt Affen, tatsächlich. Ähm, und die haben halt das für den Film gemacht. Da sag ich noch, okay, die Ureinwohner essen sowieso den Affen, dann hat's wenigstens einen Sinn und eine Story. Und, und Authentizität. Aber alle anderen waren halt wirklich einfach nur für Spaß. Schlangen, Schildkröten, Schweine, Tarantel, da hab ich erst recht weggeguckt. Und Ratte und zwei Affen. Und eben nur zwei Affen, weil sie es beim ersten Mal hat's dem nicht gefallen, wie's aussah. Ja, das ist so krank. Eins, zwei, drei, vier. Lecker Affe, lecker... Mit einem Löffel, ne? Ich hab nicht hingeguckt, ich hab nicht hingeguckt. Das war schrecklich. In Usum ist die Chance 1 zu 1.365, dann geh ich nebenbei die Legis aus Ultrasonne. Hunten. Hatte der Gegner schon ein Shiny Entei? Ne. Also deswegen hab ich's nur grob gesagt. Es ist eben noch komplizierter. Ja, in dem Status, in dem Moment, wo wir gerade sind, kann der Gegner kein Shiny haben. Kolosseum funktioniert so, dass du... Oh, ups. Die Gegner haben... äh, Krypto-Pokémon, die man fangen kann. Ich fange die Pokémon vom Gegner, aber nur Krypto-Pokémon. Es sind, glaub ich, genau 40 Stück, die man in der europäischen Version fangen kann. 40 Pokémon. Es gibt ja keine wilden Pokémon. Und... Um sicherzugehen, dass man keine Pokémon verpasst, kann man, wenn man das Krypto-Pokémon nicht fängt in dem Kampf, es nicht schafft oder nicht will oder es vergisst, kann man immer, wenn man das Spiel durchgespielt hat, zu dem Trainer zurückkehren und es nochmal probieren. Also man kann quasi... Es gibt, glaub ich, so gut wie keine Krypto-Pokémon, die man verpassen kann. Weil ich bin ja hier, ist das Story-Spiel, ich bin hier bei dem Gegner. Und wenn ich jetzt den besiege, dann geht's weiter mit der Story. Aber später kann ich wieder gegen den hier kämpfen und dann hat er immer noch das Entei. Aber jetzt, wenn das Entei rausgeworfen wird, wie bei einem Roamer, wird definiert, was das für ein Entei ist. Und meine erste Kolosseumhand war ja Igelava. Und ich habe nach 20 Stunden bemerkt, dass jedes Igelava dauernd gleich ist. Das lag daran, dass ich eben gegen den Trainer gekämpft habe, nachdem ich ihn schon mal bekämpft hatte. Das heißt, das Igelava war die ganze Zeit das Gleiche. Weil jetzt definiert sich, was für ein Entei es wird. Deswegen muss man, immer wenn man das allererste Mal gegen den Trainer kämpft, das Pokémon Shiny resetten. Weil sonst ist es definiert, was es ist. Und eben im zweiten Kampf, also jetzt ist das Pokémon Shiny locked für den Gegner. Und im zweiten Kampf ist es Shiny locked für mich. Wenn es nicht Shiny ist. Ich könnte natürlich jetzt so lange warten, bis es für mich Shiny ist. Aber ich weiß eben erst, dass es Shiny ist, wenn ich es sehe. Deswegen, es geht gar nicht. Aber ja, wenn ich jetzt nicht das Entei fange, im zweiten Kampf kann es für den Gegner Shiny sein. Aber nicht für mich. Ich werde das natürlich alles in dem Video, wenn ich es habe, genauer erklären. Aber es ist sehr besonders. Deswegen finde ich es auch besonders cool, das hier zu machen. Aber da muss man erst mal durchsteigen. Und da zum Beispiel hat mir Oliver MKP wieder geholfen, weil sein Video dazu erklärt es perfekt halt. Nur war ich zu dumm und habe über eine Stelle irgendwie drüber geskippt, wo eben genau das erklärt wurde, dass beim zweiten Mal es Shiny locked ist und beim ersten Mal nur Shiny handbar ist. Lucky, du bist ein Ferkuli. Ah! Daniela, du vergisst es einzusetzen. Du setzt es heute gleich zum zweiten Mal ein. Ah! So, was habe ich verpasst? Anubis. Vielen, vielen Dank. Für fünf Monate. Dankeschön. Und Itaku habe ich vorhin gar nicht gesagt. Dankeschön für 20 Monate. Das kommt relativ gut an. Es ist keine Nummer 1 auf YouTube. YouTube sagt einem immer so nett, wie gut das Video abschneidet im Vergleich zu allem anderen. Aber es ist definitiv überdurchschnittlich gut. Aber es ist leider nicht Nummer 1. Aber es ist Nummer 3. Und die Kommentare sind auch alle nett. Und ich finde es ist auch gut geworden. Ich finde es spannend. Ich finde es lustig. Ich finde es interessant. Wie ist das Quiz gelaufen? Gestern? Vorgestern? Gestern. Gestern. Gut, ich bin wieder Zweiter geworden. Das ist immer so. Ich werde immer Mittelfeld. Wir waren zu dritt, also wurde ich Zweiter. Wenn wir zu acht sind, werde ich Vierter. Es ist einfach... Ich bin immer Mittelfeld. Und das ist okay. Ordinär. Das Intro war der Hammer. Dankeschön. Ich wollte noch ursprünglich auf die Rakete, die abhebt, so mein Gesicht draufpacken, wie ich es irgendwie so mache. War aber dann zu faul. So viel dazu, dass Leute sagen, ich bin Perfektionist. Nee. Überhaupt nicht. War zu faul. Ich war zu faul, den Greenscreen nochmal aufzumachen und mich zu filmen, wie ich... Oh. ...mache. Kason, du bist ein Kloptopus. Ein Imperfektionist. Jawohl. Wobei, das heißt ja, dass ich extra... Wobei? Prani, hallo. Du bist ein... Oh, wei. Shiny Dioxys fail. Was damit? Oh. Adios. Viel, viel, viel Erfolg. Viel Gesundheit. Wir haben seit Montag unser Arbeitszimmer renoviert. Seit einer Stunde ist mein PC wieder an. Ich bin so tot. Oh je, meine. Unser Arbeitszimmer. Seid ihr zu zweit in einem Zimmer am Arbeiten? Wand dazwischen bauen. Angel, du bist ein... Ladybar. Ladybar. Hab dich in Flos Video gesehen und muss sagen, die guten allen Frikadellen. Äh, das ist mir nicht peinlich. Das ist peinliches, wofür ich rausgeflogen bin. Wobei, das auch nicht. Für mich ist Giratina Unlicht. Unlicht Drache. Dass Giratina kein Unlicht Pokémon ist, damit kann ich... Also, damit kann ich leben, weil für mich ist es ein Unlicht Pokémon. Deswegen. Aber das ist natürlich das peinlichste gewesen. Dass ich mit Frikadelle durcheinander komme, ist auch vollkommen fein für mich. Weil ich komme aus Bayern, wo man nicht Frikadelle sagt. Und alle aus Bayern stimmen mir zu, dass Frikadelle wie Forelle klingt. Und für mich ist im ersten Impuls in meinem Gehirn immer, Frikadelle ist ein Fisch. Weil Frikadelle klingt wie ein fucking Fisch. Und natürlich sagt man, wo Frikadelle? Im Norden. Da, wo es die ganzen Fische gibt. Also, nee. Ich weiß natürlich, dass es eine Frikadelle gibt. Aber für mich ist es meinetwegen Bulette. Aber vor allem ist es für mich ein Fleischpflanzer. Und ich weiß natürlich, dass es eine Frikadelle gibt. Aber als er das gefragt hat, war in meinem Kopf Frikadelle. Fisch. Es gibt Räucherlachs. Aber es gibt keinen Fisch. Es gibt keinen so einen kleinen eingelegten Fisch, was für mich eine Frikadelle ist. Es gibt keinen so einen eingelegten Fisch. Also, nein. Gibt es nicht. Ich kenne alle Zutaten. In Kamosin und Popo gibt es nicht. Und dann so Frikadelle ist das Fleischpflanzer. Also, ah. Wenn es halt auf Schnelligkeit geht, dann werde ich jedes Mal sagen, dass es keine Frikadelle gibt. Weil das ist ein Fisch für mich, Frikadelle. Es ist sogar Fleischpflanzer eben. Warum nutzt der Gegner auf einem Screen die Pokémon in einer anderen Reihenfolge? Weil Kolosseum eins der, also vor allem für die alten Spiele, haben die Gegner eine sehr gute KI. Also, aber das ist ja tatsächlich hier nicht der Grund. Also die, erstmal, die Gegner haben in Kolosseum wirklich eine sehr gute KI, weswegen sie dich fertig machen. Also, die kämpfen wirklich sehr gut, sehr taktisch, machen dich fertig. Aber hinzu kommt auch, dass die einfach RNG machen. Es ist komplett random, welches Pokémon er am Anfang rausschmeißt. Er schmeißt nur nicht Entei als erstes raus, aber alle anderen schmeißt er raus, wie er möchte. Es ist auch random, wer von denen zuerst angreift. Und deswegen nehme ich ja Moorlord mit Surfer, weil es dann egal ist, wer Schutzschild macht. Weil bei dem Kampf ist das Gimmick quasi, oder die Schwierigkeit, dass immer einer von denen Schutzschild macht. Und dann macht er andere Erdbeben. Sodass er natürlich meine beiden Pokémon mit Erdbeben trifft, aber er trifft sein eigenes Pokémon nicht, weil das Schutzschild macht. Das ist die Taktik von dem Gegner. Und deswegen mache ich Surfer, wodurch aber immer eins von den Pokémon übrig bleibt, weil es Schutzschild macht. Aber wer Schutzschild macht, wer rausgeworfen wird, ist random. Deswegen kann ich den Kampf auch nicht so schnell gewinnen, weil ich nie beide treffe. Hallo Piktolator. Fleischküchle, das gibt es auch noch. Ja, das sagen das die Schwaben, wegen dem Le. Die Fleischküchle. Hallo Zerbrus. Redet ihr über das Quiz von Nestflow? Gerade eben, ja. Wegen Eleki, ich kann doch das Muster machen, davor speichere ich immer die Switch ein- und ausschalte, oder? Ist das jedes Mal ein neues Eleki? Was ist Eleki? Rudi, was ist Eleki? Meinst du Elekit? Weiß ich nicht, was du da meinst, wegen Form, Muster. Was ist ein Eleki? Eleki? Nicht blöd? Was ist Eleki? Ich wohne immer noch in Franken. Es kann ja trotzdem sein, dass du Fleischküchle sagst, weil du gerade Schwäbisch zitierst. Regi Eleki. Ah. Ich kann doch das Muster, achso, das Muster machen, davor speichere und immer die Switch ein- und ausschalten. Genau, entweder musst du sagen, was du lieber machst. Ich glaube, zeitlich ist Muster machen schneller. Aber wenn du keinen Bock hast, das Muster zu machen, kannst du es machen, speichern und immer wieder die Switch neu starten. Denn das Eleki wird definiert in dem Moment, wo du es ansprichst. Aber wenn du keinen Bock hast, die Switch an- und auszumachen oder das Spiel neu zu starten, dann flüchtest du. Muster, flüchten, Muster, flüchten, Muster. So habe ich es gemacht. Ich habe immer das Muster gemacht. Anders als ein Pokémon Smaragd. Naja, in Smaragd stehen sie einfach in der Höhle. Da kannst du auch davor speichern und einfach neu starten. Da gibt es ja kein Muster. Da wird auch definiert, was es für ein Shiny ist, wenn du es ansprichst. Also was es ist. Besiegen bringt nichts. Ja, aber wenn du es besiegst, ist es weg. Oder? Wenn du einen Legi besiegst, ist es erstmal weg. Dann kommt es nicht so schnell wieder. Wahrscheinlich gar nicht. Die Barschwar-Frage. Was war nochmal die Barschwar-Frage? Was? Hallo Itachi. Was war die Barschwar-Frage? Ne, wenn du ein legendäres Pokémon besiegst, ist es weg. Es kommt erst wieder in manchen Spielen, wenn du die Top 4 nochmal besiegst. Und ich glaube auch nur einmal. Aber es kommt aufs Spiel darauf an, wie das funktioniert. Aber ne, wenn ich mich vor Choraidon stelle. In Gen 9. Und ich besiege es. Ich glaube, dann ist es für immer weg. Oder? Ne, dann ist es dasselbe wie Flüchten. Nur bei den Regis. Ernsthaft? Ich kann die Regis killen? Ernsthaft? Ich kann die Regis killen und sie sind wieder da? Ich meine, wenn du schneller killst, als flüchtest. Wegen den Aufgaben von Pony. Ach, muss man die? Ich dachte, man muss die nur finden für Peony heißt er. Ich dachte, man muss die nur finden für Peony. Muss man die gefangen haben? Okay, dann macht es Sinn, dass die immer wieder kommen, damit man die Quest nicht fehlt. Das ist ja dumm. Das ist voll komisch. Ist das nicht seltsam, dass einfach in diesem Stein quasi unendlich viele Regielikis drin sind? Wobei, sie gehen ja nur K.O. Arceus belebt sie einfach wieder. Wegen Arsch im Wort Barsch war. Ja, ich wusste das. Aber das war so ein Beispiel von wegen... Also die Frage war, glaube ich... Richtig oder falsch? Ist in Gen 5... Barsch war... Also irgendwo ist es gebannt, weil du wegen Arsch es nicht benutzen kannst. Wegen dem Wort. Und es war richtig und ich habe gesagt falsch. Aber nur, weil es wie eine Fangfrage klang. Und ich kannte dieses Problem. Aber ich wusste nicht mehr, ob der Witz daran war, dass es eben nicht gebannt ist. Man hätte sollen sein. Oder dass es gebannt ist und alle es lustig finden. Deswegen. Es ist so ein Ding, du weißt es, aber du weißt nicht mehr das Detail, was von beidem. Weil beides kann ja irgendwie lustig sein. Gen 4, glaube ich, war es. Ich dachte, Barsch war es Gen 5. Ach, nee. Ach, Barsch war. Ich dachte gerade an Barschuft. Mit Barschuft wäre das gleiche aber, ne? Barschuft. Barsch war es Gen 3, 4, 5. Ja, okay. Ab 3. Zerbrus sagt 5. Ich glaube, es war Barschuft und nicht Barschwa. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Schau, ich habe es. Aber ich weiß jetzt. Aber das werde ich jetzt nicht vergessen. Das ist auf jeden Fall. Ja. Das war das Problem. Oder vielleicht war die Fangfrage, dass es eben in irgendeiner Gen war das so. aber nicht in der, in der er es gesagt hat. Venusau. Genau. Nur ist Venusau halt Englisch und Sau Deutsch. Pokémon Kolosseum. Welche Bewertung Leo? Bewertung Leo von Leopold. Ich gebe 3 Leos von 5 Leopolds. Herr Kolosseum ist großartig. Bewertung. Was willst du für eine Bewertung? Jeder Pokémon Fan muss mal Kolosseum gespielt haben. Und das sage selbst ich, der nicht gerne kämpft. Denn Kolosseum besteht, wie der Name schon sagt, nur aus Kämpfen. Aber hat eine geile erwachsene Story, die jedes Pokémon Spiel verdient hätte. Und erst mit Kamesino und Popo haben wir wieder ein bisschen eine erwachsene Story bekommen. Aber bei den Vorentwicklungen ist es doch das gleiche. Oder Bulbasaur, Ivasaur. Das ist schön Scarlight, aber das sind alles die englischen Namen von dem Pokémon. Warum sollte man denn das Wort... Erstmal, warum sollte man das Wort Sau überhaupt zensieren? Sau ist kein Schimpfwort. Also, du kannst es so wie alles zu einem Schimpfwort machen. Du Sau. Und außerdem ist es kein Schimpfwort in der englischen Sprache. Und Bisasam heißt nicht Bulbasaur in Deutschland. Die Frage ist, könntest du dein deutsches Bisasam-Bulbasaur nennen? Aber wegen Sau ist es sowieso überhaupt keine Diskussion. Aber könntest du... Könntest du dein englisches Barschwar-Barschwar nennen? Ja, um das ging es ja, dass man Englische nicht tauschen konnte wegen Sau. Ernsthaft war das so? Dann sag, erzählst du mir gerade etwas, was ich nicht wusste. Koronospa bleibt ja auch im Palast oben stehen. Oder wenn du es aus Versehen besiegst. Ja, es ist traurig. Wie storybedingt viele Pokémon inzwischen sind. Sau ist ein weibliches Schwein, aber Arsch ist eigentlich ein Hinterteil. Ja, und Bitch ist auch nur ein kleiner Hund. Nee, Bitch ist ein weiblicher Hund. War das bei Barschwar nicht auch? Darum geht's, ja! Das Ganze hat angefangen wegen Barschwar. Muss man trotz Modded 3DS einen japanischen 3DS haben oder kann man das umgehen? Was willst du denn machen? Soweit ich weiß, hast du deinen Satz so angefangen. Du musst mir sagen, was du machen willst. Achso, du willst einfach einen japanischen 3DS haben. Vivillon, okay. Du kannst anscheinend, wenn du einfach googelst, 3DS Modding Region Change. Gibt's auch auf der offiziellen Modding-Seite vom 3DS, gibt's eine Anleitung dazu. Der kannst du folgen. Aber auch da steht eben am Anfang, Achtung, Achtung! Schwierig! Achtung, Achtung! Du kannst den Online-Service nicht mehr benutzen. Ist jetzt nicht so schlimm. Achtung, Achtung! Du kannst deine DS dadurch bricken. Achtung, Achtung! Du kannst es vielleicht nicht mehr rückgängig machen. Und so weiter. Deswegen habe ich mir einen japanischen und amerikanischen DS gekauft. Aber, ja, es ist technisch möglich, aus jedem DS jede andere Region zu machen. Scheint aber nicht das Einfachste zu sein. Dann lasse ich das doch lieber. Schau dir erst mal an, die Anleitung. Vielleicht sagst du ja, oh, ist ja nicht so schwer. Hallo, Wut! Wenn ich kein Video drüber machen würde, hätte ich mir sicher nicht zwei DS gekauft. Sondern hätte ich irgendeinen anderen Weg gefunden. Und hätte es vielleicht probiert. Aber wir haben jemanden, vielleicht kommt die Person wieder und erzählt uns davon, wenn sie es wirklich macht. Wir haben jemanden, die Person hat mehrere DS und hat gesagt, sie probiert es mit einem. Und wenn der DS kaputt geht dabei, ist es auch egal. Weil ich kenne halt niemanden, der das bisher erfolgreich gemacht hat und gesagt hat, hey, it's easy. Frag nicht Brian. Brian cheatet sich einfach die Pokémon rein. Also, wenn du cheaten willst, dann cheat einfach. Du kannst dir ein Vivillon einfach geben. Programmier dir einfach ein Vivillon ins Spiel und dann hast du dein Vivillon. Aber wir reden hier immer, wie fängst du tatsächlich... Wie fängst du tatsächlich ein Pokémon? Brian möchte nur immer Aufmerksamkeit dafür haben, dass er cheatet. Ich weiß nicht, warum, Brian, du das immer so gerne sagst. So, hey, ja, ich mach das so. Ich weiß, ihr mögt das alle nicht. Aber hier, ich erzähl's euch trotzdem. Warum erzählst du etwas, wo du genau weißt, dass wir dich nicht unbedingt dafür loben werden? Wie ist das Wetter bei dir? Der Sommer hier ist so kacke, wie ich es noch nie in fünf Jahren hier erlebt habe. Es ist wirklich eine Frechheit. Es ist relativ warm. Aber ich glaube, ich habe seit drei Wochen keine Sonne mehr gesehen. Unser Wäschekorb... Ich hab das so verkackt hier gerade. Unser Wäschekorb ist so voll, weil ich will keine Wäsche machen, die ich nicht raushängen kann. Brr? Ja, genau, ist auch immer meine Reaktion. Alles, was Brian schreibt, meine Reaktion ist Brr. Drink, drink, drink. Hallo, Wut. Das würde ja auch in Kapo gehen. In Kapo habe ich ja auch alle Viviors gefangen. Dazu habe ich ja auch ein Video gemacht. Schau dir mein Video an, gib auf YouTube ein, Leos meint... Brr. Leos meint Vivior. Und dann findest du mein Kapo-Video zu Vivior. Und da gibt es ein paar Websites, die habe ich benutzt. Und da hatte ich Glück und habe jemanden gekriegt als Freund, der zum Beispiel im Irak lebt. Oder sowas. Wie legit das ist, keine Ahnung, ob die Person dann Geocaching oder wie das heißt. Nicht Caching, aber als du halt die Location geändert hast, keine Ahnung, aber es geht halt um die Postkarte. Das ist halt jemand finden. Aber du kannst es halt nicht wissen, woher die kommen, wirklich. Es gibt einfach Leute, die vielleicht das Geld nicht haben oder es nicht ausgeben wollen. Nur weil ich es gesehen habe, dass es so geht, heißt es nicht, dass ich es so mache. Du hast oft genug schon gesagt, dass du es machst und dass du damit kein Problem siehst. Und das ist auch vollkommen okay. Und ich sage auch nicht, dass ihr es alle mit Geld so wie ich machen sollt und legit machen sollt. Ich mache mich nur darüber lustig, dass du immer stolz darauf bist, dass du einen Cheat-Weg gefunden hast. Ich mache mich nur lustig über dich. Alles ist gut. Wenn du offen zugibst, dass du cheatest, und es ist wirklich Cheaten, und das sagst du ja selber auch, dann musst du einfach damit rechnen, dass ich dich verarsche. Das ist der Preis dafür. Wenn ich cheate und ich es euch erzähle, dürft ihr mich auch verarschen. Das macht ihr auch. Als ihr gesehen habt, wie ich die Anzieh mir geholt habe, weil es keinen anderen Weg gibt, ja, was musste ich hier lesen an gemeinen Sachen, die ihr geschrieben habt. Saugemein. Wenn man beispielsweise ein japanisches Vivillon oder so hat und es züchtet zu was, wird es eigentlich zu dem, wo du das Ei hergestellt hast. Wenn du ein japanisches Vivillon hast, dann wird, also und es züchtest in einem deutschen Spiel oder in einer deutschen Region oder Postkarte oder was auch immer, hast du ein Ei produziert in Deutschland und somit schlüpft das deutsche Muster aus. Du kannst, du musst in der Region sein, in dem Moment, wo du das Pokémon fängst, züchtest, was auch immer. Zurecht, scheiß Cheater. PKSM ist aber legit. Ich meine, die Eventseite bei PKSM ist genauso legit wie ein DNS-Glitch. Nur DNS-Glitch hört sich halt legiter an. Weil es ein Glitch ist. Aber es ist kein Glitch. Es ist nur ein schöner Name. So wie dein Fion. Mein Fion? Was machen wir mit meinem Fion? Ich erinnere mich nicht mehr. Was habe ich mit Fion gemacht? Fion vor allem? Mein Shiny Fion im vierten Ei? Das war legit. Ewigstein geht auch nicht. Ne, habe ich auch probiert. Ewigstein geht nicht bei Vivillon. Darke sollte man eigentlich denken, das geht. Weil Ewigsteine die Form quasi speichern. Oder halt festlegen. Oder halt fixieren. Aber bei Vivillon geht das nicht. Zumindest nicht in Kamesin und Popo. Ich habe es nicht mit dem Ewigstein in X probiert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht geht. Weil dann gäbe es bestimmt Leute, die das schon erwähnt hätten. Aber wenn es warm ist, trocknet die Wäsche doch auch ohne Sonne. Ja, aber ich will nicht alle zehn Minuten rausgehen, um die Wäsche reinzuholen, weil es dauernd nieselt. Wenn Wolken hier sind, heißt es auch, dass da auch Regen rauskommt. Vorhin, als ich die ganzen Koffer, äh, die ganzen Boxen ins Auto getragen habe, was passiert? Natürlich regnet es. Dann ist es wieder vorbei. Okay, Brian, dann ist aber die Regel, wenn du weißt, dass es Cheaten ist, und wenn du weißt, dass das für mich Cheaten ist, dann will ich nicht mehr, dass du das in meinem Chat erwähnst. Ist das so schwer? Ich verstehe nicht, dass du das nicht von Haus aus verstehst. Wenn ich weiß, dass es nur den einen Weg gibt, dann werde ich den auch so sagen. Aber solange ich weiß, dass es nicht Cheater-Wege gibt, werde ich nie den Cheat-Weg erklären. Weil deswegen sind die Leute nicht hier. Wir machen keine Tutorials für Cheaten, wir machen Tutorials für, wie schafft man es so legit wie möglich. Aber du kannst gerne deinen eigenen Discord machen und dort den Leuten von PKSM und PKHacks erzählen. Aber weißt du was? Das kennen die ganzen Leute schon. Die Leute sind hier, um zu wissen, was der schwerste Weg ist. Dann schreibe ich den Leuten dann privat? Okay. Dann nervt die Leute privat. Welches Fion? Leon seine Legit-Chinese, die er erscheinlicherweise immer offline bekommt? Ich mache immer Videos davon, solange es geht. Ich mache immer Videos davon. Aber ja, selbst ein Video kann natürlich... Muss nichts heißen. Aber wenn du immer ohne uns zockst und fündig wirst, musst du damit rechnen, dass wir dich verarschen. Das ist vollkommen okay, ich verarsche mich ja selber. Dass dieses Grammocles offline kommt, das war auch wieder so ein Witz einfach, oder? Ich bin ja nur sauer. Ich bin doch nicht sauer, dass es offline kommt. Ich bin sauer, wenn ich nicht den kompletten Prozess aufgezeichnet habe. So wie bei Grammocles. Bei Deoxys habe ich ja alles aufgezeichnet. Aber Grammocles habe ich in dem Moment nicht aufgezeichnet. Warum? Ich wollte einfach nur ein stinknormales Grammocles fangen. Und auf einmal war das allererste Shiny. Also, da bin ich sauer auf mich. Schön wäre es natürlich, wenn es live kommen würde. Ist wie Rabauts, oder nicht? Rabauts? Rabauts entwickelt sich, je nachdem, ob es mehr Angriff, mehr Verteidigung oder gleicher Angriff, gleiche Verteidigung hat. Was hat Rabauts mit... Also, Rabauts kannst du nicht mit Vivi auch vergleichen. Du kannst Vivi auch vielleicht mit Dumiesel und Zwiebs vergleichen. Weil quasi das, was daraus wird, ist im Code versteckt. Du siehst es nicht, bis du es entwickelst. Warum bin ich aufgezeichnet? Und ja, exakt gleiches Beispiel. Ich habe einfach nur ein... Ein Trassler, glaube ich, fangen wollen. Oder ein Eneko. Für, ähm... Das andere Geschlecht und so. Äh, wie heißt das? Schambolzen. Also noch ein weiteres, weil eins hatten wir ja im Stream gefangen. Dann wollte ich noch ein anderes für das andere Geschlecht fangen. Aber ich glaube, es war Trassler, was ich gesucht habe. Und dann kam einfach ein Wumpel. Und ich habe auch einfach so hier liegend auf dem DS gespielt. Und auf einmal war ein Shiny Wumpel da. Und dann bin ich halt so... Cool. Was soll ich denn da machen? Und dann konnte ich ja noch nicht mal, weil das war auf dem DS Lite, glaube ich. Und dann konnte ich noch nicht mal den Prozess des Fangens aufnehmen, weil es auf dem DS Lite war. Und ich kann ja nicht einfach die Cartridge raustun und in den GB Operator stecken oder sonst irgendwas. Also musste ich es fangen und konnte nur einen Screenshot davon machen. Die Probleme, ne? Aber es ist vollkommen okay. Ihr könnt mich gerne verarschen, wenn ich die Sachen immer nicht im Stream finde. Was war das Letzte, was ich im Stream gefunden habe? Hm. Lugia. Bei einem Ampax hast du mit Henni gefilmt. Wieso nicht da? Du hast vollkommen recht, weil ich nicht dran gedacht habe. Ich habe nicht dran gedacht einfach. Das Wumpel war da. Ich war so, oh mein Gott, was ist das? So eine Kacke. Wie geil. Kacke, aber wie geil. Und dann... Du kennst es doch. Das ist schon Shiny Folie und denkst dir, okay, ich ist zu schnell. Wie schnell es geht, fangen, bevor irgendwie was kaputt geht, der DS ausgeht oder irgendwas. Du willst doch immer so schnell es geht, es lösen. Ne, das letzte Shiny kann nicht e-cognito gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Funktioniert Schambolzen eigentlich auch noch in Kapu? Ne. So gut wie keine Fähigkeit. Ich glaube, nicht mal so gut wie. Keine Fähigkeit, glaube ich. Sagt mir eine Fähigkeit, die in Kapu außerhalb des Kampfes wirkt. Keine. Oder? Es wurde komplett abgeschafft. Weil es keinen Sinn mehr macht mit dem... Also, man könnte es schon machen, aber all das, was Fähigkeiten... Ja, Schambolzen haben sie nicht... Keine Alternative für. Aber alles andere kannst du halt durch Sandwiches machen. Aber es gibt kein Geschlechter-Sandwich. Hallo, Verox. Flammkörper. Flammkörper gilt. Recht hast du. Recht hast du. Flammkörper, Magma-Panzer. Okay, okay, okay. Aber sonst? Das haben sie extra zählen lassen für die Eier. Aber sonst? Was gibt es alles? Statik, Magnet, irgendwas, dass mehr Elektro-Pokémon kommen. Schambolzen. Adlerauge. Irgendwie so Sachen. Erleuchtung. Nee. Ich weiß nicht, was Erleuchtung macht, aber... Eigentlich... 1, 2, 3, 4... Ich habe gerade Post aus China erhalten. Hat nur 13 Tage gedauert. Es kommt echt drauf an, mit was die das schicken, glaube ich. Wie viel Geld die ausgeben wollen. Ich habe ja auch... Äh, das... Was war das? Der Adapter von Inside Gadgets. Das ist Australien. War nach einer Woche da. Und das... Der Gameboy aus Japan hat drei Wochen gebraucht. Also... Australien ist eigentlich weiter weg. Mein Magnifier liegt noch um einem Zoll. Was ist ein Magnifier? Was ist ein Magnifier? Meinst du eine Lupe? Erleuchtung geht? Was macht Erleuchtung? Ich weiß, dass sich diese Frage nervt, aber ich freue mich mega auf das Gen 6 Video. Du bist ja echt jetzt fertig mit dem Projekt und deshalb frage ich. Da ist keine Frage, denn Sneezy. Nicht mal ein Fragezeichen. Die Frage ist wohl, wann kommt das Gen 6 Video? Weiß ich nicht. Einen Monat. Drei Wochen. Eher einen Monat, glaube ich. Wegen Umzug. Ich versuche das Video zu schreiben und nächste Woche aufzunehmen. Und dann ziehe ich um. Das heißt, ich habe gar kein Setup ein paar Tage lang. Und muss mich um Sachen kümmern. Und dann ist der Prozess des Schneidens sowieso der aufwendigste. Also ich glaube, frühestens in einem Monat, ehrlich gesagt. Mehr wilde Pokémon in der Umgebung? Oh, das glaube ich nicht, dass das geht. Ich glaube, Erleuchtung geht nicht. Sollen wir nachschauen? Wir müssen doch hier klüger rauskommen, als wir reingekommen sind. Dankeschön, Swebo. Hallo, Swebo. Itosia. Senpai. Nein, Foxtails. Hallo, hallo, hallo. Dankeschön. Was gab es beim Swebo? Suppressor. Du bist ein Eisenhals. Spätestens steht bei der Fähigkeit. Mir ist mir nicht übel. Aber ich factchecke dich jetzt. Erleuchtung. PokéWiki. Man muss aber PokéWiki auch nicht alles glauben. Für mich macht es nur keinen Sinn. Besitzt ein Pokémon an der Spitze des Teams Erleuchtung, verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit, auf ein wildes Pokémon zu treffen. Okay, wo steht, dass das wirkt in Gen 9? Ich weiß, genau genommen steht da nicht, wirkt nicht mehr in Gen 9. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zu Scharmbolzen gehen, glaube ich, steht das auch nicht. Und Scharmbolzen wirkt 100% nicht. Bei Scharmbolzen steht auch nicht, in welcher Gen es wirkt und in welcher nicht. Ich glaube, PokéWiki hat es einfach nicht aktualisiert bisher, weil es niemand interessiert. Genau genommen sollte da stehen, dass... Aber vielleicht gibt es auch einen allgemeinen Artikel, das Fähigkeiten... Ich bin mir sehr sicher, dass Erleuchtung nicht funktioniert außerhalb des Kampfes in Gen 9. Weil die Regel in... Die Regel in Gen 9 ist, dass zu jeder Zeit 15 Pokémon auftauchen. Solange sie halt... Solange welche da sein können. Also solange du da wo bist, wo halt so viele Pokémon auftauchen können. Und was eigentlich überall ist. Also solange du an einem Punkt stehst, wo Pokémon kommen können, kommen 15 Pokémon. Mehr können nicht kommen. Und Erleuchtung ändert daran nichts, weil... Was soll daran geändert werden? 30? Nein, geht nicht. 15 ist Max. Kann man Links schicken? Ja. Das Pokémon erhält die Umgebung, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, will die Pokémon zu begegnen. Das Pokémon erhält die Umgebung und er findet dadurch, dass seine Genauigkeit gesenkt wird, steht unser Kapu. Okay. Auf der Website war ich gerade, Janik. Das habe ich doch hier daraus vorgelesen. Das Pokémon erhält die Umgebung, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, wilde Pokémon zu begegnen. Das Pokémon erhält die Umgebung und verhindert dadurch, dass seine Genauigkeit gesenkt wird. Achso. Das Pokémon erhält die Umgebung, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt. Vor Version 1.3.2. Hast du mal mit dem... Hast du mal mit dem Mauszeiger draufgehabert? Aber das ist interessant. Das heißt, es ging mal. Vielleicht ging es rein code-technisch... Ach, das war Scarlight. Sorry. Vielleicht ging es... Rein code-technisch... Und dann haben sie gemerkt, yo, wir können eh nicht mehr als 15 Pokémon abbilden und es werden immer 15 Pokémon abgebildet, solange du da stehst. Also machen wir es raus. Ich habe mir beim Lesen meiner Frage gerade fast beide Beine gebrochen. Du meinst deiner Aussage, aber es war keine Frage. Auf jeden Fall, wenn du mit dem Mauszeiger drüber hauverst, steht, dass es seit einem Update nicht mehr geht. Aber es ist schon komisch, dass es dann mal ging. Vor Version 1.3.2. Ich weiß nicht, bei welcher Version wir inzwischen sind. Und dann, das Pokémon erhält die Umgebung und verhindert dadurch, dass seine Genauigkeit gesenkt wird. Ab Version 1.3.2. Es kann halt sein, weil es ist ja einfach nur der Text. Es ist nur der Text, der da geschrieben steht. Und es kann einfach sein, dass denen aufgefallen ist, so, hey, Moment, die Fähigkeit wirkt gar nicht außerhalb des Kampfes, also müssen wir den Text ändern. Und das heißt einfach nur, dass sie ab 1.3.2 den Text geändert haben. So glaube ich. Ich glaube, es hat noch nie außerhalb des Kampfes gewirkt. Aber sie haben den Text dann angepasst, sodass das stimmt. Weil es macht keinen Sinn. Es erscheinen nicht mehr Pokémon, wenn du Erleuchtung hast. Weil es können nur 15 Pokémon erscheinen. Und schneller können sie nicht erscheinen, weil sie erscheinen so langsam, weil die, weil das schlecht gecodet ist, weil das geladen werden muss, Pokémon. Wenn es die Switch 25 wäre, dann würden die Pokémon wahrscheinlich alle einfach da sein. 15 Stück zu jeder Zeit, wo du rumläufst. Aber es geht halt nicht. Beziehungsweise es werden dann 50 Stück und nicht nur 15. Das ist ja alles eine Limitierung vom System. Deswegen finde ich, macht es keinen Sinn, dass Erleuchtung überhaupt geht. Synchro. Synchro ging auch schon in BDSP nicht mehr. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass Synchro war das, dass du das gleiche Wesen hast, wie das, was Synchro hat. Sehr sicher, dass das in Kabu nicht geht. Aber BDSP dachte ich eigentlich schon, dass das noch geht. Aber das können wir auch mal vergleichen mit PokéWiki. Ob die das da hingeschrieben haben. Weil Synchro ist eine sehr beliebte Fähigkeit. Oh Gott, das ist so lang außerhalb des Kampfes. Ab Pokémon Schwert und Schild führt ein Pokémon mit Synchro in der Spitze aus eigenem Team dazu, dass wilde Pokémon zu 100% dasselbe Wesen wie Synchro haben. Dies gilt jedoch nicht mehr für Pokémon, die dem Spieler geschenkt werden. Außerdem kann das Wesen der legendären Pokémon nicht durch Synchro beeinflusst werden. Ab Pokémon Oras. Geheimgeschehen. Quersteiger. Also in der Beschreibung steht es nicht drin. Von Kabu. Ab Pokémon Smaragd. Also hier auch bei PokéWiki steht nicht drin, dass Synchro irgendwann abgeschafft wurde. Ich glaube, PokéWiki aktualisiert es nicht, weil PokéWiki einfach von der Information ausgeht, dass allgemeine Fähigkeiten nicht mehr außerhalb des Kampfes funktionieren. Aber es ist trotzdem inkonsequent, weil Flammkörper geht ja. Synchro ging noch in Kapu. Sicher. Ich kann mit... Also wenn es seit Schwert und Schild 100% ist, dann heißt das ja, dass wenn ich mit einem milden Synchro-Pokémon rumlaufe, dass alle Pokémon um mich herum mild sind. BDSP meinst du? Okay, BDSP glaube ich dir sofort, weil es ja ein Remake ist. Aber Kapu? Kann ich mir nicht vorstellen, dass alle Pokémon um mich herum, die aufploppen, mild sind. Kann man angeln in Kapu? Nein. Gibt keine Angel. Was ich schade finde. Ich finde, angeln sollte man immer können. Genauso wie es immer Fossilien geben sollte. Kann man bitte jemand sagen, wo Shiggy in Let's Go Evoli spawned? Genau, oben, da wo Bill ist. Gerade Asuria City hoch und dann auf der... Queren. Aber ist es nicht Glumanda? Kommt der nicht Glumanda? Sicher, dass da Shiggy kommt? Also Glumanda wird da eigentlich an dir gegeben. In Orania City wird dir Shiggy gegeben. Vertania Wald ist Bisasam. Seh ich schon im Insel. Du hast ausprobiert, Synchro geht nicht. Ja. Auch da hat Pokewicki das nicht drinstehen. Ich weiß, dass Bisasam Vertania Wald ist. Okay. 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 Weißt du, was ich dann mach? Shiggy. Pokewicki. Mensch, Leute. This is how you google. Route 24 und 25. Und Seeschauminsel. 24, 25 Seeschauminsel. Warum ist oben links kein Pokeball? Eishöhle gibt es nicht in Let's Go. Du meinst die Seeschauminsel. Und da ist kein Eis in der Seeschauminsel. Ich würde das nicht Eishöhle nennen. Ich glaube, man wird in keinem Spiel mehr angeln können, das rauskommt. Ich meine, es macht ja auch irgendwie Sinn, weil die Zukunft von Pokémon ist, dass Pokémon einfach rumlaufen. Deswegen, ich meine, Schwert und Schild war es ja so gemischt. Was ich eigentlich immer noch cool finde, ein paar gibt es, die sich halt im Gras wirklich verstecken können, vor allem kleine Pokémon. Und ein paar gibt es, die sich halt nicht mehr verstecken können. Und im Wasser finde ich halt auch, kann sich ein Pokémon super unter Wasser verstecken. Ich fände es sehr logisch, wenn es immer noch Pokémon gäbe, die man nicht sieht. Das fand ich sehr cool an Schwert und Schild. Was es eher halt wird, ist, dass du siehst die Pokémon unter dem Wasser, so als Schatten, Spiegelung oder sonst irgendwas, und du musst eine Angel benutzen und musst dann tatsächlich angeln. Japanische Spiele lieben ja Angeln. Final Fantasy, Ocarina of Time, Zelda allgemein. Hat nicht jedes RPG inzwischen eine Angelfunktion? Elder Scrolls, Final Fantasy XIV. Und so ist auch ein Pokémon dann, dass du tatsächlich so ein kleines Angelspiel, Minispiel hast, wo du dann wirklich die Angel wirfst. Ich meine, das hat man ja schon in Ocarina of Time in den 90ern gemacht. Du wirfst eine Angel auf einen Schatten, der da sich bewegt, und dann beißt es an und du musst es reinziehen. Und umso krasser das Pokémon ist, desto schwerer ist es. So ein Walreiser, so ein Vylord. Das kann ich mir schon vorstellen, dass Angeln so wieder zurückkommt. Aber dass du einfach angelst und random beißt irgendwas an, gibt es halt allgemein nicht mehr, weil es keine unsichtbaren Encounter mehr gibt. Außer wir kriegen ein Remake. In Gen 5 Remake müsste man auf jeden Fall noch angeln können. Angel ist mega, solange es virtuell ist. Ich habe viel zu wenig in meinem Leben geangelt in Pokémon. Ich habe sehr viel in Final Fantasy geangelt. Ich bin gespannt, ob Gen 10 Overworld oder normal ist jetzt. Wie meinst du das? Warum sollte Gen 10 keine Overworld-Spawns mehr haben? Ich glaube, sie gehen einen Schritt zurück. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Die Allgemeinheit liebt es, dass die Pokémon draußen rumlaufen. Und ehrlich gesagt, wir lieben es auch alle. Weil es so viel cooler ist, wenn das Spiel flüssiger laufen würde. Ich sage halt, solange das Spiel nicht perfekt flüssig läuft, in 60 Frames und die Pokémon in Fülle auf da sind, ohne aufzuploppen, ohne irgendwie wegzublitschen oder sowas, solange das nicht geht, können sie gerne wie in Legends Arceus Instanzen machen. Tschüss. Mann, meine Nase juckt so. Wäre doch schön, in den neuen Pokémon-Spielen wieder tauchen zu können. Das kann ich mir vorstellen, dass in der nächsten Gen man nicht nur surfen kann auf dem Wasser, sondern auch wieder tauchen. Das habe ich mir auch schon so ein bisschen von Koraidon und Miraidon erhofft, dass man irgendwann, aber ne, die Switch wird explodieren, dass man irgendwann halt wirklich, weil wenn du extrem von weit oben runterspringst, ist ja Koraidon wirklich unter Wasser. Und du schaffst es nie, unter Wasser zu gucken. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du dann so einen Knopf drückst und du lernst tauchen mit deinem Reitier und dann tauchst du wirklich unten und unten sind dann Libiskus und Perlus und sowas. So wie halt in Gen 3. Jemand denkt an dich, wenn die Nase juckt. Boah, die juckt so sehr. Ich schneuze mich. Boah, die juckt so sehr. Weiß nie sie. Äh, Gesundheit? Nein. Jedes Mal, wenn jemand sagt, ich hätte den shiny Sound gerne wieder zurück, bin ich sehr böse auf die Person. Es ist gar leid, ich bin sehr böse auf dich. Erklär mir, warum du den shiny Sound zurück möchtest. Ihr sagt mal, wenn die Brust juckt, gibt's Schnee? Warum? Hallo, Eichhorn-Brater. Danke, Nein, Foxtails. Ja, das ist ein ehrlicher Grund, ne? Und deswegen, ja, kann ich euch nicht respektieren, wenn ihr sowas sagt. Weil das ist der wahre Grund. Und das ist traurig. Ich will den shiny Sound auch zurück, bin faul, kenne nicht jedes shiny, will's hören. Das ist doch traurig. Gebt es doch zu. Weil es viele Mons gibt, die du nicht erkennst. Ja, ihr wollt alle, dass das Leben euch einfach die Limonade schenkt, anstatt euch Zitronen zu geben. Nehmt doch die Zitronen und macht aus der Zitrone Limonade, anstatt, dass ihr einfach mit einem Glas da steht und sagt, Arceus, bitte, gib Limonade, bitte. Und ihr einfach da steht und wartet, dass die Limonade in eurem Maul, nicht mal Glas, einfach glow golden shower. Ihr macht einfach euren Mund auf und wartet, dass Arceus rein pisst. Sind wir jetzt drei Analogien zu weit weg? Ich nuckel nicht an der Zitrone rum, weißt du, wie bitter die ist? Analogie, man. Metapher. Bin zwar auch für geschenkte Limonaden, aber shiny Sound macht das Hunting kaputt. Ich meine, ich bin auch für geschenkte Limonade im Leben. Es ist schön, wenn einem Sachen einfach gegeben wird, wenn man Glück hat und so weiter. Aber shiny Hunting, ich meine, ich liebe shiny Hunting in Legends Arceus. Natürlich. Aber wenn es der Standard geworden wäre, stellt euch vor, in Kapu hättest du einen Schiller Sound. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr shiny Hunting noch einfacher haben wollt. Ich kann euch das nicht glauben. Dann seid ihr keine shiny Hunter. Es kann nicht sein, dass ihr shiny Hunting noch einfacher haben wollt. Ja, doch. Okay, dann nehmt wirklich PK Hacks. Wisst ihr was? Nehmt PK Hacks, denn das ist das Einfachste. Und ihr wollt ja anscheinend den einfachsten Weg. Ihr wollt eine 1 zu 1 Shiny Rate. Bro, du hast beim Intro in mit dem Raumschiff nicht deinen Kopf in das Raumschiff gemacht. Ja, und das ist keine Analogie. faul. Ich bin trotzdem ins All gereist. Also. Gestern wurden mir shiny Raichus, Pikas und Peaches hinterher geschmissen. Ja, ich bin happy, dass ich endlich einen Alola Raichu habe. Aber wisst ihr, wie ich noch mehr happy wäre, wenn ich irgendwann mich rangesetzt hätte und in Let's Go oder wahrscheinlich eher in Usum mir einen Alola Raichu tatsächlich gehandelt hätte. Jetzt habe ich einen Alola Raichu, was mir null bedeutet. Und jetzt stellt euch vor, ihr fliegt über so einen Ausbruch drüber mit einer 1 zu 100 Wahrscheinlichkeit, dass da ein Alola Raichu ist und dann macht es auch noch Bling. Ihr würdet das Spiel gar nicht mehr hören, so viel Bling würde es machen die ganze Zeit. Jacques, du bist ein äh, Myriador, oder? Als Bezweeps hätte ich schon gerne einen Hinweis, ich sehe das shiny einfach nicht. Dann mach es doch so wie ich und stell einfach die Sättigung von deinem Bildschirm auf maximal. Dann siehst du den Unterschied zwischen blau und braun besser. Also bitte, ich habe mir meine 54 Shiny Alola Raichu auch erarbeitet. Warum hast du 54? Ich sage, Zweeps ist eins der coolsten Shinies, weil es hat eine Idee dahinter. Es sieht cool aus in Shiny und es macht die Hand umso besonderer, dass man es kaum sieht. Genau wie Knarrebohren. Sowas wie Elekit ist dumm, weil das ist einfach die gleiche Farbe und du hast einfach den Farbton um 1% verändert. Das ist einfach dumm, da ist keine Idee dahinter. Das ist wirklich dumm. Aber Pokémon, die tatsächlich einen Unterschied haben, ist, ist, ist geil. Vor allem, wenn er umso kleiner ist. Weil dann musst du halt wirklich shiny handen. Du musst deine Augen benutzen, um ein Pokémon zu finden, das anders aussieht. Hey! Aber nein, wir wollen einfach nur ein Shiny Sound und blind über die Map fliegen. Shame on you! Shame on you! Ich habe mir schwer getan mit Shiny Wommel. Ich musste am TV spielen, was ich absolut nicht erkennen konnte. Dann solltet ihr alle mal zum Augenarzt. Wommel ist rosa. Warum siehst du nicht den Unterschied zwischen gelb und rosa? Auf zum Augenarzt! Oder das Item wird shiny, das Pokémon aber nicht. Wo ist das? Bei Koal- 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 Leo, ich bin sehbehindert. Das tut mir leid. Das ist natürlich blöd dann. Ich weiß, es gibt... Dafür ist ein Shiny Sound tatsächlich hilfreich. Wenn du sagst, hey, ich habe eine Art von Farben, Blindheit und so weiter, ist halt wirklich asozial dann schwer, ein Shiny zu sehen. Selbstverständlich. Ich darf auch mal was erkennen. Selbstverständlich, wenn du das wirklich... wenn du wirklich Schwierigkeiten hast, was zu erkennen, du weißt, dass ich auch hauptsächlich Spaß mache, ne? Ich hoffe, du nimmst das nicht persönlich, was ich hier sage. Aber selbstverständlich, für die Leute ist es wirklich blöd. Aber ich rede halt allgemein über Shiny Hunting. Und Shiny Hunting hat was damit zu tun, dass man Farben unterscheidet. Dann bringt ja das Shiny auch nix. Das ist gemein, Hudi, das ist gemein. Das meinst du auch nicht so. Gemein, gemein, gemein. Auch das Shiny bringt auch was, wenn du es nicht gut erkennst. Weil man hat es gesucht und gefunden. Raichu ist sehr auffällig, ja? Aber ich habe unterschätzt, also es ist schon sehr auffällig. Aber Raichu an sich ist schon, also Alola Raichu ist schon echt schön knusprig. Der Hammer von Gran Forgita. Ja, das stimmt. Gran Forgita. Poallelu. Ja. Was ich ja cool gefunden hätte, ich glaube, das ist nicht ganz der Fall. Weil Gran Forgita ist ja bekannt dafür, dass sie Kramor jagen. und mit dem Hammer zerschmettern. Und Kramor ist ja ein Stahl-Pokémon. Das heißt, was man ja vermutet ist, dass der Hammer aus toten Kramors gemacht ist. Das heißt, Shiny Gran Forgita, der Hammer wäre aus Shiny Kramors. Das ist aber nicht der Fall. Kramor ist halt schwarz. Da passt es noch. Aber dann wird er halt extrem silber. Aber der Hammer wird braun. Aber das wäre halt geil. Wenn die Farbe vom Hammer von Shiny Kramor wäre. Aber ist es nicht. Deswegen, ja, es verändert sich echt nur der Hammer. Also die Shinies sind nicht anders geboren, sondern sie bauen sich ihren Hammer anders. Ja, fast kein Shiny so frech wie Knaborn und dabei war er so geiles Potenzial. Nein, da bin ich so nicht eurer Meinung. Es gibt sehr viele Pokémon, die frecher sind als Knaborn. Wie nur um 1% verschoben. Wenn ich in Photoshop gehe und ich lade ein Elicit rein, dann mache ich einfach bei dem einen Regler 1% mehr und ich habe einen Shiny. Und das ist eine Frechheit. Das ist langweilig. Da ist keine Kreativität dahinter, keine Lore dahinter, gar nichts. Aber wenn Knaborn rote Augen hat und dann blaue Augen bekommt, dann ist das ein immenser Unterschied. Weil es ist rot und blau. Komplett gegenseitige Farben. Nur weil es klein ist, ist es doch es ist doch kein es ist doch nicht langweilig. Aber es gibt sehr viele Shinies, die natürlich krasse aussehen könnten. Aber dann weißt du, nicht alles kann geil sein. Aber dann ist nichts mehr geil. Du brauchst Kacke, damit du Gold hast. Aber es ist klein. Ja und? Ich hatte auch null Problem Knaborn zu erkennen. Weil wenn du den einmal nur in die Augen schaust, siehst du einfach diese blaue Flamme. Es ist ja nicht wie Gierspens. Und Gierspens sieht man auch. Aber Gierspens ist auch so eins, wo man sagt, äh. Bei Monetigo geht's wieder, weil da sind die Linien wirklich grün. Also es ist wirklich anders. Aber Gierspens ist halt echt einfach nur grauer. Heller. Das ist halt langweilig. Aber solange es wirklich ein Element gibt, was eine ganz andere Farbe hat, bin ich voll, sag ich voll nice, gut gemacht. Für die älteren Leute ist es nicht einfach. Ja dann get good, man! Was soll man denn da sagen? Wir müssen Shinies einführen, die jeder sieht. Wir müssen einfach Shinies einführen, damit jeder Mensch auf der Welt auf den ersten Blick sie sofort sieht. Damit jeder die gleichen Chancen hat. Hä? Das können wir doch nicht machen. Ich mag keine grünen Shinies. Ich finde die einfach nicht schön. Kommt drauf an. Es gibt auch ein paar grüne, die schön sind. Aber Traunfugil ist zum Beispiel hässlich. Nidoranrei ist halt cool mit den gegensätzlichen Farben. Ja, wenn sie es durchgezogen hätten. Aber apropos grün, Nidoqueen ist grün. Uch. Messi oder Rinaldo? Deine Mutter. Hast du nicht gestern erst gefragt, ob ich Fußball mag? Und dann habe ich definitiv vehementen Nein gesagt. und jetzt sagst du Messi oder Ronaldo? Geh doch mal in den Fußball-Chat und leb deinen Fußball-Drang aus, Max. Ja? Ja. Scherox ist ein geiles grünes Shiny. Exakt. Vor allem seit Gen 9, weil es dann einfach wirklich Metallern ist. Wunderschön. Und die Antwort ist immer Manuel Neuer. Das ist auch richtig. Ich hatte auch kein Problem Knabbern zu erkennen. Das Problem war eher, dass es überhaupt auftaucht. Ja, vor allem braucht man drei. Ich habe zwei relativ schnell gefunden. Das dritte hat ewig gedauert. Slimog ist ein okayes Shiny, weil das Grün ist halt so ein schmutziges Grün und es passt zu Slimog. Aber schön ist immer schwer zu sagen bei Slimog. Methenu mit der Schale. Bestes Shiny. Paldea Tauros. Bei Paldea Tauros bin ich hin und her, weil ich mag Shiny Paldea Tauros, weil man sieht es. Das Problem ist eher, kam es in den Purpur und die Grafik oder die Kacke, dass manchmal Pokémon einfach nass aussehen und dann bist du halt im Arsch. Weil sie alle so komisch dunkel leuchten. Aber Tauros an sich ist halt so gräulich und wenn es halt dann Shiny ist, ist es halt so wirklich so pechschwarz und es sieht so geil aus. Graudon Graudon und Kai Oga sind für mich zu Neon. Das passt nicht zu diesen Ur-Tieren einfach, diese seit tausenden Jahren auf dem Planeten und so. Das war Ironie? Okay, gut. Ich kann schon sehen, dass man Graudon schön findet. Aber ich finde, es passt nicht zum Pokémon einfach. Meinetwegen können Pokémon gerne Neon sein, aber nicht ein Urzeittier aus dem Vulkan. Es ist kriminell, es ist kriminell, dass man Unheils-Pokémon nicht shiny hatten kann. Es ist wirklich kriminell. Als das Spiel rauskam, habe ich mich da so darauf gefreut, dass ich sie das erste Mal gefangen habe und dann kamen langsam die Datamines und ich saß ja wirklich hier und habe mich so zu Tode geärgert. Das ist eine Unverschämtheit. Weil man dann auf einmal gemerkt hat, Moment mal, es gibt nichts, was du resetten kannst in diesem Spiel. In der Primalform ist es schwarz. Echt mega Proto-Graudan ist schwarz? Kann sein. 4, 4, 4! Ganz schlimme Zahl in China. 4 ist eine Unglückszahl. Deswegen gibt es keinen vierten Stock in China. So wie es in Europa oft den 13 nicht gibt. Aber ich glaube, es wird auch immer mehr abgeschafft, oder? dieser 13. Stock oder hingeschafft. Er war ja abgeschafft. Du hast alle drei Sushis und alle sind weiblich. Mädelsushi. Frauensushi. Efoserb. Efoserb, ja, ist schon immer noch grüner, aber es ist eher bläulich. Efoserb ist geil. Oder alle drei halt das Shiny. Sianas. Sianas Shiny ist nicht mehr schön, leider. Sigat. Sigat ist ein cooler Shiny. Da passt es. Oder? Weil es ist so eine Schlange, die von dunkelgrün, schwarzgrün zu weißgrün wird. Da passt es. Am Hirplex ist jetzt nicht so das schöne Shiny. Es ist jetzt nicht so Kai Oga wird auch schwarz. Shiny Bennett in Mega. Shiny Bennett in Mega ist allgemein geil. Dieser Reißverschluss und so ist so gut. Relikat hat auch ein sehr schönes Shiny. Ja, dieses Türkis Blau mit dem roten Punkt. Das habe ich noch nicht. Man braucht ja auch zwei. Hallo, ich bin in Pokémon Popo ein Shiny Aloha Raichu gefangen und es Pancake genannt wegen dem Anime. Heißt in dem Anime ein Raichu Aloha Pancake? Ich habe den nie gesehen. Aber es passt, die Farben passen zu einem Pancake. Rosa Ring in Shiny? Ja, auch nicht so schön, ne? Das sind alles so keine Ahnung, so Farben, die einfach auch also Pokémon sind ja wilde Tiere. Und ich finde es einfach komisch, wenn die Farbe nicht zum Tier passt. Ich meine, warum sollte ein riesiger Braunbär grün werden? Es ist einfach so, ich habe das Gefühl, wenn so ein Jäger durch den Wald stapft und dann ist das so braun, braun, alles braun. Auf einmal so neon grün. Uff, tot. Wobei, ein Wald ist auch sehr grün. Eigentlich ist es sehr gut versteckt in einem Wald, wenn es grün ist. Ein riesiges Gummibärchen, genau. Ja, Mega, Mega Gardevoir ist auch geil in Shiny, weil das ist auch schwarz. Ursa Luna ist, ja, Ursa Luna hat dann wieder eine richtig geile Shiny-Farbe, weil es einfach so rötlich wird. Richtig gut. Glauchzelot ist cool. Ich mag Glauchzelot Shiny nicht so gern. Es ist kein super hässliches Gelb, aber es ist halt auch kein Gold. Also, Vostelka ist Gold oder was ist noch Gold? Deoxys, ne? Arcus, äh, ist auch nicht so Gold. Stalus ist Gold. Aber Lauchzelot ist dann so, hm, weiß nicht. Despotar? Was wird Despotar? Wird Despotar nicht einfach heller? Rolok ist auch wieder ein Pokémon, wo der Gegenstand Shiny wird und nicht das Pokémon. Wir haben jetzt schon drei. Koaleloo, Grand Forgita oder die ganze Reihe und Rolok. Der Scarabeus, da ist der Körper dann golden. Aber Rolok ist einfach die Kacke. Was, warum? Man könnte sagen, es ist seine eigene Kacke, aber es wäre sehr untypisch, weil diese Tiere eigentlich nicht ihre eigene Kacke transportieren. Golden Go? Sankabu? Warum? Sankabu wird komplett schwarz. Klefki? Wenn der ganz... Hallo? Korrelai ist auch der Körper, der blau wird. Es gibt bestimmt noch mehr Pokémon, wo nur ein Gegenstand shiny wird. Knattertox? Ja, du zählst gerade Gegenstände auf. Knattertox an sich... Okay, Knattertox wird Gold, falls wir noch bei Gold sind. Ich meine, gibt es noch mehr Pokémon, wo nur der Gegenstand ein Gegenstand im Besitz des Pokémon? Pokémon. So wie wenn bei Lauchzelot nur der Stab gelb werden würde und nicht Lauchzelot selber. So wie bei Koalilu, Gran Fogita und Roluk. Roluk ist eigentlich das Extremste Beispiel. Bei Koalilu kannst du noch sagen, okay, das ist halt wirklich sein, sein Kissen, sein Baum. Bei Gran Fogita kannst du noch sagen, okay, es hat selber diesen Hammer gebaut. Aber Roluk hat einfach die goldene Kacke von jemand anderem geklaut. Meistergriff hat nicht ist komplett anders. Gen 9 hat keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich. Doch schon mal was von Ferkuli gehört. Das ist das einzige glaube ich. ich glaube deswegen sind ja auch Albino Tiere so selten, weil die wahrscheinlich sofort eben von der Welt ausgemerzt werden, weil die Feinde es einfach sofort sehen. Wenn du so ein Rabe bist, der einfach weiß ist, dann kommen Adler und tschüss. Ja, bei Meistergriff genau, bei Meistergriff bleibt der Stein gleich. Es gibt viele Pokémon, wo die Gegenstände gleich bleiben. Lauchzlott hat glaube ich immer noch eine weiße Lanze und keine goldene. Praktibalk hat wahrscheinlich auch immer noch zwei Meister, hat Praktibalk irgendwas? Doch, Praktibalk hat einen riesigen Balken über dem Kopf. 4, 4, 4, 8 schaffen wir heute 4, 5, 0, 0. Oder Jäger erschießen deswegen Trophäe, ja, genau. So wie wir Shiny handen als Trophäe, aber wir töten es nicht, denn Pokémon sind unsterblich. Wir kämpfen nur mit ihnen in Haarenkämpfen und verdienen Geld dadurch. Eigentlich sollte ich mal so eine Kampagne starten, dass Competitive bei Pokémon komplett abgeschafft wird, weil es Pokémon feindlich ist. Und so gehen wir sicher, dass keine Pokémon Spiele mehr Competitive haben. Ich mache einfach mit bei Peter. Nur wir machen es richtig. Wir machen jedem zu einem Sammler anstatt zu einem VGA-er Entei. Ja, ich meine, es sieht aus wie, das ist glaube ich so eine Diskussion wie, ist Maschocks Gürtel ein Gegenstand oder ist es Teil von Pokémon und es sieht nur aus wie ein Gegenstand. Tragen Giotesto und das andere tatsächlich einen weißen Kittel, einen weißen Dojo Umhang oder sind die Teil von Pokémon? Das ist also die Diskussion. Also bei Entei würde ich definitiv sagen, es ist keine tatsächliche Maske, die du absetzen kannst. Aber es wäre immer lustig, wenn im Anime auf einmal so die Maske abgenommen würde und darunter ist so ein kleines Pudelgesicht. Aber bei Entei würde ich sagen, es ist definitiv Teil vom also ich würde mal sagen, wenn dem eine Zacke abbricht, Entei, dann kommt da Blut raus. Würde ich so sagen. Aber ich glaube, du könntest, wenn du Lust dazu hast und du weißt, dass Maschok mindestens 18 Jahre alt ist, dann könntest du Maschok glaube ich die Hose ausziehen. Granforgita hatten wir schon, ja, das sind bisher haben wir nur drei Pokémon, wo nur der Gegenstand shiny wird. Oder Nokchan mit dem Handschuh, ja, hat Nokchan Hände oder ist der, ja, ich mag das ja allgemein nicht so, ich finde es einiges cooler, wenn es zum Beispiel wie bei Liberlo ist, Liberlo ist eindeutig ein Fußballer und es sieht so aus, als er Fußball Schuhe und halt so Knie Socken an, aber du siehst halt, dass es Teil vom Pokémon ist, dass es das Muster vom Fell ist, Machchok hat einfach nur einen Gürtel an, den du definitiv ausziehen kannst und wenn nicht, seltsam. Ich stelle mir das immer so lustig vor, wie Machcholo entwickelt sich. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe mich auf Wochen dafür vorbereitet, dann renne ich so mit dem Gürtel hin zu dem leuchtenden Machcholo, Machcholo renne ich so hin und dann steigt dieses kleine Machcholo so in den Gürtel rein und dann ist es ein Machchok, was nicht nackt ist, weil der Trainer rechtzeitig den Gürtel gebracht hat, sonst würde Machchok einfach da komplett nackt stehen. Knapfel? Uh, das ist gut, Knapfel. Dann aber auch, ah ne, ja, Knapfel. Knapfel ist definitiv eins von den Gegenstandsdingern, weil der Apfel an sich wird nicht shiny, äh, der Drache wird nicht shiny, aber der Apfel. Vier, okay. Dann ist es aber auch Mordjar. Bei Fatality ist es, ist der Geist die Tasse und die wird rosa. Bei Mordjar ist der Geist die Flüssigkeit, aber die, die Tasse wird shiny. Das heißt, wir haben fünf Mordjar und Knapfel. Fünf Pokémon schon, wo das Pokémon an sich nicht die Farbe ändert. Finden wir zehn Pokémon? Wie fandest du den dritten Pokémon Movie? Ich habe nur den allerersten gesehen, als ich acht Jahre alt war. Ich habe nie einen Pokémon Film gesehen. Nogchan sollte Hände haben, da es Boxhandschuhe trägt. Ja, aber hast du jemals Nogchan ohne Boxhandschuhe gesehen? Wer sagt, dass die Boxhandschuhe nicht angewachsen sind? Es sieht so aus, als ob es Boxhandschuhe sind. Aber vielleicht ist das alles organisches Material. Und ihm wachsen dann zwei neue Arme. Mach schon mal. Selbst fürs Handeln und Sammeln würde es dagegen sprechen, Tiere zu besitzen. Ja, Tiere besitzen, Haustiere. Ist jetzt nicht so schlimm, wie die tatsächlich zu trainieren und gegeneinander kämpfen. zu lassen. Pokémon bleiben ja im Pokéball drin, freiwillig. Die werden ja nicht gezwungen. Das ist die Lore. Ein Pokémon bleibt erst im Pokéball drin, wenn du würdig bist. Und es entscheidet sich dafür, in deinem Ball drin zu bleiben. Anders ist es bei Team Rocket und mit Krypto und was nicht alles. Die werden gezwungen. Böse. Aber das Sammeln von Pokémon scheint mir jetzt nicht sehr asozial zu sein, weil die alle sich dafür entscheiden, mit mir zu kommen. Mimigma. Oh, Mimigma. Die Sache ist, wir wissen nicht, ob Mimigma nicht auch seine Farbe ändert. Ja, ein Meisterball. Oh, jetzt kommt er mit Meisterball. Ja, ich glaube eher, dass das Pokémon sagt, boah, der hat einen Meisterball, der hat einiges durchgemacht, der kann nur cool sein, also bleibe ich drin. Es ist nicht der Meisterball, der das Pokémon zwingt, sondern der Meisterball ist einfach ein Statussymbol, was jedes Pokémon davon überzeugt, dass ich einfach der Beste bin. Bei Jo ging er auch nicht rein. Haha, stimmt. Was meinst du mit Jo? Schau, bester Beweis. Jo hat sich den Meisterball nicht verdient und das hat äh, Therapagos geschnüffelt. Ähm, vor Gericht. Wir haben gewonnen. Die wissen aber nicht, dass sie auf Home versauern werden. Ja, wer sagt, dass die in Home nicht alle die größte Party haben? Vielleicht ist es der Himmel da. Warum muss ich dann 30 verschiedene Bälle drauf werfen, die es erleichtern, spezielle Typen zu fangen? Das ist alles so wie Meisterball. Das ist alles, um das Pokémon zu überzeugen, dass ich ein ein wertvoller Hunter bin. Dass ich weiß, von was ich rede. Jo ist ein Argument. Das, was Prani sagt, ist schon besser, weil warum sollte es dann verschiedene Bälle geben? Man könnte sagen, weil die Bälle das Pokémon überzeugen, weil der Ball zu dem Pokémon passt. Sowas wie Tauchball, Netzball und sowas. Aber sowas wie Flottball, da wird es dann schon schwieriger, warum das das Pokémon freiwillig überzeugen sollte. Welches ist das Innere angenehmer? Das Innere geht auch wieder, ja, okay, eben, ja. Aber was ist mit dem Flottball dann? Was soll an dem angenehmer sein, nur weil er schneller funktioniert? Das ist einfach beeindruckt, so. Er ist so schnell. Gladiantri. Was ist mit Gladiantri? Das ist blau. Flottball sieht gut aus, Grund genug. Okay. Es kann sein, dass Pokémon von dem Optischen begeistert sind. Das können aber nicht viele sein. Gladiantri ist ein schönes Shiny. Das ist korrekt, ja. 94 und 124. In der Rüstung. Es ist halt auch die, also Gladiantri ist auch eine gute Frage. Trägt Gladiantri Cesurion sowas, was ist das? Trägt das eine Rüstung? Oder ich würde sagen, bei Gladiantri würde ich sagen, das ist angewachsen, das trägt keine Rüstung. Das ist wirklich angewachsen. So wie, ich meine, würdest du sagen, Turtok hat sich ein Panzer angezogen? Nein. Turtok ist eine Schildkröte. Der Panzer ist, der Schildkröte ist ja auch organisch verbunden mit seinem Panzer. Und ich glaube, Cesurio ist auch organisch verbunden. Gengar und Rosanna oder was? Das sieht tatsächlich cool aus. Knet nieder von meinem Spukball. Ich meine, Spukball. Das ist ein cooles Rogar Gengsana. Muss ja angewachsen sein, da sich die Rüstung mitentwickelt und verändert. Ja, es kann, ja eben. Ich würde auch davon ausgehen, dass jedes Pokémon das so aussieht, als hätte es etwas am Körper, dass das organisch angewachsen ist. Aber schwer ist es halt wirklich bei Jui Testo, Macho Mai, Nocchan. Wie hast du eigentlich herausgefunden, wie man Cesurio entwickelt? Dataminer. Also ich glaube, am Anfang waren es Leute, die es ausprobiert haben. Und am Anfang war es noch so, das Pokémon muss das Abzeichen, das Band tragen. Nein, du musst nicht das Band tragen, sondern der Gegner muss das Band tragen. Nein, es müssen fünf sein, nein, es müssen vier sein. Da war noch eine Phase, wo Leute es wirklich einfach ausprobiert haben und herausgefunden haben. Und dann wurde es bestätigt durch Dataminer, wie es exakt funktioniert. Aber was ja ewig gedauert hat, war Delfinator. Und ich weiß nicht, am Ende haben das nicht Dataminer herausgefunden, Sondern wirklich drei Wochen lang haben einfach Pokémon-Fans alles probiert, wie man, oder es waren nur zwei Wochen, glaube ich. Wobei, man wusste es, glaube ich, dann, als es rauskam. Vielleicht war es auch nur eine Woche. Aber die haben ja wirklich, das war richtig anstrengend, die haben sauviel versucht, bis sie irgendwann herausgefunden haben, wie man Delfinate entwickelt. Weil es die Entwicklung von Galar Makabaya in den Schatten stellt. Ich weiß nicht, wie das damals war, wie lange es gedauert hat, bis Leute Galar Makabaya herausgefunden haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass Galar Makabaya, dass es da einen Hinweis gibt im Pokédex oder irgendwo in einem Haus, in einem Buch oder sowas. Aber für Delfinator gab es halt Null Hinweise. Nirgendjemand irgendwo hat gesagt, was man machen muss. Und es ist ja auch noch nicht mal logisch. Ich meine, warum sollte er sich entwickeln, wenn man mit jemand anderem zusammen in der Welt ist? Also, es passt noch nicht mal zu dem Superman-Motto. Hätte man ohne Dataminer Miloetta gefunden? Ich weiß nicht, wer immer zuerst das rausfindet, aber Miloetta, ich meine, das DLC kam raus und die Leute haben Miloetta gefunden. Und wie es funktioniert, haben auch Leute rausgefunden, nicht Dataminer. Ich glaube nicht, dass das Dataminer rausgefunden haben. Vermiebst wegen der Kleidung? Ne, also Vermiebst ist eindeutig, die haben keine T-Shirts oder Hosen an, sondern das ist einfach nur das Fell, was eine andere Farbe hat. Das ist kein Donald Duck, der einen Matrosenanzug trägt, sondern das ist einfach nur das Fell, was eine andere Farbe hat an einer Stelle. Das ist kein Noc-Chan oder so. Wer das rausfindet, ist für mich kein Mensch. Aber wenn du es zurückblickst, ist es komplett logisch und es gibt genug Leute, die die Pokémon-Lore auswendig kennen. Und so wie du Miloetta findest, ist es komplett logisch. Ich meine, stell dir vor, wie viele Leute das Spiel spielen und es muss nur einem auffallen, das, wenn du da bist, Musik spielt. Oder das, wenn du, wenn du die Karte, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, aber wenn du die Karte anschaust, siehst du ja, dass ein Felsen exakt so aussieht wie der Felsen in Gen 5. Und dann fällt dir auch noch auf, wobei, ja, bei mir leitet das schon hart, weil du musstest doch an die eine Stelle hingehen und musstest das Radio anmachen. Aber dann haben auch Leute gesagt, das Lied ist wichtig. Stimmt nicht, das Lied ist nicht wichtig. Es muss nur irgendein Lied sein, es muss Musik sein. Und vielleicht haben Data Miner rausgefunden, dass es Meloetta gibt. Und dann sind die Leute halt losgegangen, ne, und sich dahin gestellt, wo es am ehesten aussieht wie Gen 5 auf den Felsen. Haben Musik angemacht, was logisch ist, weil Meloetta ist das Musik-Pokémon. Und dann passiert ganz viel zufällig. Und dann war es ja wirklich so, Leute haben es gefunden. Aber bis die Leute dann rausgefunden haben, dass es kein Zufall ist, sondern dass du dich in die Richtung drehen musst, von dem der Wind sich bewegt, das war dann etwas, was erst später dazu kam, weil das haben Leute einfach zufällig richtig gemacht. Wahrscheinlich ist der Ort, wo du das machen musst, auch nicht so präzise, wie alle gesagt haben, sondern es ist wahrscheinlich schon so ein 100 Meter Radius oder so. Was ändert sich bei Burmi, die Blätter? Ja, Burmi hat man schon ohne Blätter gesehen. Das ist tatsächlich ein Blätterkleid. Ist die Frage, ob ihm die Blätter ausfallen, also ob das Haare sind, oder ob es wirklich Blätter nimmt, die tot sind quasi und an sich dran klebt. Das weiß ich jetzt gerade nicht, was die Lore ist. Ob das tote Blätter sind oder ob das seine Blätter sind. Burmi ist creepy, ja. Die Musik spielt nicht meines Wissens nach und dann an die Stelle und einen bestimmten Filter. Ich glaube, der Filter war auch egal. Im Endeffekt... Nee, die Musik war egal. Du musstest einen Filter anmachen. Stimmt. Und die Musik spielt dann ab. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Data Miner finden zumindest auf jeden Fall raus, dass es Miloetta gibt. Und das... Das sorgt dafür, dass Leute halt wirklich gezielt danach suchen. Und wenn da 100.000 Menschen suchen, eine Person wird was finden. Und so... Ich meine, schau mal Speedrunning an. Wenn ihr ein bisschen Speedrunning verfolgt, das ist verrückt, was Leute rausfinden. Ohne danach zu suchen auch. Es ist halt eine Masse an Leuten und davon kann jemand zufällig über etwas stolpern und schon verbreitet es sich. Fast Guy, du bist ein Liberlo. Piu-piu. Bei Bumi ändert sich der... Achso, ja, außerdem stimmt. Bei Bumi ändert sich ja der Körper zu scheinen und nicht die Blätter. Und das Alola Raichu Pancake genannt, weil im Anime Raichu in einem Pancake-Restaurant arbeitet. Das hast du vorhin schon gesagt. Nice. Ab 9. August wird interessant, dann gibt's Voltrell. Voltrell findest du schlecht zu sehen? Es ist braun anstatt schwarz. Ich hab Voltrell nur... Ein Voltrell gehört nicht mir. Deswegen werd ich mir auch noch eins holen. Ich brauch alle noch. Ach nee, ich brauch... Ich weiß nicht mehr, wann was kommt, aber ich brauch noch ein Hisui... Ein Hisui Viscagon. Bin ich froh. Wenn wir in der neuen Wohnung streamen, dann müssen wir uns nicht mehr... Oder ich ärgere mich nicht mehr, dass draußen Kinder rumspielen. Aber wir werden uns ärgern, dass alle 10 Minuten... ein Flugzeug dröhnt. Aber das hört ihr wahrscheinlich noch weniger als die Kinder. Was erhoffst du dir für Gen 10? Bis sie sich Zeit lassen, noch 3 Jahre, bis es kommt. Aber das ist Träumen. Das passiert nicht. Genau, mir fehlt... Ähm... Ja, mir fehlen noch 2 Lavita. Also ich hab die schon alle, aber mir fehlen sie halt mit meiner OT. 2 Lavita, 2 Kindwurm fehlen mir noch. 2 Tannhell fehlen mir noch. 1 Voltriant fehlt mir noch. Und halt Hisui Viscagott fehlt mir noch. Deswegen... Für mich ist echt... Die Auswahl der... Event-Ausbrüche ist echt... Nice. Zeit ist nicht alles, sie ist Cyberpunk. Was glaubst du, warum Cyberpunk am Ende so einen riesigen Shitstorm hatte? Weil sie sich keine Zeit gelassen haben. Nur weil etwas 8 Jahre gedauert hat, bis es rauskam, heißt es nicht, dass sie sich genug Zeit gelassen haben. Ich mein, wir wissen ja, was alles passiert ist. Die... 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 Publisher oder die Finanzierer oder die... Die... Die halt... All die Leute, die dahinter stehen und Geld reingesteckt haben in das Spiel, haben gesagt, bringt's jetzt gefälligst raus. Schnell, schnell, schnell. Und dann haben sie es rausgebracht, obwohl sie wussten, dass es noch nicht fertig ist. Die wussten ja. Ich mein, die haben... Die haben Cyberpunk den... Den ganzen YouTubern und sowas geschickt und gesagt, bitte nicht die Konsolenversion spielen, weil sie wussten, dass die Konsolenversion kompletter Abfuck ist. Die wussten es ja und haben nur Stellen gezeigt, die gut laufen und sowas. Aber hätte man denen noch ein halbes Jahr gegeben, was sie nicht gekriegt haben, von der Masse, von den Fans und von hauptsächlich natürlich wahrscheinlich Financiers an Werder-Spielstil... Glaubst du, die haben das absichtlich schlecht rausgebracht? Glaubst du, die wussten nicht, dass es schlecht ist? Die wussten es. Sie haben nur keine Zeit bekommen. Beziehungsweise, sie haben von Anfang an nicht zeiteffizient gearbeitet. Kam ja dann am Ende, glaube ich, auch raus, dass sie am Ende die ganzen Angestellten zu Tode gearbeitet haben. Aber weil halt irgendjemand da gesagt hat, es muss zu dem Zeitpunkt rauskommen. Und das ist oft das Problem, warum ein Produkt kacke wird. Weil irgendjemand sagt, es muss an dem Punkt rauskommen. Die haben sich auch selber drüber lustig gemacht. Ja. Tests of the Kingdom war sieben Jahre in Entwicklung, ist ein Taufspiel? Ja. So gut wie jedes Zelda-Spiel ist ein Beispiel dafür, dass wenn du dir Zeit lässt, dass was Gutes dabei rauskommt. Und Zelda ist sogar auch ein Beispiel dafür, dass du was Gutes machen kannst ohne Zeit. Denn Majora's Mask ist gut geworden, weil sie keine Zeit bekommen haben. Freust du dich auf das Nigi-Ragi-Event? Ich brauche mich nicht darauf freuen, es ist schon längst da und ich habe schon die Shinies, die ich wollte. Schon vorbei wieder. Ich hatte gestern um halb zwei hatte ich schon und war wieder Haken, Abgehackt, Event fertig. Ich habe auch gestern Walreiser gemacht. Hat ein bisschen gedauert, ich habe mich sehr geärgert, weil natürlich ist das Beste, das Beste für Heraschai ist natürlich Mirai Don. Was habe ich letztens gemacht? mein Battle-Ready Mirai Don weggeschickt. Weil ich mein Home 100% mache und ein Erfolg ist tausche Koray Don mit Mirai Don. Und ich dachte mir, ich mag Koray Don lieber, also tausche ich meinen Mirai Don weg und ich hatte nur dieses eine Mirai Don. Und dann habe ich das weggetauscht. Prompt, eine Woche später Heraschai. Bestes, bester Counter Mirai Don. Und ich, oh. Und dann habe ich jetzt Eisenhand genommen. Was nicht optimal ist, aber es hat funktioniert. Ich habe ein paar Raids gemacht mit Randos und es war so eine Unverschämtheit, was die Leute da wieder mitgenommen haben. Was denken die? Du merkst schon, ich habe dann aufgehört, ich habe das dann gedacht, okay, wenn du ein Raid aufmachst und Leute kommen rein und wählen nicht instant ein Pokémon aus, sondern sie haben so ein seltsames Pokémon da, machen aber nicht bereit und dann dauert es ewig und dann wählen sie einfach nur ein Pokémon aus, das quasi einen guten Typen hat, zum Beispiel bei, zum Beispiel Pflanze jetzt in dem Beispiel. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Pokémon, vielleicht ist das Pokémon sogar gut, das weiß ich nicht, weil ich mich nicht informiert habe, welche Pokémon alle funktionieren könnten, aber ich weiß, dass es nicht gut ist, weil die Person ewig gebraucht hat, es auszuwählen. Das heißt, ich stelle mir vor, wie dann ein 13-jähriges Kind durch seine Box durchgeht und einfach nach Pflanzen-Pokémon sucht und dann so Level 85 Pflanzen-Pokémon, okay, das wird schon passen. Boom, tot, war sofort tot, 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 tot. Und dann immer, wenn ich eine Gruppe aufgemacht habe, wo irgendjemand nicht instant sein Pokémon ausgewählt hat, habe ich abgebrochen. Aber als dann jemand so noch ein Eisenhand das Entwicklung von Blip und noch eine Entwicklung von Blip und damit haben wir es dann locker geschafft. Mit Mirai, das ist noch einfacher. Aber dann als nächstes Draguran und dann kommt wahrscheinlich wieder Starter. JJ, du bist ein Toxel. Könntest du es ja mit deinem Chat machen? Also das letzte Mal, als ich das mit deinem Chat gemacht habe, haben alle nur gesagt, Leo, warum machst du dieses Event? Wer braucht denn dieses Heraschai? Warum soll ich es mit euch machen, wenn keiner von euch dieses Event macht? Immer wenn ich davon erzähle, dass ich die Titan-Pokémon fange, sagt ihr bloß, warum fängst du die? Das ist einfach nur ein Heraschai. Wer braucht denn ein Heraschai? Wer braucht es auch? Schau. Bedankt euch bei den Leuten, die das jedes Mal sagen. Ich brauche das nicht mit euch zu machen, weil keiner von euch will das. Das ist zumindest der Eindruck, den ihr mir gebt. Das letzte Mal hat auch keiner mitgemacht bei den Raids. habe ich sie auch alleine gemacht. Ich habe es auch gemacht. Ja, und vor allem, es geht schneller. Alleine ist es meistens einfacher. Außerdem mag ich euch nicht, Daniela, das weißt du doch inzwischen. Wie kann man die fangen? Was? Subjekt, Prädikat, Objekt, äh, was? Hallo, Tizi. Ich habe keinen Mirai-Don mehr. Doch, ich habe meinen Origin- Origin-Mirai-Don im Pokéball. Ich habe meinen Raid-Mirai-Don und noch einen Raid-Mirai-Don. Aber die Raid-Mirai-Dons kann ich ja nicht nehmen. Fette, schwitzige Fans. Fans? Nach dem Sushi kommt Voltrell, Riolo. Ah ja, Riolo brauche ich aber nicht. Ich habe vorhin nur die aufgezählt, die ich noch brauche. Lavita, Kindwurm, Viscora, Hisui, Viscagot und Tannhel. Aber Hisui, Viscagot ist nicht dabei. Du kannst zwar deinen Viscora zu Hisui, Viscagot machen, aber Hisui, Viscagot ist glaube ich kein eigenes Event, also kein eigenes Ding, oder? Also, vielleicht schon, weiß nicht. Schwabbelig. Der schwabbelige Typ an der Kasse hat nicht zu mir Hallo gesagt. Echt? Dann war das in der Übersicht nicht drin. Echt? Hisui Viscagot als Raid? Das stelle ich mir geil vor. Diese riesigen Schnecken. Geil, dann kann ich das so direkt fangen. Muss ich nicht im Regen stehen und entwickeln. Ah, übrigens. Ich brauche Hilfe von euch. Ich mag euch doch. Vermittle ich euch das Gefühl, dass ich euch nicht mag? Hey, hey, ich mag euch. Ich muss ein paar Pokémon XY Pokémon entwickeln. So, ein paar Pumpchins und Sabayon und ein paar Finesse. Wie bitte, ich höre dich nicht. Ich habe dich mute. Warum schreibst du das dann? Random? Einfach alle 5 Minuten schreibst du das? GG, Jacques. Sehr gut, sehr gut. Ich meine, ich kann es auch ohne euch. Ich habe zwei Switches. Ich mache es halt ohne euch. Evoli wird auch nochmal kommen als 7-Sterne-Raid. Gab es Evoli schon mal als Titan-Raid? Stimmt. Normal, normal, ne? Normal, normal. Natürlich habe ich Zeit für dich, Papa. Nice. Danke. Ich habe vier Switches. Ich auch. Aber zwei sind noch eingepackt, damit sie mehr Wert haben. Mario Switch und Tears of the Kingdom Switch. Ist das nicht traurig, Verox? Wie wir einfach... Ich bin tatsächlich so und ich weiß, dass es blöd ist, aber ich mag es nicht, angewiesen zu sein auf andere. Das ist so blöd. Das ist eigentlich so ein dummer Gedanke, weil eigentlich sollte man sich Freundschaften aufbauen und was für andere machen und dann was zurückkriegen dafür und ein gegenseitiges Nehmen und Geben und sowas. Ich bin schon immer so, dass ich mich nicht auf jemanden verlassen möchte und lieber alles selber alleine mache, auch wenn es dreimal umständlicher ist. Aber ich es mehr mag, wenn ich sagen kann, ich habe das alles alleine geschafft. Ich meine, Pokémon ist jetzt nur ein lächerliches Beispiel, aber auch bei Videos, ne? Es dauert sehr lang, bis ich Hilf nach Hilfe frage oder sowas. Ich lerne es lieber zehnmal umständlicher, als dass ich jemand anderen frage, ob er mir helfen kann. Das ist eigentlich sehr dumm. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin gern unabhängig, dafür kann ich aber auch jedem helfen, wenn jemand Hilfe braucht. Ja, ich habe auch kein Problem, jemandem zu helfen. Aber ich mag das Gefühl nicht und da ist es auch so ein The Big Bang Theory Ding, wo Sheldon das mal sagt und das ist so dumm und Sheldon ist ja auch in dem Moment eindeutig der Dumme. Aber wo er irgendwie sagt, wo er irgendwie ein Geschenk sucht und er hat nach dem perfekten Geschenk gesucht, das den gleichen Wert widerspiegelt von dem, was er mal bekommen hat. Allgemein mag er Geschenke nicht, weil dadurch schuldet man jemandem etwas. Und ich denke leider auch so und ich mag das eigentlich gar nicht. So, ich mach gerne was für andere und ich erwarte auch nichts zurück. Das ist ja die Krux darin. Ich mach gerne was für andere und ich helfe gern anderen und ich erwarte nichts von denen zurück, weil ich einfach gerne was, weil es mir Spaß macht, weil es nichts ist, was umständlich ist oder sowas. Aber ich lasse nicht gerne was für mich machen. Ich frage nicht gerne nach Hilfe, weil ich mag das Gefühl nicht, dass ich jemandem was schulde. Aber in Wirklichkeit eventuell denken die anderen Leute genauso, dass sie halt einfach gerne helfen, ohne was dafür zurückzuerwarten. Aber ich mag das Gefühl trotzdem nicht, dass ich es nicht alleine geschafft habe. nur bei Sachen, die wirklich extrem sind. Zum Beispiel Elektronik oder Wasser. Ich habe kein Problem mehr mit eine Toilette zu installieren. Aber wenn es wirklich darum gehen würde, Rohre zu installieren, dann rufe ich natürlich einen Wassermenschen. Ich würde es lieber, ich bin definitiv kein Sheldon, so extrem nicht. Aber das ist so eine Charakteristik an mir, die ich nicht mag, dass ich ein Wasserbändiger bitte den Wasserbändiger rufen. Sanitär, genau. Man kauft eine Dienstleistung, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist ein blödes Beispiel gewesen. Toilette no Jutsu. Willst du die anderen Bestien auch noch handen? Das ist der Plan, aber wenn dieses Entei mich irgendwie 30.000 Resets kostet, dann weiß ich nicht, wie viel Bock ich danach noch habe. Das ist die normale Switch, dann noch die Light-Version, stimmt eine Light, Rosa hat eine Light noch. Dann die Version von Dialga und Palkia, die fand ich nicht so hübsch. Aber der Akku war schnell hinüber, also habe ich mir eine OLED gekauft und dann zuletzt eine gebrauchte normale, die ich dann modden konnte. Ich hätte mir nie andere gekauft, aber ich wollte halt die Kamesino Purpur-Switch, weil ich sie schön fand und weil ich dachte, dass ich sie nicht auspacke und ein Best mit quasi ist. Tears of the Kingdom genau das gleiche und vor allem meine Mario-Switch glaube ich, dass die irgendwann ein bisschen mehr wert sein wird, als für Sissi gekauft habe, weil die so besonders ist und hässlich. Ich meine, die Pikachu N64 ist auch hässlich und das ist die teuerste N64, die du kaufen kannst inzwischen. Aber dann war ich so angepisst von meiner normalen Switch, dass ich die Kamesino Purpur-Switch aufgemacht habe. Und aus dem Grund habe ich dir auch sehr gerne mit den Pokémon-Spielen geholfen. Ja, aber genau, das ist auch so ein Beispiel. Leute sind immer so nett und schicken mir Sachen, aber ich bin dann immer so jetzt schulde ich dir was. Und ich weiß nicht, wie ich das zurück, wie ich mich wieder entschulden kann. Aber ich weiß, dass es dumm ist, so zu denken. Du hast die Pikachu-Evoli-Switch? Ja, die war, das war zu Zeiten, wo ich noch keine Switch hatte. Da habe ich noch gar keinen Switch gespielt, als es die gab. Ich erwarte deine Nachricht um drei morgens. Ja. Das sind Titan-Raids. Das sind die 7-Sterne-Raids in Karmusin und Purpur. Die haben alle ein Titan-Abzeichen, weil es Titanen sind. Deswegen fange ich die alle, damit ich jedes Pokémon mit Titan-Abzeichen habe. wir haben die gelbe Switch-Light. Aber die neue für Barcelona, ne? Die sieht schon schick aus. Aber ich kann nichts mit einer Light anfangen, einfach. Das war auch etwas, was man vielleicht kauft, um es als Investment. Aber ich weiß, Switch ist inzwischen so tot. Also, es kommt, ich wundere mich eh, dass sie eine Switch-Light jetzt noch rausbringen. Die wollen echt, dass die Switch einfach noch die Playstation 2 überholt. Die sind so erpicht darauf, noch irgendwie die Playstation 2 zu schlagen. und vielleicht machen sie es deswegen, dass sie noch eine Nintendo-Light rausbringen, dass Leute sagen, oh geil, Zelda. Es gibt genug Leute, die die einfach kaufen, weil es eine Zelda-Switch ist. Aber eine Light? Hallo MLG-Lol. Hallo Gurke. Ich habe auch nur eine Switch-Light um Pokémon zu tauschen. Stimmt, ist eigentlich smart, wenn du weißt, dass du die nur zum Tauschen benutzt, warum dann eine teure kaufen? Die Light ist cool, wenn du wirklich sagst, ich will nur Handheld spielen, was Rosa auch nur macht. Weil sie liegt besser in der Hand. Sie ist stabiler, weil du keine Joy-Cons hast. Sie ist transportabler und so. Kleiner. Aber es macht für mich echt keinen Sinn, eine Switch zu kaufen, die ich nicht... Ich meine, ich kann die noch nicht mal irgendwie auf den PC bringen. Die hat null Möglichkeit, irgendwie ein HDMI-Signal überhaupt zu geben. Wäre mir irgendwann viel zu schwer in der Hand. Hast du mal eine Light in der Hand gehabt? Eine Light ist um einiges leichter. Das ist es ja. Eine Light ist so viel geiler für Handheld. Ja, wenn die Joy-Cons driften, ist es ein größeres Problem. Das stimmt. Also, es ist genauso fixbar, aber es ist komplizierter zu fixen. Das hat ein Shiny Addebomb gemisst. Wieso? Was tust du? Light mit OLED wäre geil? Ja. Haben sie sich wahrscheinlich gedacht, lohnt sich nicht, weil sie sich nicht so gut verkauft. Keine Ahnung. Du hast auch die Light nur gekauft, um mit dir selber zu tauschen. Das ist eigentlich smart. Richtig geiles Dioxus-Video. Dankeschön. Lauch, vielen Dank. Sehr nett. Ich bin Patreon, schuldest du mir jetzt auch was? Deswegen will ich ja auf Patreon, dass ihr exklusive Videos bekommt, damit ich nicht das Gefühl habe, ich schulde euch was. Tatsächlich aber, Patreon macht ja oft so Umfragen, die ihr dann auch irgendwie, also automatisch, ich mach die gar nicht, die ihr dann manchmal auch beantwortet und meistens kreuzen die Leute an, um den Streamer, um den, um den Content Creator zu unterstützen. Ich denke mir so, ihr könntet ankreuzen, dass ihr hier seid wegen den extra Videos oder weil ihr hier seid, um die Videos ohne Werbung zu sehen und so weiter, aber nein, ihr kreuzt an, um mich zu unterstützen. Da brauche ich ja gar nichts machen. Dann höre ich einfach auf. Nein, das ist, das ist immer sehr nett. Das zeigt mir immer, dass ihr alle komisch seid. Nein. Ihr braucht schon Freunde. Eben. Eben. Unabhängigkeit, Mann. Ein Teil, zeig dich, ich seh dich nicht. Eins, zwei, drei, vier. Aber wir sind sogar gleich bei 4.500. Ich bin hier, weil du uns nicht leiden magst. Das nennt man Munchhausen, nee, das nennt man Munchhausen, das ist das, was Kindheit krank, äh, wie ist das andere? Stockholm. Das nennt man Stockholm-Syndrom. Ihr verliebt euch in euren Geiselnehmer. Aus der Tauschentwicklung heute. Habt ihr Lust, mir zuzusehen, wie ich mit Happens tausche? Oder will jeder mal? Ist das interessant? Ich meine, hier könnte in jedem Moment eines der seltensten Shinies ever kommen. Und du, und du willst sehen, das weiß ich nicht. Und du willst sehen, wie ich fünf kleine Kürbisse hin und her tausche? Wir wollen Häppchen sehen. Ihr seht Häppchen dadurch nicht, hä? Ich glaube, ich fliege ihn jetzt hier rein und sitze dann neben mir, damit wir lokal tauschen können. Was ich machen müsste, wenn wir in X tauschen. Ich meine, ich hätte ja einfach in X mit mir selber tauschen können. Aber nein, ich musste wieder voreilig auf die Switch transferieren. Ich will auch mal. Aber was ist, wenn ihr dann mein Pokémon behaltet, um mein Origin Dex kaputt zu machen? Ist Stockholm nicht das, wo man sich selbst wie tut, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Ne, ich dachte, Stockholm ist das, wo man sich in den Geiselnehmer verliebt. Quasi in seinen, in seinen Bösewicht. Münchhausen ist das, wo man seinem Kind einredet, dass es krank ist, glaube ich. Das ist das, was, glaube ich, Eminems Mutter hatte. Zumindest hat er darüber gerappt. Und das, was du meinst, man sich selbst wehtut für Aufmerksamkeit, ist einfach Emo. Nein, Schmarrn. Nein, Schmarrn, meine ich nicht so. Ich sah früher selbst aus wie ein Emo. Wie wir alle. Borderline? Aber Borderline ist, glaube ich, nur ein Begriff vor etwas. Borderline, Borderline, Imposter-Syndrom ist wieder was anderes. Imposter-Syndrom hat jeder Content-Creator, außer du bist ein Arschloch. Imposter-Syndrom ist, wenn du dich selber wie ein Betrüger fühlst, weil du gewertschätzt wirst für etwas, das du nicht nachvollziehen kannst. Was ich gerade erklärt habe. So, ich kann nicht verstehen, warum ihr mir zuschaut. So, ich finde nicht, dass ich unterhaltsam bin. Deswegen habe ich ein Imposter-Syndrom. Ich fühle mich wie ein Betrüger. Weil ihr gebt mir Geld für etwas, was ich meines Erachtens nicht verdient habe. Das ist ein Imposter-Syndrom. So gut wie jeder Streamer, Conic-Creator hat Imposter-Syndrom. Weil wir einfach nur Spiele spielen. Wir spielen, wir machen keine, weißt du, wenn du auf dem Bau arbeitest und du hast am Ende ein Haus gebaut, dann hast du kein Imposter-Syndrom, weil du hast einfach ein Haus gebaut. Außer du hast dabei gefaulenzt vielleicht und hast nichts gemacht und kriegst trotzdem Geld. Brian, du bist ein Zebritz. Das mit dem Aufmerksamkeit wehtun, weiß ich nicht. Stell-Vertreter-Syndrom, das ist das Deutsch für Imposter-Syndrom. Wir bringen alles gerade durcheinander. Stell-Vertreter-Syndrom ist Imposter-Syndrom. Das ist die Übersetzung. Stell-Vertreter, Imposter, Imposter, Stell-Vertreter, Amogus. Und das, was du jetzt beschrieben hast, wo man sein Kind vergiftet und sowas, das ist, glaube ich, das Münchhausen-Syndrom, wo man extra seinem Kind schadet, um mehr von seinem Kind geliebt zu werden, weil man es ja dann heilt. Ich finde es auch nicht. Ich will nur Shinies sehen. Ciao. Endlich gibt es mal einer zu. Ja, das ist Lügen und die selber glauben. Münchhausen? Das kann auch sein. Schon krank, dass es wirklich solche Leute gibt? Ah, es ist, es gibt noch viel mehr. Heißt Imposter nicht Verräter? Imposter ist Verräter, ähm, Stell-Vertreter ist sehr, sehr wortwörtlich übersetzt, Imposter. You're imposing. If you're, when you're, if you're imposing, dann stellvertretest du, also bist du quasi in Stelle dessen. Aber ja, Imposter ist eigentlich immer negativ, natürlich, so wie bei Amogus. Ähm, aber ja, ein Betrüger ist ja jemand, der sich ausgibt für jemanden, der nicht ist. Ja, und das ist ja ein Stellvertreter. Ich sage ja, es ist sehr hochdeutsch. Es ist falsch übersetzt, aber es ist trotzdem richtig. Du bist ja ein Stellvertreter, wenn du ein Betrüger bist. Du gibst dich als jemand aus, der du nicht bist. Wer ist ein Imposter? Amogus. So, ein Pokémon. Stockholm-Syndrom kommt irgendwie ein bisschen hin. Ich möchte jetzt nicht allzu dieb werden, aber ich habe vieles mal abgesagt, weil ja, Leo kommt um 16 Uhr. Auch wenn du sagst, ich muss nicht da sein, mein Leben existiert einfach ohne dich nicht. Und das macht mir Angst. Und ich habe immer wieder gesagt, hör auf, das zu machen. Das echte Leben ist so viel wichtiger. Du musst nicht hier sein. Wenn du hier sein willst, das ist ja die Sache, Stockholm-Syndrom so. Du denkst, du willst hier sein. eine Wirklichkeit weiß ich nicht. Ist die Frage, ob beim Stockholm-Syndrom der Geiselnehmer das absichtlich macht. Oder ob es komplett nur, also, also kann man Stockholm-Syndrom auf den Geiselnehmer schieben? Ich glaube nicht. Es kommt, glaube ich, immer von der Geisel. Es ist, glaube ich, immer ein Fehler im Kopf der Geisel. Und nicht, es gibt natürlich Leute, die es wahrscheinlich extra versuchen zu triggern. Aber es kommt, keine Ahnung. Ein Film, der Stockholm-Syndrom zeigt, ist, äh, wie hieß der Film mit Charlie Sheen? Wo Charlie Sheen, ich glaube, eine Bank ausraubt oder irgendwas ausraubt und dann mit dem Auto wegfährt, aber dann aus Versehen oder absichtlich ein sehr hohe, eine, eine Tochter von dem sehr hohen Tier entführt. Und dann ist es wirklich eine Car-Chase, die über Tage hinweg geht und die beiden verbringen die ganze Zeit im Auto zusammen und natürlich verliebt sie sich in ihn. Also es ist die Geschichte, dass die, die Geisel sich in den Geiselnehmer verliebt. The Chase? Nee. Ist tatsächlich ein bekannter Film. Sollen wir jetzt abholen oder hierbleiben? Ihr macht, was ihr wollt. Ich kann nichts dafür, was ihr macht. Ich freue mich, wenn ihr hierbleibt, aber wenn ihr was Besseres zu tun habt, bitte macht das. Ihr solltet keine Termine für mich canceln. Vor allem keine wichtigen. Andere Freunde sitzen lassen. Aber ich glaube auch nicht, dass das einer von euch macht. ich habe ihn umarmt und Papa gedacht, also nichts parasocial. Ich habe das nicht als parasocial empfunden. Wir haben uns einfach das erste Mal gesehen. Nach fünf Jahren. Ey. Das ist nicht meine Schuld, wenn du nicht in den Flieger steigst hierher kommst. Kennst du den Titel auch nicht mehr? Okay, es interessiert mich jetzt, wie hieß der. Kann nicht so schwer sein. Car Chase Charlie Sheen. The Chase. Hey, ich weiß doch meine Filme. The Chase. Apropos, den muss ich in meinen Letterboxd reintun. Aber ich weiß nicht, wie ich den bewerten soll. The Chase. Das ist er nicht. The Chase. Doch, das hier. Charlie Sheen. 1994. Hier. The Chase. Ähm. Ich weiß es nicht mehr. Es war ein sehr... In dem Film ist sogar die Red Hot Chili Peppers drin in dem Film. In einem riesigen Monster Truck. Diese quasi so, weil dann wird irgendwie ein Lösgeld... Erlös... Keine Ahnung. Ein Kopfgeld auf die gemacht und dann sind die Monster Truck und versuchen den von der Straße zu rammen. Und es sind einfach zwei von den Red Hot Chili Peppers. Ich weiß nicht mehr, wie gut der Film war. Das war so ein sehr Klischee-Film, sehr so Liebe, Romantik, aber halt eine Chase die ganze Zeit mit Explosion und sowas. Ich glaube, drei Sterne passt. Wann steht Deadpool an? Ist der heute raus... Ist der morgen... Gestern? Gestern ist der wahrscheinlich rausgekommen, oder? Deadpool. Der Film ist Classic, oder? Ja. Nice. Der lief damals halt sau oft auf RTL oder ProSieben. Eins, zwei, drei, vier. Amazon Prime ist der Streambar. Ich habe kein Amazon Prime. Aber hey, nächstes Jahr bauen die anscheinend... Also die bauen jetzt schon, aber nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres oder so, ist wahrscheinlich endlich Amazon in diesem Land hier verfügbar. Und dann kann man Amazon Prime... Dann lohnt sich Amazon Prime, sich hier zu holen. Weil sie tatsächlich ein Lager haben in dem Land, wo Amazon offiziell sitzt. Donnerstag kommen doch Filme raus. Deswegen wahrscheinlich gestern. Wie findest du Radfatz und Shiny? Das ist das einzige Shiny in Gen 1, das mir noch fehlt, glaube ich. Radfatz. Es sieht, glaube ich, okay aus. Megumina, du bist ein Eisenblatt. Hallo, Radfatz. Das habe ich auch noch nicht. Das weiß ich gar nicht, wie das aussieht. Dieser dumme NPC und sein fetter Arsch, der immer mir den Zugriff auf diesen Weg hier kaputt macht. Okay. Alles gut. Alles gut. Rötlich. Hm. Rötlich. Wie jetzt? Ich war schon seit Jahren nicht mehr beim Arzt, damit ich keinen Stream verpasse. Wenn ihr nicht zum Arzt... Ich weiß, Prani. Das ist ein Witz. Aber wenn ihr nicht... Ich kann mich nicht verstehen, wie man nicht zum Arzt geht. Ich weiß, dass man so ein bisschen Angst hat, dass beim Arzt dann irgendwas rauskommt und das ist das ganze Leben im Arsch. Aber im Gegenteil. Wenn was rauskommt, ist es immer besser, als wenn es nicht rauskommt und dann zu spät ist. Aber ich kann es verstehen, wenn man nicht zum Arzt gehen will. Aber ihr müsst... Ihr müsst es so sehen. Ihr zahlt wahrscheinlich, wenn ihr ausser ihr seid selbstberuflich, selbstständig, ihr zahlt die ganze Zeit dafür, dass ihr quasi umsonst zum Arzt gehen könnt. Ich meine, natürlich das Geld, was hier in die Krankenversicherung steckt, das steckt ihr auch da rein für andere, dass andere zum Arzt gehen können. Aber nutzt es aus, dass ihr für eure Krankenversicherung zahlt und geht mindestens einmal im Jahr zum Arzt und macht einen Bluttest, keine Ahnung, und lasst einfach mal grob alles abchecken. Anstatt dass ihr... Keine Ahnung, es ist so einfach und ihr zahlt dafür euer ganzes Leben. Geht zum Arzt. Vom welchen Land redest du? Ich lebe in Irland. Ja, die Welt ist besser. Bin jetzt gegen die Natur allergisch. Na, dank dem Arztbesuch. Genau, der Arzt hat dich allergisch auf die Natur gemacht. Du warst es nicht und du weißt es jetzt nicht dadurch, sondern der Arzt hat es gemacht. Der Arzt hat dir die Allergie reingespritzt. Ups, falsche Spritze. Das war die Spritze, die die Allergie gibt und nicht wegnimmt. Kackarzt. Jetzt weißt du, was du dagegen tun kannst. Einmal im Jahr Prostata beim Urologen, gratis. Du musst das anders definieren. Einmal im Jahr... Okay, ich muss es nicht anders definieren. Ihr wisst, was ich meine. Tatsächlich aber, um jetzt nicht zu spezifisch zu nehmen, ich bin schon dreimal zu einem Arzt gegangen und hab gesagt, yo, wollen wir nicht mal so hier das machen? Ich hab gehört, das soll man früh genug abchecken. Haben sie gesagt, nö, nö, erst wenn man 30 ist. Hab ich mit 30 wieder, nee, erst wenn man 35 ist. Dann lebe ich hier in Irland und sagen die, ja, erst wenn man 40 ist. Okay, mein Gott. Ich hab's probiert. Ich hab's probiert, dass mir ein Arzt seinen Finger... Aber die wollen nicht. Die wollen nicht. Steht auch noch auf der Reiseliste, also Irland. Es ist sehr schön hier. Miete dir ein Auto, wenn du 10 Tage oder so Zeit hast. Miete dir ein Auto und fahr einmal um die Insel rum. Schaffst du locker, siehst du die coolsten Sachen oder du machst einen kurzen Trip und dann bist du nur in Dublin und fährst vielleicht einmal mit dem Bus zu irgendeiner geilen Klippe oder sowas. Einmal im Jahr kostenlos die Einbahnstraße verkehrt nehmen. Ich würd ja, aber die wollen nicht. Es kommt komisch, wenn ich dann sage, doch bitte. Können sie nicht einfach bitte? Ich will sie nicht aussprechen. Ist der Hintergrund real? Meine N64 war noch an. Hä? Von was? Oh, weil ich die nie ausgemacht habe. Deswegen. Echt genug für dich. Sieht ja nicht echt aus. Aber hier sieht man nicht so viel von. Deswegen mache ich den Fernseher wieder aus. Das sind nur böse Röntgenstrahlen, die hoffentlich im Fernseher drinbleiben. Wir waren in der Guinness-Brauerei. Tatsächlich ist das auch etwas, was ich immer empfehlen würde, in die Guinness-Brauerei zu gehen oder das Guinness-Museum auch genannt, weil das echt interessant ist. Nein, der Strom wird hinten immer abgekappt. Deswegen merke ich nicht, dass die N64 noch an ist. Das heißt, sie ist aus. Aber sobald ich den Strom wieder anmache hinter mir, ist sie halt an. Und dann merke ich es nicht, weil der Fernseher nicht an ist. Egal. Der Fernseher strahlt Röntgenstrahlen aus. Jeder Röntgen, äh, jeder Röhrenfernseher strahlt Röntgenstrahlung aus. Das ist die Technik dahinter. So entstehen die Bilder. Deswegen darfst du nie, solltest du nicht, wenn du einen, also damals, inzwischen hatte ja keiner mehr solche. Ist ja nur noch Nostalgie. Das wusste ich tatsächlich nicht. Deswegen, also, in den meisten Fernsehern steht hinten drauf, bei dem auch, dass die Röntgenstrahlen perfekt isoliert sind. Das heißt, die kommen da nicht raus, weil da eine Bleischiene ist oder was auch immer. Bei denen, wo das nicht drauf steht, solltest du definitiv nie hinter dem Fernseher rumlaufen. Das ist jetzt nicht, ich weiß es gar nicht, mein Physiklehrer hat damals gesagt, dass man die nicht unterschätzen darf aus dem Fernseher. Ich meine, wenn du fliegst im Flugzeug, kriegst du auch Röntgenstrahlen ab, ne? Wann ist Röntgenstrahlen? Röntgenstrahlen? Also auf jeden Fall ein Geigerzähler geht ab im Flugzeug. Nehme ich immer mit. Deswegen, damals hast du immer deinen Röhrenfernseher an die Wand gestellt und nicht, so wie man es manchmal hat, so in die Mitte vom Raum, so eine Insel oder sowas, damit du erst gar nicht hinter deinen Röhrenfernseher gehen kannst. Wie gut, dass ich als Kind nahezu an die Scheibe geklebt habe. Ja, aber das ist eben nicht schlimm. Das wäre dann schon in den Medien gewesen, dass du sich machen darfst. Deswegen haben sich immer deine Haare so oft gestellt, wenn du an dem Fernseher... Ne. Die kommen nicht nach vorne, die werden wirklich nur nach hinten gefeuert. Und hinten ist meistens halt abgeschirmt, dass sie nicht raus können. Aber wahrscheinlich bei ganz alten Fernsehern ist das nicht abgeschirmt. Und dann werden die einfach nach hinten geballert. deswegen stellst du sie gegen eine Wand. Wie lange lebst du schon in Irland? Fünf Jahre. Hier, ich kann vorlesen, was hinten draufsteht. Kann ich nicht. Kann ich nicht, weil er gegen die Wand steht. Wer stellt denn seinen Fernseher mitten in den Raum? Kann man schon machen, wenn man gutes Cable-Management hat. Dann kann es ja schon ganz... wenn es ein riesiger Raum ist. Kann das schon... stylisch aussehen, oder? Ich hab's auch noch nicht gemacht. Wir überlegen jetzt bei der neuen Wohnung die Couch in die Mitte vom Raum zu stellen, weil wir sonst keinen Platz wahrscheinlich haben. Weil es so wenig... so wenig Wände sind, wo man was hinstellen kann. Haben wir in Schottland auch schon gemacht mit einem Van. Genau, macht das gleiche in Irland. Ist genau das gleiche, nur dass die Leute das R nicht so krass rollen, aber immer noch rollen. Lässt den Raum größer aussehen? Zeug in die Mitte zu stellen? Ja. Aber sorgt natürlich auch dafür, dass du den Raum weniger... frei betreten kannst. Oder halt rumlaufen kannst. Weil immer was im Weg ist. Hallo, Nicknack. Ihr wart auch bei Jameson. Jameson ist, glaube ich, Whisky, oder? Ich kenne mich doch nicht aus. Ein Freund von euch mag Feuerwehrautos. Und dann wart ihr in Irland bei der Feuerwehr und dann haben sie... Also mir sind hier selten Feuerwehrautos aufgefallen, aber ich glaube, die sehen stinknormal aus. Wahrscheinlich für einen Fan nicht. Wow, der Abstand zwischen der roten Farbe und der gelben Farbe ist in Irland um drei Zentimeter anders. Ne, die sehen schon bestimmt anders aus. Er baut die aus. Achso, er baut sie sogar. Baut Feuerwehrfahrzeuge. Krass. Hat er sich wahrscheinlich gedacht, hey, wir Deutschen, wir bauen die so viel besser. Ich weiß gar nicht, wie die Feuerwehr hier klingt. Weil Polizei klingt... Amerikanisch. Und dieses... Ach, so nervig. So wie ein GTA. Die sind größer bei euch. Hier sind... Echt? Was aber dumm ist, weil das Land ist um einiges enger. Also wenn hier was in der Innenstadt brennt, weiß ich nicht, wie die mit einem noch größeren Feuerwehrauto da reinkommen. Aber ja, okay. Ja, ich würde auch gerne meinen Fernseher an die Wand hängen. Hier gibt es nur noch ein silbernes Kabel, was die Wand herunterläuft. Sieht man kaum noch auf der weißen Wand. Bei meinem Onkel haben wir den Smart TV an vier Drahtzeilen aufgehängt, weil die Regipswand das Gewicht nicht aushalten würde. Sieht auch cool aus. Ja, das stelle ich mir cool vor. Das würde ich auch gerne machen, weil es spart halt Platz. Wir könnten es locker machen über diesen Kackkamin, den die Wohnung hat, den man nicht mal benutzen darf. Da drüber könnte man perfekt den Fernseher hinmachen. Aber versuch mal einen Fernseher anzubringen, ohne die Wand ansatzweise zu verletzen. Weil wir das nicht dürfen. Und es ist mir heute aufgefallen, als ich da war, alle Wände sind grau. Was eigentlich stylisch aussieht, ne? Sie sind hellgrau, so ganz leichtes hellgrau. Gibt es bestimmt einen coolen Namen für. Keine Ahnung. Eggshell Grey. Äh, Taubengrau. Taube, die gerade frisch geboren ist, grau. Und, boah, wenn ich an dieser Wand irgendwas kaputt mache, das schaffe ich niemals, diesen Grauton zu treffen. Niemals. Beton. Betongrau. Gibt es bestimmt auch. Lichtgrau. Ja. Ich möchte so gerne eine Capture Card mit 3DS. Gibt aber keine günstige mehr. Nee. Die waren aber noch nie günstig, oder? War schon immer mindestens 200 Euro. Es ist auch echt ein Job, den die machen müssen. Wenn du dir mal, ich hab mal auf dem Discord ein Video gepostet von jemandem, ich glaub von Nacho Macho. Der hat so eine Capture Card selber eingebaut. Und es ist, das ist richtige Löt. und so, ähm, hier sind die kleinen Geräte, wo die Marke das Gerät ist, ähm, Drill, Dremel. Dremel und Lötarbeit. Ja, Dremel. Das ist auch so wie Tempo, ne? Alles kann Dremel sein, aber nur eine Marke heißt tatsächlich Dremel. Eigentlich so intensiv. Guck dir das an. Gib mal, ich mein, ich such's dir raus. Dann siehst du mal, was man da machen muss. Du kannst es selber machen. Keiner hält dich davon ab. Ich weiß noch selber nicht, wo du, wo man die, ähm, wo man die Teile dafür herkriegt. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich steht es sogar hier unter dem Video. Das ist nämlich dieses Video hier. Da zeigt er, wie man eine Capture Card in den 3DS reinbaut. Und er hat selber gemacht und sagt auch selber, dass es wirklich etwas ist für nur Fortgeschrittene, die bereits gut mit so Werkzeug umgehen können. 3DS ist allgemein. Mies. Wenn du den mal einmal aufgemacht hast, merkst du, uff, nie wieder. So viel Ribbon Cable wie der hat mit dem Bildschirm oben und du musst das alles abmachen und die Ribbon Cable so dann wieder in den Bildschirm rein. Oh, es ist so. Ich hab das einmal mit einem gemacht und der ist tatsächlich kaputt gegangen danach. zugegebenermaßen, er war schon kaputt. Deswegen hab ich ihn aufgemacht. Hab dann dem Ebay-Verkäufer das gesagt und er hat quasi, ich hab nur 10 Euro dann für den gezahlt, weil er schon kaputt war. Aber ich hab ihn dann versucht zu reparieren und ich hab ihn noch kaputter gemacht. Weil die Kabel da drin sind so filigran, ist unfassbar. Es gibt halt eine auf Ebay für 699. Nee, nee, nee. Wenn, dann musst du einen DS haben und den modden lassen von Murky. Und das modden lassen kostet so um die 200 Euro. Das heißt, wenn du schon einen DS hast, kannst du den für 200 Euro modden lassen. Wenn natürlich noch keinen, der wird so verkauft. Ja, aber das ist blöd. Mach das nicht. Kein DS ist 600 Euro wert. 700? Nee, kein DS ist 700 Euro wert. Gehst auf Murky. Murky kennst du hoffentlich. M-E-R-K-I. M-E-R-K-I. Murky ist ein deutscher Service. Das heißt, die Lieferkosten sind auch noch günstig für dich wahrscheinlich. Klar, kannst du, ja. Nur so, kauf, außer du findest den extrem günstigen natürlich auf Ebay. Wenn du keinen DS hast, ist es halt, kommen nochmal die Kosten von einem DS dazu natürlich. Aber wie gesagt, ich hab hier und die kann man, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Murky das anbietet. Ich glaube, das hat aufgehört, oder? die Original 3DS, Capture Card für 3DS, New 3DS, New 3DS, Classic DS. Aber ein Classic DS ist kein 3DS. Das heißt, man kann, kann ich den hier, das ist ein allererster 3DS. Den kann man gar nicht moden. Weil hier steht nur New 3DS, New 2DS und Classic DS. Aber Classic DS ist der noch vor dem DS Lite. Okay, das heißt, keinen von meinen, die ich neu gekauft hab, kann ich modden lassen. Zumindest nicht von Murky. Ist halt blöd. Aber so ein richtig OG DS, kannst halt keine 3DS-Spiele mitspielen. Weil so ein New DS kostet halt schon immer noch viel. Deswegen, wenn ich jetzt das so sehe, wegen der Case-Größe, ja, vielleicht, oder vielleicht macht er es einfach noch nicht, keine Ahnung. Wenn ich jetzt so drüber nachträge, 700 Euro, wenn du den Service von Murky nimmst, 200 Euro, oder? Warte mal auf Verox Link klicken. Was ist das? Murky Net. Achso, da steht's nochmal. Okay, warte, Nintendo 3DS 2011. Aber das, da kann ich nicht drauf klicken. Doch, hier kann ich drauf klicken. Nee. Die Seite bringt nix, Verox. also das ist eine Erklärung und sowas. Aber trotzdem bietet er es nicht an, dass man einen 3DS modden lässt. Müsstest ein New 3DS XL holen, oder 2DS, ja. Weil wenn der Service von Murky 250 kostet, New 2DS 355, warum ist das für den schwerer? Das war, deswegen, war das, okay, weil dann verstehe ich, dass das eine 700 Euro kostet, weil du musst 355 ausgeben für das Modding, aber du musst den DS nochmal selber kaufen, der auch nochmal 250 kostet, also bist du bei 700 Euro. Das ist schon krass. Aber ja, ein 3DS anscheinend, ein New 3DS ist günstiger als ein New 2DS. Ich hab damals nicht so viel dafür ausgegeben, das ist bestimmt nur so teuer jetzt geworden. Hättest du mir einen Kingstein in Kapu, brauch einen für meinen Shiny Kapuzzi? Aber ich spiel grad Kolosseum. Ich weiß nicht, ob ich einen Kingstein hab. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kingstein selten ist in Kapu. Hast du mal gegoogelt, wo es Kingstein gibt? Wahrscheinlich überall. Kingstein in Kapu und Purpur findest du im Boto-Beutel in deinem Zimmer und im Item-Drucker. Was ist denn der Boto-Beutel? Ach, du kannst Kingstein kaufen in Kapu und Purpur Daniela. Daniela! Kauf dir einen Kingstein für einen Fuffi und eine Cola. Man kann eh alles kaufen. Man kann nur so Sachen wie löchrige Kanne und so nicht kaufen. Ich weiß nicht welcher Boto-Beutel, aber es gibt nur vier. Ja, früher gab's einen Kingstein im Spiel oder zwei und zwei Drachen heute oder eine Drachenhaut und zwei Stahlmantel. Heute kannst du sie einfach im Laden kaufen. Ich bräuchte noch einen Leuchtstein und die sind selten. Ich musste auch meine ganzen Florgas, die ich jetzt in X gefangen habe oder halt noch nicht Florgas, musste ich auf zwei verschiedenen Spielen entwickeln, weil ich nicht so viele Leuchtsteine hatte. Aber ich glaube, Leuchtstein ist sehr häufig im Item-Drucker. Du hast sogar sechs oder sieben DS. Hey, dann ist das eine Riesenverschwendung, wenn du 700 Euro dafür zahlst, nochmal einen kompletten DS zu bekommen. Geh auf den Discord von Murky und frag da einfach, hey, warum kann ich nur die drei auswählen oder vielleicht steht es da sogar und schick deine ganze Auswahl an DS, die du hast und frag, welche davon am einfachsten und günstigsten wäre, modden zu lassen von Murky. Anstatt, dass es 700 Euro ausgibt, für einen Capture-Card-Mod. Und Capture-Card-Mods sind heute auch besser, weil sie nur USB-C benutzen. Das heißt, es kann sein, wenn du den auf Ebay kaufst, dass es noch das alte Modell ist, das ich habe, wo du Strom und USB-Micro brauchst, was super umständlich ist. Was immer 4515 Habt ihr einen ortsansässigen Maler, fragt euch nach einer RAL-Karte, wenn das Grau eine Standardfarbe ist, dann findest du sie in der RAL-Karte. Ja, RAL kenne ich sogar, habe ich auch in meinem Job damals, äh, ein Job war es, glaube ich, in dem Job, wo ich RAL, mich überhaupt mit RAL auseinandersetzen musste, war alles interessant. Aber es bringt sowieso nix. Also klar, jetzt im Leasing-Vertrag oder halt im, nicht Leasing, es heißt auf Englisch Lease, im Mietvertrag steht zwar drin, dass alle Schäden, die aufkommen, müssen am Ende von uns natürlich gerichtet werden, wenn wir wieder ausziehen. Gleichzeitig steht aber auch drin, wir dürfen nichts in die Wände bohren. Wo ich ja sagen würde, wenn die cool sind, ist mir das vollkommen egal, ich mach's trotzdem und am Ende richtig halt das Loch, so wie du sagst. Problem ist, dass das Management bzw. der Landlord jederzeit vorbeikommen darf, angemeldet natürlich, um die Wohnung zu überprüfen und darf sogar Bilder machen und die Bilder vergleichen, ob irgendwas sich verändert hat. Wir haben heute alle Bilder zugeschickt bekommen, die die gemacht haben. Das ist jetzt quasi die Ausgangssituation. Und wenn die dann vorbeikommen und sehen einen fetten Fernseher an der Wand montiert, weiß ich nicht, ob die so glücklich darüber sind. Und wenn die fett nochmal betonen, dass wir die Wände nicht anbohren dürfen, dann glaube ich, traue ich mich nicht zu fragen, yo, da habe ich vier fette Stahlschrauben zehn Zentimeter tief in ihre Wand bohren und sagt der nämlich, auf Wiedersehen, ihr Vertrag ist hiermit beendet, bitte suchen sie sich ein neues Zuhause. Und dann hassen die Deutsche. Und ich will nicht, dass man Deutsche hasst. Vielleicht sind die Wände auch gar nicht dafür geeignet, ja. Aber so oder so dürfen wir nicht. Ich brauche mich gar nicht damit auseinandersetzen, weil den Kampf verliere ich sofort. ich finde das so crazy. Ja, die haben ein halbes Jahr lang recht, uns grundlos aus der Wohnung zu schmeißen. Jede Wohnung hat sechs Monate Probephase. Seid ihr die Decke bohren? Genau, ich sage, ich bohre sie in die Decke und dann sage ich, ey, im Vertrag steht Wand. Walls. Not Ceiling. Das könnte man, glaube ich, tatsächlich machen. Aber vielleicht steht auch Ceiling drin. Muss man gucken. Eigentlich können die nicht so böse sein. Eigentlich können die nicht so dumm sein, nicht Ceiling hinzuschreiben. Weil hängt einer einen Boxer auf und sowas. Schicker Standfuß geht auch immer. So, alles gut. Ich habe ein super Sideboard. Ich liebe das, wie mein Fernseher auf dem Sideboard steht und sowas. Es wird halt Platz sparen, weil dieser dumme Kamin sorgt halt dafür, dass man da nichts hinstellen kann. Ja, das haben wir nicht geklärt. Also, es ist allgemein so im Vertrag drin, dass wenn wir etwas kaputt machen, dann müssen wir das wieder herrichten. Das ist allgemein so. Es ist überall so. Es ist ja auch eine logische Konsequenz. Es ist ja auch so, wenn du jetzt in Deutschland Löcher bohrst, dann sollten die gefälligst wieder zu sein, wenn du die Wohnung verlässt. Außer es ist etwas, was natürlich okay ist, wo man sagt, ey, passt schon. Hallo, I am Shadow. Der Wohnung darf wahrscheinlich nicht mal geraucht werden, oder? Das habe ich noch nicht mal erwähnt. Ich dachte, das ist eindeutig. Das habe ich gar nicht erwähnt zu euch, aber ich dachte, das wäre vollkommen logisch, dass wir natürlich, wir dürfen nicht mal auf dem Balkon rauchen. Du darfst nirgends rauchen. Aber wir rauchen auch nicht. Das ist nicht schlimm. What? Ja, das könnte doch Nachbarn stören. Auch kein Besuch? Ja, klar, der Besuch darf rauchen. Warum sollte der Besuch rauchen dürfen? Nee, ihr wohnt hier ja nicht. Ihr habt ja nichts unterschrieben, also raucht los. Das mit Reptilien ist ja geklärt, oder? So wie du es auf Patreon geschaut hast. Daran ändert sich nichts. Habe ich ja... Daran hat sich nichts geändert. Geklärt, finde ich, ist es nicht, aber so wie es halt ist. die Decke bohren. Es gab mal einen Fall unter Nachbarn, wo sich der Nachbar gestört hat. Daraufhin durften die Bewohner nicht mehr rauchen. Dies galt aber tatsächlich nur für die, die da wohnen. Gäste waren davon ausgenommen. Geil. Geil. Einfach jemanden engagieren, der ständig draußen steht und raucht. Und dem zahlst du 10 Euro die Stunde dafür, dass er raucht. Traumjob. So ein Schauspieler, die rauchen, wenn sie schauspielen müssen. Der steht dann da draußen und raucht. So ein richtiger, so ein richtiger Schauspieler, der richtig es schauspielert, wie der größte Assi zu rauchen. So welche, die so eine Zigarette wegziehen in zwei Minuten oder in einer Minute, aber dann auch den Rauch so manchmal puffen, dass er extra dick wieder rauskommt und null gefiltert wird von der Lunge. Und die dann auch so einen gelben Bart haben, so ein richtiger, richtiger Schauspieler. Oder gleich bei den nächsten Boards einen holen, der einfach so ist. Wahrscheinlich günstiger als ein Schauspieler. Es gab auch einen Fall, wo jemand aus Körperverletzung, weiß ich nicht. aber er hat in seiner Wohnung Soaströming aufgemacht. Ich weiß nicht, ob es eine Challenge war oder ob der tatsächlich Bock hatte, Soaströming zu essen. Soaströming ist das schwedische Fisch, der gegoren ist. Ich habe den auch schon mal probiert. Gibt es da als YouTube-Video. Just mind Soaströming. Und das hat jemand mal einfach in einer Wohnung in Deutschland gemacht und das wurde vor Gericht gebracht und war glaube ich galt als Körperverletzung oder sowas, weil das ganze Haus für eine Woche lang danach gestunken hat und Leute irgendwie raus mussten und vergammelter Fisch, quasi vergammelter Fisch, ja, ist halt Fisch, der ewig lang gärt und dann erst gegessen wird. Bist du dir sicher, dass es mit Entei klappt? Ja, warum zweifelst du? Sitzt du die ganze Zeit vor dem Bildschirm und wartest darauf, dass das Entei shiny ist? Dann muss ich dir sagen, wirst du nicht viel Erfolg beim shiny handen haben, wenn du diese Einstellung hast. Wir warten nicht, dass hier ein shiny kommt. Wir sorgen dafür, dass dieser Counter unter mir auf 8000 geht. Dann warten wir auf das shiny. Bevor da unten nicht 8000 steht, warten wir erst gar nicht auf das shiny. fermentiert. Ist ja nichts anderes als gegoren, oder? Ist es mit Bits besprechbar? Entei? Definitiv, habe ich gehört. Anscheinend wird die Chance verdoppelt, wenn man 10.000 Bits spendet. Aber auch 100 Bits sind schon gut. Aber das hat Entei mir geflüstert, oder als ich geschlafen habe. Es ist ja nicht deine Wohnung, Verox. Das darfst du hier in Irland nicht vergessen. Du mietest eine Wohnung. Es ist nicht deine Wohnung. Wenn ich in meiner Wohnung nicht rauchen darf, dann gehe ich da erst gar nicht rein. Ja, es ist halt nicht deine Wohnung. Daran bist du hier jeden Tag erinnert. für 10.000 Bits hole ich mir noch vier Gamecubes. Für 10.000 Bits kann ich mir gerade mal eine Gamecube holen. Hallo? Jetzt glaubst du, wie günstig Gamecubes sind. Fragen kostet ja nix, doch Fragen kostet was. Wenn ich dem Landlord jetzt auf die Nerven gehe, füllt sich immer mehr das Fass der Genervt des Genervtseins und ich weiß, dass er Nein sagen wird. Also warum ihn nerven? Weil Fragen kostet tatsächlich schon etwas in einem Land, wo der Landlord dich im ersten halben Jahr jederzeit rausschmeißen darf. Das heißt, füllt sich dieses Genervtheitfass langsam und ist voll, schmeißt er uns raus. Weil er lieber keinen Mieter hat, als jemand, der ihn die ganze Zeit nervt. Ist logisch, oder? Also werde ich nur Sachen an ihn bringen, die ich 100% wissen muss, fragen muss und so weiter. Es gibt jetzt schon eine Frage, die wir definitiv stellen müssen, die wir sehr krass finden, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob wir fragen sollen, weil es wahrscheinlich nix bringt. Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, es gibt es auch nur in Irland. Oder es gibt es auch nur in, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich überall. Ich hab, du hast das, kanntest du es noch nicht Asriel, wie ich den Fisch gegessen hab? Natürlich hab ich das nicht aufgegessen. Ich hab's nicht mal geschafft runterzuschlucken, aber ich hab's probiert, runterzuschlucken. Und zwar haben wir drei Balkon, Terrassen, so schräg schräg. Und alle kann man betreten. Außer eine. Die bei einem Schlafzimmer hat eine Tür. Da ist eine riesige Glastür und dahinter ist ein abgesteckter, mit einer Reling ab so definierter Bereich mit Holz und allem für einen Balkon schräg schräg Terrasse. Und ich krieg dieses Fenster nicht auf. Fuck! Das war schön. Entei, bitte, wenn es jetzt kommt, schulde ich Tisi 500 Bits, denn es hat eindeutig geholfen. Tisi, vielen Dank für 500 Bits. Dankeschön. Wärst sogar dein Arm noch weiß gewesen? Ernsthaft? Achso, mein link, nee, mein rechter Arm war definitiv schon voll. Mein linker Arm war noch nicht komplett schwarz, aber beide Arme waren voll tätowiert. Was war das gerade? Ein Alert? Warst du schon mal auf Twitch? Ein Alert, den Tisi ausgelöst hat? Mit 500 Bits? Was habe ich jetzt? Ich wollte auch, was, achso. Die riesige Tür, Glastür, die, äh, im Schlafzimmer ist, die auf eine Terrasse führt, die eindeutig dafür gemacht ist und die ich nicht anders betreten kann. Diese Tür lässt sich nur kippen. Und ich stand heute 10 Minuten vor dieser Tür und habe alles probiert, jede Kombination von verschiedenen Handles. Und diese Tür lässt sich nur kippen. Und, 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 ich habe dann sogar die Tür genau untersucht und die Scharniere angeschaut und es ist auch wirklich anhand der Scharniere unmöglich, dass diese Tür aufgeht. Es ist einfach eine rein kippbare Tür zu einem Balkon, den man betreten kann. Rosa hat auch Tattoos, ja. Also, wie dumm ist es, einen Balkon zu bauen, der eindeutig designt ist als Balkon, um sich da drauf zu setzen, aber dann eine Tür hinzumachen, die du nicht öffnen kannst. Und Rosa bricht es das Herz, weil das der perfekte Balkon ist, wo sie ihre Pflanzen hinstellen kann und halt, weil da die Sonne perfekt hinkommt und so weiter. Und das eine wäre, den Landlord zu fragen, yo, bin ich einfach nur dumm oder geht diese Tür nicht auf? Und die Antwort wird sein, dass die Tür nicht aufgeht, weil ich habe die so genau angeschaut und ich bin nicht so dumm. Ich verstehe, wie Scharniere funktionieren und diese Scharniere sind nur in die Kipp-Richtung und nicht in die Aufmach-Richtung. Also was ist, was, was, was? Soll ich, soll ich jetzt den Landlord sagen, yo, bau eine andere Tür ein im ersten halben Jahr, wo er sich auch denkt, nein. Warum habt ihr das nicht gecheckt, als ihr die Wohnung angeschaut habt? Weil ich jetzt nicht glauben wollte, dass eine Tür nicht aufmachbar ist, wenn dahinter, das ist wie wenn da eine Tür ist und dahinter ist, keine Ahnung, ein Raum mit Honig, 24-7 frischer Honig und Essen und du kannst diese Tür nicht aufmachen, aber du kannst durchschauen. Es ist so dumm, eine Tür zu bauen, die du nicht aufmachen kannst. Für einen Durchgang. Vielleicht ist der Balkon und Deko. Halt wirklich. Oder ich kann mir vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so dumm ist. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Sicherheitsvorkehrung ist, dass auf die Seite hinweg keine Tür da sein muss wegen Einbruch. aber sie darf gekippt sein für Luft, aber durch das Kippen kann keiner einbrechen, weil du die Tür gar nicht physisch öffnen kannst. Zum Beispiel in meinem Zimmer dann, dieses Fenster kannst du auch nicht aufmachen, ist auch nur ein Kippfenster. Und das ist noch okay, weil ich muss da nicht raus. Ich muss kein Fenster komplett aufmachen können, weil ich muss da nicht raus. Aber das ist eine Tür, wo ich gerne rausgehen würde. Es muss irgend so ein dummer Baugesetz sein, weil keiner kann so doof sein. Du kannst nicht so doof sein und eine Tür, es ist ja auch noch eine extra, es ist eine komplexere Tür dadurch. So eine Tür auf und zumachen ist definitiv einfach und günstiger als eine Tür, die so zwei Regler hat und dass sie so kippbar ist und sowas. Es ist so dumm. Aber ich würde ihn klären, aber wir fragen ihn trotzdem glaube ich höflich, nur um sicher zu gehen. Da ist ein Balkon und wir können nicht drauf, weil die Tür nicht aufmachbar ist. Dann würde er sagen, jup. Ich frage nicht den Vermieter, sondern einen lokalen Fensterbauer, dann bleibt das Nervglas leer. Aber dann musste er vorbeikommen. Ich fände, das ist kein Nerv. Das ist kein Nerv. Wenn wir sagen, jo, ich will eine neue Tür jetzt sofort, was ich machen könnte, weil es ist dumm, eine Tür zu haben, durch die man nicht gehen kann. Das wäre Nerv. Aber einfach zu fragen, so hey, verstehen wir das richtig? Weil die müssen auch verstehen, dass es keinen Sinn macht. Und dann sehen sie, oh ja, ist total dumm, wir wissen es, tut uns leid. Aber ja, die kannst du nur kippen. Das, glaube ich, füllt kein Nervglas, weil wir nicht nerven. Das ist einfach nur eine Info. Ich glaube, wir sammeln jetzt einfach ein paar Sachen, die uns interessiert. Und dann schreiben wir eine Mail, wo einfach so ein paar Fragen drinstehen, die wir nicht verstehen, an einer neuen Wohnung, ist logisch und sowas. Aber das ist echt schade, weil es ist ein sehr schöner Balkon. Und natürlich, wir könnten einfach rausgehen und über den, über den, äh, unseren eigenen Zaun hüpfen quasi, um auf den Balkon zu kommen. Vielleicht macht, macht Sosa es so. Aber ich weiß nicht, ob sie Bock hat, jedes Mal über einen Zaun zu hüpfen. Erst nehmen sie einen Keller. Hey, die Wohnung hat einen Keller. Die Wohnung hat einen Kellerabteil. Ich habe zum ersten Mal in fünf Jahren einen Kellerabteil und muss keine Storage extra mieten. GG, Juckus, Shiny, Radfratz. Andere Tür rein. Okay, und wer macht die andere Tür rein? Der Landlord. Feuerwehr Rettungsweg vielleicht. Also, wenn die jemand rausholen wollen, dass immer da was frei ist. Das würde ich aber nicht verstehen, warum das so ist, weil wenn da eine Tür offen ist, dann machen die die halt zu. Wenn da eine Feuerwehr kommt, dann machen sie halt die Tür zu. Ist ja nicht so, dass wenn die Tür offen ist, dass sie offen sein muss, kann man da einfach zumachen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Feuerwehr Rettungsweg ist und deswegen kann man die Tür nicht aufmachen. Wenn er das ist irgendein Sicherheitsding für uns, dass, ach keine Ahnung, es macht für mich null Sinn, warum diese Tür nicht aufgeht. Wieso habt ihr eigentlich Balkone? Ich dachte, ihr habt eine Gartenwohnung. Wir haben keine Gartenwohnung, habe ich nie gesagt. Wir haben eine Erdgeschosswohnung, die, und ich sage Balkone, weil das, es ist nicht einfach so, dass du rausgehst, sondern da ist quasi ein Balkon und dass er halt auf dem Boden steht. Das ist halt wirklich so mit, mit, ich sage mal Reling, aber wie heißt denn das? Wie heißt denn das, wenn da, wenn da um etwas rum ein hüfthohes Stahleisending ist? Handlauf? Aber Handlauf ist eher, um Treppen runter zu gehen. Geländer? Geländer? Geländer klingt falsch. Geländer klingt für mich wie was anderes. Aber gut, ein Geländer. Das sind quasi Balkone mit Geländer außenrum und Holz unten und halt wirklich ein Balkon und das halt auf dem Erdgeschoss steht. Lass es 20 Zentimeter über dem Boden sein, auf dem Boden aber stehend um die Wohnung rum. Und einer davon ist nicht betretbar. So dumm. Aber hey, vielleicht sagen sie noch, ja, du musst den Konami-Code anwenden. Dreimal rechts, dreimal links, hoch, runter, links, dreimal die Hände klatschen und dann geht sie komplett normal auf. What I doubted. Ich habe noch nie die Klingel betätigt. Ich weiß nicht, wie die Klingel klingt. Oh mein Gott. Was ist, wenn die Klingel einfach erstmal so der der Valkyrie ist? Ein Hochparterre. Okay, okay. Ein Hochparterre. Terrasse mit Geländer. Ja, es ist quasi eine Terrasse mit Geländer. Brüstung. Brüstung klingt um einiges mächtiger und erhabener. Wir nennen es jetzt Brüstung. Und außerdem hat es das Wort Brust quasi. Mit zwei Nippeln. Brüstung ist einfach nur das Wort Brust mit Nippeln. Brüstung. Hat nicht Brüste, aber es hat Brust mit zwei Punkten. Nice. Ja, ich könnte Nachbarn fragen. Heute habe ich einen kennengelernt. Der war sehr nett. Also sagen, ey yo. Das hätte ich heute gleich sagen können. Actually, can you look at something, please? This doesn't make any sense. I'm from Germany and we always have doors that are kippable and also openable. This one is just kippable. Look at this door. It is openable. I can walk through it. This is good. Good work. This one I can only kipp. So I can't go through it. But you see, behind the glass there is something where I can put my body. So why is it only kippable? Stupid ass motherfucker. Only kipp. No walk. Stupid. Absturzsicherung. Die 10 cm. Die anderen Balkone gehen alle auf, aber der eine nicht, weil ich da runterfallen könnte. Ich bin nicht Peter Maffay, der irgendwie 10 cm groß ist und sich die beiden Beine bricht, wenn er über den Teppich geht. Das ist ein alter TV-Total-Witz. Okay. Kann dein Vermieter Deutsch? Nein. Aber vielleicht. Bobby Getze Flammenwerfer. Ich glaube, er heißt nicht Bobby. Ich habe den Namen wieder vergessen. Aber es war irgendwas mit Abby, Bobby, Bibi. Zeig mir deine Brüstung of Onlyfans. Biti Biti. Brüsti of Onlyfansy. Biti Biti. Es ist dann eher bei den anderen Mietern könnten die, weil es ist alles glaube ich der gleiche Komplex mit den gleichen Türen und so was. Das könnte man machen. Bitte. Warum nicht hier gehen? Du willst gehen? Du willst mich zu gehen gegen die Blase? Du willst mich machen wie ein Pitbull Nose? Nicht Pitbull, Bulldog Nose. Laura ist auf Onlyfans mit einem echten Hintern, denn sie benutzt kein Filtern. Ich hoffe immer noch, dass wir mit Leo mal ein Schwimmerteam an seinem hauseigenen Meer machen. Ich glaube nicht, dass ich... Ich habe noch nie das Meer hier betreten, außer vielleicht mit den Füßen bloß. Ich sehe keinen Sinn darin, im Meer zu schwimmen. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Irgendwas war halt auch witzig in der Wohnung. Irgendwas. Oder ein Vormi, der hat sich vom Balkon gesprungen. Den Balkon müssen wir zumachen. Es ist der, da lebt jetzt ein Geist auf dem Balkon. Dann betrittst du mal die Wild Mikes. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich irgendwann im Westen bin. Wenn du möchtest, schick mir ein paar Fotos von der Türe. Ich bin gelernter Tischler Schreiner und habe schon die ein oder andere Tür eingebaut. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen mit der Türe. Können wir tatsächlich gerne machen. Darf ich davor wetten, dass... Also du darfst nur das Bild anschauen. Du darfst jetzt nicht noch googlen oder sowas. Ich würde gern... Ich würde einiges darauf verwetten, dass du diese Art von Tür Es ist schnell gezeichnet, wie die Tür funktioniert. Aber ich habe sowas selber noch nicht wirklich erlebt. Die Türe... Also erstmal Frontalansicht. Wunderschön, Türe. So, wir haben hier einen Knopf und an dem Knopf ist der... Ähm... Machen wir so. Handle ist ein Knopf. Sieht man das? Ich muss dicker machen. Warum bist du so dünn? So. Hier ist noch eine Glastür. Da ist aber gar nichts. Also da ist nix. Sehen wir das stark genug? So, das ist Schlafzimmertür und da draußen ist ein Balkon und wunderschön und Schlaraffenland. Und jetzt muss ich quasi auf diesen Knopf hier drücken. Das ist wirklich so ein kleiner Knopf einfach. Ich drücke auf diesen Knopf hier bei beiden und dann kann ich die Griffe nach oben bewegen. Schau mal nicht so einfach, weil der Knopf ist nicht da, wo der Daumen normalerweise ist. Es ist so, als ob du, egal, ihr seht das ja, du müsstest mit der rechten Hand das linke bedienen und mit der linken das rechte, damit der Daumen da liegt, wo du auch hoch machst. Egal, auf jeden Fall machst du die dann hoch und dann ist es nicht so, ich habe es nur einfachkeitshalber gesagt, kippen, aber das Ding kippt nicht. Jetzt kommt, Achtung, jetzt kommt die Seitenansicht. Es gibt kein, es gibt kein Wiederholen. Jetzt kommt die Seitenansicht. Die Seite ist quasi Türe. Hier sind die Henkel, die ich dann drücke und die Türe macht dann, die geht einfach nach vorne. Einfach nur nach vorne. Also sie geht dann, es ist sogar mehr Airflow, weil sie ist nicht gekippt, wobei es ist wahrscheinlich gleich viel Luft, aber sie ist quasi nicht, sie ist nicht gekippt, sondern die Tür macht dann, ist weg und hier sind quasi Scharniere, die die Tür nach vorne und zurück gehen lassen. Okay? So und jetzt sagt ihr, hast du mal nur einen betätigt? Selbstverständlich. Hast du mal den anderen nur betätigt? Selbstverständlich. Hast du sie aufgeschoben und dann nur den einen zugemacht und dann gedrückt? Selbstverständlich. Hast du zur Seite geschoben? Vielleicht ist es eine Schiebetür? Selbstverständlich. Ich habe jeden Konami-Code ausprobiert, um diese Tür tatsächlich aufzumachen. Aber dann habe ich halt so durch den Schlitz hier so geguckt und die Scharniere angeschaut und die Scharniere sind auf beiden Seiten exakt gleich oder halt diesen Mechanismus auf beiden Seiten exakt gleich, dass einfach die Tür quasi es sind Scharniere von oben gesehen, die halt natürlich so sind und wenn sie zusammen sind, sind sie so und dadurch, dass du halt drückst, gehen sie halt auseinander und du hast einen Abstand zwischen Türe und Wand und das ist auf beiden Seiten so, also es ist überhaupt kein Mechanismus da, der die Tür auf einer Seite aushängen lässt, sodass ich sie aufmachen kann. Quasi einfach Klappscharniere, soweit ich es sehen kann, so schräg, das heißt, die Tür geht einfach nur nach vorne. Ich denke mir so, why? Ich meine, es ist ein cooler Mechanismus ehrlich gesagt, es fühlt sich cool an, die Tür so, wlup, und dann ist einfach fett viel Raum, wo Luft rein kann, aber es macht keinen Sinn, weil da ist das Schlaraffenland auf der anderen Seite und Frauen mit wunderschönen Brüstungen und warten auf mich und winken und schreien Hallo, Hallo Leo und ich kann da nicht hin, weil die Tür einfach nur nach vorne schiebt. Was soll ich tun? Hast du versucht, sie als Ganzes aushängen? Das ist auch eine Sache, die ich mir überlegt habe. Ja, so habe ich vor der Tür gestanden und mich gefreut, dass ich da raus kann und dann kann ich nicht raus. Das ist auch, es ist, wenn ich die so raus tue, ist es vielleicht 5 cm, es sind keine 10 cm, die die Tür nach vorne geht. Das heißt, ich kann da nicht, aber natürlich, irgendwie wird es gehen, dass ich die Tür aufschrauben kann und aushängen kann. Irgendwie muss das gehen, selbstverständlich. Das ist eine Option, wenn Rosa sagt, ich will aber wirklich auf diesen Balkon und da Tomaten anpflanzen oder sowas und der Landlord sagt, nein, 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 dann hänge ich die aus und dann muss man jedes Mal ultra aufpassen, dass sie nicht verbiegt oder sowas. Problem ist dann nur, dass jedes Mal, wenn wir dann die Wohnung verlassen, kann ich nicht die Tür ausgehängelt dalassen. Das heißt, ich muss jedes Mal die Tür wieder reinschrauben, wenn wir die Wohnung verlassen. Das geht doch auch nicht, das kann man doch auch nicht machen. Aber vielleicht geht es ja, wenn man eine Seite quasi abschraubt und dann funktioniert es wie eine ganz normale Tür. Aber ich glaube nicht. Aber solange ich sie dann wieder zumache und die Henkel wieder hochtue, sollte sie ja zu sein, egal ob Schrauben drin sind oder nicht. Aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, das sind so die Probleme, die ich zur Zeit habe, dass wir eine Tür haben, die nicht aufgeht. Das ist nicht möglich, die schon hier zu tauschen, an der Seite raus und die andere Seite tauschen. Ja, vielleicht, vielleicht, aber das ist zum Beispiel dann etwas, was ich den Landlord jetzt nicht mit nerven will, weil der denkt sich natürlich zu recht auch. Ich versetze mich ja gerne in andere Leute rein und wenn die sagen, jo, ihr hattet so viel Zeit, wie ihr wolltet, die Wohnung anzuschauen, wir hatten genug Diskurs jetzt, dass ihr Sachen nicht sagen können und jetzt beschwert ihr euch, das war klar, dass die nicht aufgeht und ihr hättet es rausfinden können, indem ihr mal alles ausgecheckt hättet. Deswegen, man kann auch immer sagen, wir sind daran schuld, dass wir das nicht gemerkt haben. Deswegen würde ich verstehen, wenn der dann so nerven. Ich, meine Beziehung zu einem Vermieter ist immer die, der soll mich nicht nerven und ich nerv die nicht. Beste Beziehung zwischen Vermieter und Mieter, beste Beziehung zwischen jedem Menschen. Ich nerv dich nicht, du nervst mich nicht. Einfach. Und ich habe kein Problem, viele Sachen zu tolerieren. Ich muss nicht auf diesen Balkon, aber Rosa wird da gerne raus, was ich auch verstehe. Deswegen, sie soll entscheiden, ob wir dann uns beschweren und so. Aber ich fände es blöd, sich zu beschweren, weil, ehrlich gesagt, das hätten wir schon längst wissen können, wenn wir die Wohnung komplett gecheckt hätten. Hauptsache, ihr habt zu schnell eine gefunden. Ja, weißt halt nicht, ob wir nicht noch eine bessere gefunden hätten. Das ist immer dieses Problem. Du weißt nicht, wäre jetzt vielleicht, wir haben schon alles deinstalliert, was uns das sagen könnte. Weil es ist ja der Horror. Stell dir mal vor, jetzt kommt eine Wohnung, die einfach perfekt wäre. Aber nix ist perfekt, natürlich. I have a question, selbstverständlich, aber zuerst muss Chuck Morris sein, 182 sehen, aber du kannst mich auch währenddessen fragen. Me Lord. An der Tür haben sie die Einbrecher nicht leicht. Die Einbrecher haben es sowieso nicht leicht bei dieser Wohnung, denn da stehen zwei Security Guards 24-7 und wir haben eine Alarmanlage, die an jeder Tür installiert ist. Wenn auch nur irgendjemand, wenn auch nur ein Windzug gegen diese Tür drückt, geht die krankeste Alarmanlage los, die ich schon getestet habe und ich hoffe, ich werde die niemals hören, weil die so asozial laut ist. Das ist ein großes Owei, das einen kleinen Unfall hatte, als es versucht hat, den Balkon bei mir zu besteigen. Es ist nämlich runtergefallen und seitdem ist meine Balkontür gelockt, shiny blockt. Aber das ist eine geile Fusion. Oh, ich bin hier noch nicht noch nicht Aber ich kann auch, wenn mir das mit der Tür fehlt, muss man halt gucken, ob das geht. Einfach die Scharniere tauschen und dann ist das auf einmal eine andere Tür. Weiß ich nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob das so simpel ist. Ich würde mir zutrauen, das auszuprobieren. Aber das machen wir dann heimlich irgendwann. Wieso ist das braun? Was ist braun? Das Owei? Weil es ist gelb vor allem. Meine Tür ist shiny lockt. Ja, so viele Shinies auf der anderen Seite. Tisi, was ist die Frage? Ich bin jetzt, ich habe keine Fotos von der Tür gemacht, Brian, aber kann ich gerne machen. Es könnte, also die Sache ist die, hier in Irland, es ist allgemein, Türen und Fenster sind ja in Deutschland eine eigene Doktorarbeit. Es gibt ja geile Mechanismen inzwischen. Und ich kenne auch die, dass man so innen drin so Scharniere nochmal aufmacht, um sie nochmal kippen zu können oder das und das und das. Das kenne ich alles, ne? Das habe ich hier, eine geile Sache noch, das wollte ich erzählen. Woran man auch sieht, wie unlogisch manche andere Länder denken. Und Deutschland sehr gut darin ist, effektiv oder pragmatisch zu denken. Aber ja, ich glaube nicht, dass diese Tür irgendwelche versteckten Mechanismen hat, weil das wäre sehr untypisch. Die sind, hier ist schon, wenn eine Tür sich kippen lässt oder ein Fenster sich kippen lässt, bist du schon so, oh mein Gott, wir sind in 3000, im Jahr 3000, was ist hier los? Und zwar jedes Fenster dort und Türe. Ich habe, als wir die Wohnung besichtigt haben und den Schlüssel abgeholt haben, habe ich die ganze Zeit mich gefragt, was es ist. Ich habe irgendwie nicht gefragt, was es ist, aber ich habe die ganze Zeit damit so rumgespielt. Ich muss jetzt wieder Paint rausholen. ich male es auf und ihr sagt mir, was es ist. Also, jedes Fenster, ich mache mal, ähm, keine Ahnung, muss jetzt ein bisschen Perspektive sein. ein bisschen Perspektive machen. So, das ist Fenster hier. Das ist Fenster. Vollkommen, vollkommen egal oder ob das aufmachbar ist oder nicht. Aber ich mache es mal kurz ein aufmachbares Fenster, vollkommen egal. Okay. Jedes Fenster hat hier, äh, so eine, so eine relativ lange Schiene. Es ist eigentlich perspektivisch noch um einiges komplexer, aber das kriege ich jetzt nicht hin. Lass es mich nochmal anders machen. Hier ist eine Wand. Die Wand hat eine gewisse Dicke. Hier ist eine Wand. Checkt man das? Ah, das checkt man nicht. Egal, ich mache es jetzt so, weil es kommt das gleiche raus. Jedes Fenster hat so eine relativ lange Schiene. Und diese Schiene kann man, ähm, aufkippen. Quasi so, so aufkippen, so, sodass sie dann, ähm, Perspektive, ey, dass sie dann so, ach Gott, warte, geht das hier genauso mit Shift? Nein, geht ja nicht. Warum mache ich nicht Photoshop auf? Ich zahle 60 Euro im Monat für Photoshop und ich nehme Paint. So eine, oh Gott. An so eine Schiene, die du dann auf, ich kann das nicht zeichnen so, aber auf jeden Fall, hier ist eine Schiene, die du dann so aufklappen kannst. Aber dahinter ist nichts. Du hast dann da so ein Loch im Fenster. Da ist einfach so eine Plastikschiene in jedem Fenster drin und die machst du, du klappst das Plastikding einfach so auf und dann kannst du in das Holz vom Fenster reingucken. Was ist das? Ich dachte zuerst so, okay, kann ich da jetzt, kann ich das jetzt rausziehen und dann kommt da so ein Sichtschutz? Das würde aber nichts bringen, weil dann würde der Sichtschutz ja nur so hier so drüber gehen. Das dachte ich zuerst, das ist so, weil es ist auf beiden Seiten. Noch dümmer. Ist auf beiden Seiten. Aber ich dachte zuerst, es ist so ein Sichtschutz. Hier ist es auch. Und ich kann das rausziehen oder ich kann mir eine Wäsche dranhängen oder was ist der Quatsch? Wisst ihr, was das ist? Ich habe es dann gehört zuerst. Und zwar, wenn ich das aufmache, nur um es sicherzustellen, keiner von euch hat es erraten. Wenn ich das aufmache, habe ich auf einmal draußen die Vögel zwitschern gehört und davor nicht. Und dann habe ich es auch noch gespürt, da kommt Luft durch. An jedem Fenster ist ein kleines Plastikscharnier, das ich aufschieben kann, damit Luft durchkommt. An einem Fenster, das ich aufkippen kann, um Luft reinzulassen. An jedem Fenster ist ein Scharnier, wo Luft durch kann. Fehlt ihr das nicht, Unnütz? Nennt sich Wohnraumlüftung. Das hört sich sehr deutsch an. Durchzug! Um 20.15 Uhr auf ProSieben. Das heißt, es ist nicht dumm. Und ich bin dumm. Quasi, ich glaube, es ist alles so krass auf Sicherheit einfach gebaut. Quasi, wenn ich nicht will, dass meine Wohnung undurchlüftet ist, aber ich will auch nicht, dass ein Einbrecher seine kleinen Werkzeuge durch mein gekipptes Fenster durchführt, mache ich diese Wohnraumlüftung auf, damit minimal Luft reinkommt, aber kein böser Schlimpfinger durchkommt. Ich meine, jetzt wo ich sage, es ist tatsächlich nicht so unnütz, aber es wirkt schon wie etwas, was unnötig meine Wohnung vollmacht, Entschuldigung, meine gemietete Wohnung vollmacht mit Plastikscharnieren. Das war eine Switch Reloaded Referenz. Ey, ich lieb's so, wenn Leute, manchmal Leute es merken, was ich Referenze. Durchzug auf 20.45 Uhr auf ProSieben. Ich hatte heute auch das allererste Mal jemanden, ich stand bei unserem keine Ahnung, Einkaufsladen, hab Essen gekauft und dann hat er, der Kassierer auf einmal gesagt, that's blame, right? Ich so, was willst du von mir? Und er zeigt auf meinen Arm, ich so, oh mein Gott. Und ich hab's dann wirklich so gesagt, hast du gerade ernsthaft als erster Mensch auf der ganzen Welt erkannt, was für ein Manga auf meinem Arm abgebildet ist? Oh mein Gott, wir sind beste Freude instant. Das ist so ein Typ, das ist so ein Mettler, der da arbeitet und jedes Mal, wenn ich da bin und der da gerade arbeitet, sagt er immer irgendetwas, was uns direkt einen weiteren Schritt verbindet. Musik, Anime, Manga, jedes Mal, wenn ich irgendwas trage, eine Mütze, irgendwas, was ein Branding hat von irgendwas, sagt er immer, oh mein Gott, das ist so cool. Ich so, ja! Und jetzt erkennt er auch noch meinen Manga-Arm. Aber, 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 Leute, sagt mir, wie soll ich mit dem jetzt tatsächlich beste Freunde werden? Ich kann doch nicht, ich kann doch nicht das nächste Mal hingehen und sagen, kann ich deine Nummer haben? Ich würde dich gern mal anrufen. Oder, oder, wann endet deine Shift? Wann endet deine Shift? Sag mal auf Deutsch Shift, Shift? Shift, doch, Shift, oder? Wann endet deine Shift? Shift? Schicht! Wann endet deine Schicht? Lass mal danach abhängen. Das traue ich mich doch nie. Ich sorge dafür, dass ich jedes Mal ein anderes T-Shirt trage und irgendwann mache ich es so eindeutig, dass wir ein perfektes Pärchen sind, die perfekten Bros, dass er mich fragen muss. Willst du mein Freund sein? Ja, so hat man das mit sechs Jahren gemacht und es war sehr effizient. Das traue ich mich nicht mehr. Frag ihn, ob er nach seiner Schicht ein Bier trinken gehen möchte. Aber ich will nicht Bier trinken, ich will nicht keine Beziehung auf Lügen aufbauen. Geht erst mal Essen zusammen, würde ich sagen. Das klingt alles viel zu nein. Nächstes Mal mit OTK-Hoodie, den hat er nicht erkannt, aber den Trash-Taste-Hoodie hat er sofort gesagt. Ey, nice Podcast. Du wohnst scheinbar in einem Bunker, bist du etwa ein Prepper? Ist das ein Anmachspruch? Ich check ihn nicht. Tornister, demnächst auf ProSieben. Ey, dieser neue Twister-Film soll gar nicht so schlecht sein. Függenst du Pokémon hinzu? Ah, es spielt anscheinend kein Pokémon. Also, wir haben schon so oft mit Pokémon Go da drin gestanden, er hat noch nie was gesagt. Oh nein, er denkt bestimmt, dass ich ein Kind bin, weil ich Pokémon spiele. Warum, du Controller? Frage mal, ob er Shinies hunted. Nein, trau mich nicht. Frage mal, ob er zu mir in die Untergrundbasis kommt. Hey Kids, ich gebe ihm die Nummer vom Tätowierer. In Deutschland, hey, wenn du mal in Deutschland, in München, an dieser Stelle bist, geh zu dem. Willst du meine Pokémon-Sammlung sehen? Ah. Heutzutage geht das automatisch, damit du nicht das Fenster aufmachen musst für einen Luftaustausch. Früher hat man das mit solchen Plastikelementen gemacht. Heute geht das automatisch? Aber ist es sich kacke im Winter, wenn tatsächlich keine Luft rauskommen soll, reinkommen soll? Nein, du dummer Controller rechts oben, was machst du? Ich will keinen Trank einsetzen. Nein. Ah, so geht's, okay. Okay, nein. So schwer, Leute, ist so schwer. Pay to win ist so schwer. Komm, ich zeige dir mal einen richtigen Manga. Kennst du schon Euphoria? Oder, oder Metamorphosis? Lasst uns zusammen Manga lesen. Ich bin auch sehr happy, dass eine Person bis jetzt hat beim Deoxys Video in die Kommentare geschrieben und shame on all of you, dass ihr das nicht geschrieben habt. Es freut mich immer extrem, wenn jemand versteht, warum ich eine Entscheidung getroffen habe in dem Video. Und am Anfang, als ich im All quasi schwebe, in einem Auto und sowas, habe ich ein bestimmtes Lied im Hintergrund spielen lassen. Und das ist mir so vor den Kopf gekommen, weil wenn ich an im All Okay, Final Fantasy Fans, das ist der einzige Tipp, den ich euch gebe, das ist ein riesiger Tipp. An was denkt ihr, wenn ich im All schweben sage, in Bezug auf Final Fantasy? Und da habe ich sofort dran gedacht und das Lied genommen aus dieser Szene und jemand hat tatsächlich kommentiert, oh mein Gott, du hast dieses Lied genommen, perfektes Lied für diese Situation. Und das hat mich so gefreut, dass jemand quasi den Sinn hinter dem Lied verstanden hat, warum ich das in dieser Situation benutzt habe. Aki, Schmacki, jawohl! Renoir verloren im All und Squall versucht sie zu finden und zu retten. Super kitschig die Szene, ich glaube es ist die kitschigste Szene im ganzen Spiel. Aber wenn ich an im All schweben denke, denke ich an diese Szene. Und dann habe ich, das hat ein Lied, das hat einen Song, der nur dann gespielt wird und den Song habe ich gewählt. Eine Person hat es in die Kommentare geschrieben. Das hat mich gefreut. Deswegen vorhin, als du gemeint hast, ah, Switch Reloaded, das ist immer cool, wenn wenigstens einer versteht, was ich für dumme Witze ich mache. Ice on Me, nee, Ice on Me ist es quasi das Vorzeigelied von Final Fantasy VIII. Ich weiß nicht, wie es heißt, wenn du einfach auf YouTube eingibst, Space Scene. Final Fantasy VIII, das Lied im Hintergrund. Final Fantasy VIII ist das. Mein allererstes FF. Wo sind wir eigentlich? Vier, Fünf, Vier, Zwei. Wir haben schon über, ja, wir haben schon über 100, aber nur knapp über 100 in drei Stunden dreißig. Dein erstes war auch acht. Sind wir gleich alt? Ich glaube, ich hätte auch, ich glaube, ich bin auch das richtige Alter für sieben. Aber irgendwie habe ich das nicht mitgekriegt. Mein erstes, was ich realisiert habe, weil ich war damals bei einem Kumpel, das einzige, was wir mal gemacht haben, ist am PC sitzen und irgendwelche Spiele spielen. Und der hat mir auch Gothic damals gezeigt. Das war der gleiche Tag, glaube ich. Er saß in seinem Keller an den PC gesetzt und er hat mir Gothic gezeigt und ich war so, oh mein Gott. Am nächsten Tag habe ich selber mir Gothic geholt. Das war, glaube ich, sechs oder siebte Klasse. Dann hat er mir Final Fantasy VIII gezeigt. Ich war so, oh mein Gott. Da habe ich mir auch Final Fantasy, nee, ich glaube, er hat mir dann Final Fantasy VIII ausgeliehen. Ich habe Final Fantasy VIII nie besessen als tatsächliche CD. schon cringe, wenn nicht 7 das erste war. Ja, eigentlich schon, gell? Ich frage mich, wie sehr ich das Remake mehr geliebt hätte, wenn ich damals 7 gespielt hätte anstatt 8 als erstes. Ich weiß nicht, wie lange das nach Release war, dass ich das gespielt habe. Ich kann auch gut, ich meine, das war, wann war das? Achte, siebte Klasse? Siebte, sechste Klasse? Siebte Klasse bestimmt. Siebte Klasse oder sowas? Wie alt bin ich da? Keine Ahnung. Ich glaube, da waren neun wahrscheinlich schon draußen. Ich bin gar nicht in Discord da. Der Zeitdruck in Final Fantasy VII frag mich mal mit Majora's Mask als Kind. Ah, okay, Brian. Das sind quasi so, sind bei modernen Türen das einfach immer verbaut, sodass einfach immer Luft von außen rein kann, ohne dass du irgendwas machen musst. oder du kannst es wahrscheinlich zumachen mit diesem Knopf da. Ja, ja, ja. Das sieht um einiges moderner aus, was wir hier immer sehen oder haben. Hier ist es einfach ein Loch im Fenster, Holzteil und ein Plastik-Scharnier, was auf und zu geht. Du fandest 6 am besten. 6 sagen auch viele, dass es unglaublich geil ist und es ist das Einzige, was ich noch nicht gespielt habe, was ich spielen will. 1 bis 5, glaube ich, kann man sich sparen. Das ist einfach sehr alt und immer so sehr ähnlich, vor allem 1. aber ab 6 sagen die Leute halt, okay, 6 musst du gespielt haben und irgendwann werde ich vielleicht 6 spielen. Ist 6 im Pixel-Remake dabei? Weil es war ja noch Pixel bis auf die Cutscenes. 1, 2, 3, 4. Hängen die Final Fantasy-Spiele alles Remakes zusammen? Das ist immer die erste Frage, die Leute stellen, die es nicht gespielt haben. Nein. Es ist quasi wie was vergleichbar. Mortal Kombat, ne, wobei. Ne, hängt nicht zusammen. Nicht mal so wie in Zelda, dass man sagt, doch im Hintergrund hängt alle Story-Technische zusammen. Wobei, wahrscheinlich gibt es auch Fans, die da irgendwelche Theorien aufstellen. Ne, die Spiele hängen nur Story-Technisch zusammen, wenn sie die gleiche Zahl haben. Also es gibt 13, 1, 2, 3. Es gibt 10, 1 und 2. Es gibt 7, 10 verschiedene Teile inzwischen, glaube ich. Die hängen alle natürlich zusammen. Aber sobald du in einer neuen Zahl bist, ist es die gleiche Welt, das gleiche Universum, aber eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Seite von der Welt, ganz andere Charaktere. Du kannst jede Zahl komplett losgelöst voneinander spielen, ohne irgendein Vorwissen zu haben. Du kannst auch mit 15 oder 16 anfangen. Du verpasst gar nichts. Aber wenn du 7 jetzt das neueste spielst, dann würdest du einiges verpassen. Weil du musst halt innerhalb einer Zahl solltest du die nach Release spielen. Hallo Lizzie-Sama! Tschüss Lizzie-Sama! Tschüss Lizzie-Sama! Ja, so rum erste, zweite Klasse rum. Da waren die Eltern voll die Zocke am PC. Die haben immer Tomb Raider gespielt und so am PC. Aber Tomb Raider durfte er nicht spielen und ich dann natürlich auch nicht. Weil das ja ab 16 oder sowas war. Aber wir haben es dann trotzdem heimlich gespielt, immer wenn die Eltern nicht da waren. Und saßen da am PC und dann hat er und dann war immer dieses typische lass mich auch mal spielen, lass den Leo auch mal spielen, gell, nicht nur du. Und das war, weil es war dann so wirklich der Computer für die ganze Familie, wie man es halt kennt damals, für die ganze Familie. Nur ich kannte das halt so, wir hatten auch einen Computer für die ganze Familie, aber ich war der Einzige, der interessiert an sowas war. Ich saß immer nur an dem PC. Aber da war es für mich so ein Kulturschock, weil die Eltern waren die Zocker. Die Eltern saßen da nachts oder irgendwann immer, wenn sie mal Zeit hatten und haben dann eine Stunde Tomb Raider gespielt und so. Es war für mich abstrus, dass Eltern sowas mögen. Weil natürlich Computerspiele bei mir war. Also meine Eltern haben das nicht verboten, dass ich Computerspiele spiele. Sie haben es zeitlich natürlich versucht zu regulieren. Und ich habe auch, bestes Beispiel war Resident Evil 4, was für die Gamecube rauskam. Das war 18. Ich war glaube ich 14. Meine Mutter so, ach bitte, lass mich nicht bereuen, dass ich dieses Spiel kaufe. Ich so, nein, nein. Das war mein erstes Resident Evil auf der Gamecube. Mit, keine Ahnung, 14. Oder wann kam das raus? Wahrscheinlich war ich viel älter. Das kommt mir immer so nur vor. Resident Evil 4, Release. 24. Nein, nicht das Remake. Hallo? Nein, jetzt werden wir langsam immer tranziger. 2005 Gamecube, 2005, Januar. Das heißt, ich bin gerade 2004, 4 plus 12, 16. Ich bin gerade 16 geworden? Was? 2005 war ich 16? Warte mal, stimmt das? 88 plus 12 ist 2000, plus 5, plus 4 ist 16. Oh mein Gott, okay, dann ist es doch nicht so schlimm. Mit 16 ein ab 18 Spiel bekommen? Aber trotzdem, meine Mutter hat nur so gesagt, ja, passt schon, aber ich will es nicht bereuen, dass du ein Spiel ab 18 kriegst und du bist noch nicht 18. Yazzi und spiele Karussell. Ich habe mit meinen Eltern immer Schach gespielt. Auch so ein Klischee. Meine Mutter, absoluter Horrorfan, fragt mich immer noch, ob wir zusammen in neue Horrorfilme ins Kino gehen. Das ist cool. Ne, 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 das kannst du vergessen. Ich war auch erst einmal in einem Horrorfilm im Kino, weil ich niemanden habe, mit dem ich in Horrorfilme gehen könnte. Die meisten wollen sowas nicht anschauen, die ich kenne. Ich glaube, wenn mal so ein richtiger Horrorfilm rauskommt, wo ich weiß, dass es ein Meisterwerk ist, dann gehe ich einfach allein ins Kino. Aber ich habe nur Evil Dead, den neuen ersten damals im Kino gesehen und das war geil fürs Kino. Also das war eine gute Filmwahl. Ja, einfach alleine gehen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man allein ins Kino geht. Aber das ist geil, Soapbox. Also, machst du es auch oder findest du es nervig. So, Mama, nein, ich will nicht wieder Albträume haben. Und was sagen deine Eltern nun dazu, dass du mit Spielen deinen Lebensunterhalt verdienst? Ah, Champ Destroyer. Nimm das jetzt nicht so ernst, was ich sage. Aber das ist immer sehr mutig, so eine Frage zu stellen, einem alten Kerl wie mir. Ist vollkommen okay, dass du die Frage stellst. Aber ich habe keine Eltern mehr. Die wissen das. Die haben das nie erlebt, dass ich damit mein Geld verdiene. Aber es ist vollkommen okay, dass du das gesagt hast. Ich muss immer eine Rede halten, bevor ich das sage. Weil wenn ich das jetzt einfach so gesagt hätte, würdest du sagen, oh nein, es tut mir so leid. Oh nein, oh nein, oh nein, bitte nimm das nicht böse, dass ich das gefragt habe. Alles ist gut. Alles ist gut. Aber die haben das nie erlebt, dass ich das gemacht habe. Und augenscheinlich bist du dennoch ein respektabler Erwachsener geworden. Ja. Ja. Wobei, manchmal frage ich mich, ob ich so ein Schisser bin im echten Leben, weil ich mit 14 schon die krankesten Horrorfilme geguckt habe. Wenn man allein in einen Horrorfilm geht, wird man direkt abgestempelt. Du Freak. Du willst doch nur den Kick, die Angst von den anderen aussaugen. Mein Schwager geht regelmäßig allein ins Kino. Ich kenne auch Leute, die allein ins Kino gehen. Warum auch nicht? In Resi 1 hatte ich schon Schiss von den Hunden, die durch die Fenster gesprungen sind. Ja, das habe ich dann danach alles gespielt. Das sind Evel 4 hat mich richtig angefixt. Dann habe ich 1, 0, 2, 3, 5, sehr erhaltend. Und so gut wie jedes Resi, glaube ich, gespielt. Auch diese Kack-Raccoon-City- Abklatsch-Dinge, die so schlecht sind. In den Askan haben sie sogar über die Jugendgefährdung durch Pac-Man geredet. Ja, ja. Und heute spielst du in Modern Warfare 2 einen Terroristen und rennst durch den Flughafen. Wie findest du, dass es noch einen I'm Legend-Film geben wird? Okay. Ich finde, I'm Legend ist nicht so ein Meisterwerk, wie viele tun. Der war schon okay, der Film. Ich glaube, er ist schlecht gealtert. Ich glaube, wenn du den heute anschaust, denkst du dir so, wie alles aussieht und so. Es gibt einige Dokus über Killerspiele. Ich habe ein paar gesehen. Das ist schon lustig. Vor allem Mortal Kombat war ja, oh mein Gott. Also auch verständlich, das waren ja echte Bilder. Also nicht echte Bilder, aber es waren ja Bilder. Es war ja noch nicht mal Grafiks, aber es waren ja Fotos. Nur der Hund war gut. Ja, es war halt einer dieser ersten, ich weiß es nicht, wahrscheinlich war es nicht mal ansatzweise der erste, aber es war so der erste Blockbuster, der so dieses Last of Us Feeling hat, dieses Apokalypse und oh mein Gott, der halt richtig ein Kassenschlager, glaube ich, war. Davor waren es wahrscheinlich hauptsächlich so Indie-Filme, die dieses Thema, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, warum er so zu einer Legende geworden ist, der Film. Irgendwas habe ich letztens in der Statistik gehört, wie viel Prozent von den Filmen, die dieses Jahr schon rausgekommen sind, Remakes oder Fortsetzungen waren. Von den großen Filmen, die ins Kino kommen, ne, nicht alle Filme, aber von den großen Kinos, äh, von den großen Filmen, die ins Kino kommen, war irgendwie 80% Fortsetzungen oder Remakes. Ne, Deadpool, also immer weiter, weiter, weiter auf Franchises aufbauen, um sicheres Geld zu machen. Deswegen gefällt es mir immer nicht, wenn sie sagen, oh, wir machen I'm Legend, weil es einseitig so wirkt, als hätten sie keine Idee, oder sie hätten keinen Mut, was Originelles, Neues zu machen. Also gehen sie die Liste einfach durch an Filmen, die erfolgreich waren und sagen, Remake oder Fortsetzung oder Prequel. Und das gefällt mir immer nicht, weil es eindeutig rüberkommt als wir machen den Film, um Geld zu machen, anstatt wir machen einen guten Film. So wie bei Gladiator auch, ehrlich gesagt. Als ich gehört habe, dass sie Gladiator fortsetzen wollen, denke ich mir, wie? Was? Was? Warum? Entweder ihr habt es nicht verstanden, wie das Ende von Gladiator war. Habt ihr vergessen, was am Ende von Gladiator passiert? Der Gladiator? Vorgeschichte? Okay, aber nein, das ist eine Fortsetzung. Also Gladiator 2, entweder versteht ihr nicht, was passiert ist, was dumm ist, weil ihr wollt den Film machen, oder ihr nennt es nicht Gladiator, sondern er spielt im gleichen Universum, aber du kannst es nicht Gladiator 2 nennen, wenn der Gladiator nicht mehr da ist. Aber vielleicht spielt es ja eben, vielleicht macht es ja Sinn. Aber natürlich nennt man es Gladiator 2 Marketing, weil wenn du ihn anders nennst, dann kannst du nur zwischen den Zeilen sagen, spielt im Gladiator Universum. Natürlich ist es reines Marketing, dass er Gladiator 2 heißt. Aber jetzt, wo ein paar Bilder, Trailer und so rausgekommen ist, oder nicht Trailer, aber so ein paar Bilder rausgekommen sind, muss ich sagen, er sieht sehr authentisch aus. Er sieht sehr echt aus. Er sieht nicht so, egal um Spartacus Fake aus. Ich weiß, viele Leute mögen Spartacus. Ich habe nicht Spartacus gesehen, aber Spartacus sah immer Fake aus. A Gladiator Legacy. Genau, einfach. Keine Ahnung. Bigos Maximus, A Gladiator Legacy. Ich weiß nicht, um was es geht. Aber ein paar sind, glaube ich, dabei für den Schauspielern aus dem ersten Teil. Aber da schwingt man mir auch so mit. Okay. War das nicht Ridley Scott sogar? Okay. Ridley Scott. Warum? 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 Mach doch was Neues. Du willst eindeutig nur Geld, oder vor allem die Filme, Publisher dahinter. Die wollen Geld machen, die Filmstudios. Mach doch was Originelles. Ihr habt so Angst, dass eure Filme floppen. Und deswegen geht ihr immer den sicheren Weg und nehmt irgendwelche Franchises, die sich erwiesen haben, dass sie Geld gemacht haben. Denn selbst wenn die dann schlecht bewertet sind, verdienen die immer noch genug Geld, weil jeder trotzdem rein muss, um es gesehen zu haben. Sei es ein Debakel oder sei es gut. Ist halt alles schon mal erzählt worden. Ja, es wird, ich glaube, man sagt immer auch in der Musik, man sagt immer, es gibt so viele verschiedene Töne und Instrumente, dass es unmöglich ist, an Musik eine Musik doppelt zu machen. Ich glaube das langsam nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, mit der Zeit wird es immer schwieriger, originelle Sachen zu machen. Es ist ja nur logisch, oder? Weil es gibt definitiv ja nicht unendlich viel Musik. Es gibt verdammt viele verschiedene Kombinationen an Noten, Instrumenten und sowas. Aber allein, wenn man sich Popmusik anhört, weil man vergisst immer, dass es auch super viel Nicht-Popmusik gibt, die sich dann doch sehr originell anhört. Aber ich meine, ich habe das Gefühl, es ist dauernd alles das Gleiche. Aber ich glaube, das kommt noch mit dem Alter. Meine Frau, die Spartaner und ich, es war die 300 Verarsche, oder? Einer der letzten Verarschfilme, vor auch die aus der Mode kamen. Es gibt viele, man darf nicht vergessen, es gibt viele originelle Filme, die super geil sind. Ich sehe jedes Jahr sehr viele davon. Ständig sehe ich Filme, die halt nicht so bekannt sind. A24 ist immer so ein gutes Beispiel, aber auch A24 ist inzwischen sehr Pop. Es gibt immer noch Filme, die sehr, sehr gut sind und originell sind, wirklich. Und ich liebe es, über diese Filme zu reden. Aber sie sind halt leider nicht Mainstream, weil die nicht das Marketing haben, die Marketingkraft, vielleicht auch nicht diese simple Story, die du so einfach in einem Trailer erzählen kannst, dass jeder sofort rein will, sondern sie ist halt dann so ein bisschen versteckt, die Story und halt ein bisschen Meta-Ebene und ein bisschen seltsam, der Film, aber er ist wenigstens originell, aber er ist halt nicht für die breite Masse gemacht und dadurch kriegen die keine Aufmerksamkeit, wenig Leute sehen sie, aber zumindest machen sie wahrscheinlich ein gutes Positiv, weil sie für weniger Geld gemacht sind. Aber dann kommt Disney mit irgendwie Marvel, Captain Marvel 2 und du denkst dir nur so, warum seid ihr so dumm? Es kann nicht so schwer sein zu sehen, bevor du den Film rausbringst, dass er einfach nur schlecht ist. Vieles, was verfilmt ist, ist aber auch eurozentrisch. Andere Kulturen haben, uns sicher noch was zu erzählen. True. Deswegen, es gibt viele, Korea zum Beispiel, wenn ihr Horrorfilme mögt, es gibt einen koreanischen, es gibt viele koreanische Horrorfilme. Auch auf Netflix habe ich gerade vier Serien oder sowas gebookmarkt von, wie heißt das, die sind sechs Folgen lang auf einem Planeten, auf dem Mond oder so. Parasite habe ich noch nicht angeguckt. The Happiness. Was war das andere? Weiß ich nicht mehr. Horror Serien aus Korea. Die sind alle immer meistens mega gut. Aber viele schrecken halt davor zurück, das anzuschauen, weil es halt so eine andere Kultur ist, weil die anders schauspielern, weil die tatsächlich anders sind und weil du oft Untertitel lesen solltest, weil es ist um einiges cringiger, seltsamer, einen zum Beispiel japanischen oder koreanischen Film anzuschauen, mit deutscher Synchro, weil dann siehst du halt das Deutsch, unsere Kultur, Deutsch, auf Mündern, auf Gesichtern, auf Expressions, auf Mimiken, die nicht zu deutscher Sprache passen und denkst auf einmal, warum spielen die so seltsam? Ja, weil du Deutsch in einen Mund setzt, der überhaupt gar keine deutsche Kultur hat. Es ist so schlimm. Ich verstehe aber auch, wenn man nicht Untertitel lesen möchte, aber das macht den Film so kaputt bei solchen Filmen. Aber was ich sagen wollte, ein Horrorfilm aus Korea, der so gut ist, ist The Wailing. So ein guter Krimi, übernatürlich, Geister, Dämonen, The Wailing. Ich saß danach da und dachte mir so, oh mein Gott, Meisterwerk, Meisterwerk. Ich weiß nicht, ob der noch auf Netflix ist, der war mal auf Netflix, glaube ich, The Wailing. Ich glaube, es ist mein Lieblings, einer meiner Lieblings Horrorfilme und definitiv der beste koreanische Film, den ich je gesehen habe. So gut, und ja, wenn man sich mal traut, in diese anderen Kulturen einzutauchen, da entdeckt man so viele Filme, wo man sich denkt, oh mein Gott, so eine originelle Idee, auf die der westliche Markt nie gekommen wäre. Oder es ist eine ähnliche Idee, aber durch die andere Kultur ist es so anders erzählt. Aber dafür muss man sich halt trauen, aus diesem Mainstream rauszubrechen. Und auch, man muss vielleicht in Kauf nehmen, dass man extrem enttäuscht wird, weil man null vorhersehen kann, ob man es mag. Avalarion, du bist ein Frostätsche. Hereditary ist einer der besten Horrorfilme, finde ich. Also natürlich, oder? Ich meine, denkt jemand anders? Die Szenen im Auto, Meisterwerk, so gut. Das Ende, so gut. Hereditary, Midsommar, all die, die der gemacht hat, The Witch, Meisterwerk. Ich weiß, es gibt viele, die die Filme nicht mögen. Und ich habe auch das Gefühl, die drei jetzt zum Beispiel, sind mega geil. The Witch ist noch am schwächsten, aber eigentlich auch ziemlich geil, weil er sehr slow ist und sehr creepy ist. Aber Hereditary und Midsommar sind Meisterwerke. Aber, ich meine, zum Glück ist es bis jetzt, glaube ich, nicht passiert, aber durch diesen Fame von den Filmen siehst du jetzt immer mehr Filme, die so sind. Jetzt neuestes Beispiel ist Longlegs. Ich habe Longlegs noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es den hier schon gibt. Longlegs würde ich, glaube ich, gerne ins Kino gehen. Longlegs soll unfassbar geil sein und hat genauso diesen Look von Hereditary und Midsommar und diese Creepiness und dieses Schauspieler, die keiner kennt und so inzwischen kennt, aber damals halt nicht gekannt hat. Longlegs soll unfassbar geil sein. Krimi. Krimi Horror. Sweet Home habe ich auch die erste Staffel gesehen, ja. Ich weiß nicht, ob die Trailer für 2 und 3 sehen. Das Geile an 1 von Sweet Home war halt wirklich, dass es alles in diesem Hochhaus spielt und jetzt ist das Hochhaus ja offen. Und jetzt habe ich, weiß ich nicht, ob es jetzt zu so einem Standard-Zombie-Dämonen-Kack wird. Hat jemand schon Sweet Home weitergeguckt? Zweite, dritte Staffel? Neut sich das? Kennst du Kingdom? Ja, aber ich habe es nicht gesehen. Soll sehr gut sein, ich weiß. Soll sehr gut sein. Du meinst dieses Zombie im feudalen Japan, oder? The Grudge ist ursprünglich aus Japan. Ich habe auch damals das erste Mal The Grudge das japanische gesehen. Das mit Sarah Mishagela ist definitiv ein gutes Remake. Es ist wirklich genau die gleiche Creepiness. Aber dieser Low Budget und schlechte Qualität The Grudge sorgt nochmal für mehr Ekel, finde ich, im Original. Aber wenn man den amerikanischen Film sehen will, es reicht auch. The Grudge ist gut genug auf Englisch, auf Deutsch, auf Sarah Mishagela. Was schlimm ist, ist, dass sie ein Remake oder eine Fortsetzung von Blair Witch Project machen. Das ist eine Unverschämtheit. Das wird einfach nur floppen. Das kann nur floppen. Der einzige Grund, warum Blair Witch Project damals erfolgreich war, ist, weil Leute gedacht haben, es war echt. Dieser Hokus-Pokus ist jetzt vorbei. Keiner glaubt mir, dass ein Film echt ist. Blair Witch Project wird so floppen, wenn es kommt. 13 Ghosts. 13 Ghosts war halt ein Teenie-Horror-Film. Ich hab den auch gemocht. Und ich hab auch die DVD, glaube ich, noch. aber es ist ein Teenie-Horror-Film. Ja, dieses typische, oh, das Mädchen oben ohne, der Dämon schleicht sich von hinten an, oh, Bubis, Bubis, Bubis tot. So wie die Freddy und Freddy und Jason-Filme. Nicht, dass sie schlecht sind, also dieses Teenie-Horror-Genre. Es gibt Blair Witch Project 2, das stimmt, direkt danach. Aber die machen anscheinend, also es gab die News, dass sie Blair Witch Project Remaken, jetzt, in 2024 oder 2025 dann. Der neue Aliens-Film. Es ist schade, dass Aliens jetzt eindeutig zu so einem Franchise geworden ist. Weil davor war immer, okay, irgendwas haben wir noch in den Alien-Filmen, die noch OG sind. Sei es, dass Sigourney Viva mitspielt, sei es, dass Michael Fassbender mitspielt, der zumindest in den Neueren so ein Anker war, an dem du dich immer festhalten konntest. Aber das ist jetzt der erste Alien-Film, der wieder komplett neu anfängt. Niemand ist da irgendwie, den du kennst aus alten Filmen, sogar die Alien-Szenen ein bisschen futuristischer aus. Weiß nicht, wahrscheinlich einfach nur, weil es noch moderner jetzt ist. Aber, was mir mega gut gefällt ist, Alien war schon immer ein Horror-Film, aber eher nicht, oder? Es war eher ein Science-Fiction-Film als ein Horror-Film. Es war eher creepy, es war eher so weglaufen, Action vor allem, der zweite. Es war eher Science-Fiction, aber der vom Macher, von den Machern von Evil Dead, der sieht so richtig brutal aus. Ich meine, wie die Facehugger auf dich zuspringen und dir einfach einen Deep Sword geben wollen und dass du es das erste Mal siehst, das hast du nie davor gesehen, oder? Du hast immer nur gesehen, wie die angesprungen werden von den Facehuggern und dann halt das Alien auf dem Kopf haben. Aber du hast nie gesehen, so die Seitenperspektive wiesst, was denn passiert, wenn so ein Facehugger auf dir drauf ist, oder? Hast du es jemals davor gesehen? So widerlich und so Body-Horror-mäßig. Ich lieb's. Auf den freu ich mich. Das war auch für mich ein Kinofilm, aber Rosa wird dann... Da geh ich vielleicht alleine. Aber wie dieses kleine Ding da an dir rummacht und versucht, in deinen Mund reinzukommen, ist so eklig. Aber so geil. Hast du irgendwas in den 60 Minuten verpasst? Ja, ich hab ein Intel gefunden, aber ich dachte mir, nee, ist zu früh. Ich hab drüber resettet. Alien... Wie heißt der? Der hat auch einen geilen Namen. Demet... 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 Man merkt halt, dass es ein Franchise ist und dass jeder jetzt einfach einen Alien-Film machen kann. Aber solange er gut ist, hey, ich hab auch nichts dagegen, dass Star Wars ein Franchise ist. Das Problem ist nur, wenn so viele versuchen, Star Wars-Filme zu machen, kann es nur sein, dass die Hälfte davon Schrott wird. Und Alien bis jetzt war zumindest immer sehr passabel. Ich mein, es gibt genug Leute, die sagen, dass die letzten zwei nicht mehr den Alien-Spirit haben. Okay, aber ich fand es trotzdem gute Filme. Aber bei Star Wars gibt's inzwischen Filme, wo du einfach nur den Kopf schütteln kannst. Selbst der ultra, ultra Star Wars-Fan muss zugeben, dass es Filme und Serien gibt bei Star Wars, die einfach schrott sind, einfach schlecht gemacht sind. Vor allem für Disney und Star Wars. Romulus, so ein guter Name. Wie einfach so ein 50 cm Schlong im Hals steckt vom Hagger. Ja. Es wird halt so ein richtiger Alien-Body-Horror-Film. Okay, 4, 5, 7, 0. Ich hab langsam Hunger. Wir hören auf. 4 Stunden Entei gesucht. Ich glaub, wir haben bei 400, 4, 520 oder sowas. Ich glaub, wir haben 150 Resets gemacht. Last Jedi ist komplett schlimm. Ich red noch nicht mal von den Hauptfilmen. Die sind, find ich, sogar noch passabel. da ist halt einfach, keine Ahnung, da sind halt so Entscheidungen seltsam. Aber es gibt halt inzwischen auch Star Wars Sachen, die einfach wo, 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 so, wobei, ja, in den Main, Main Games, in den Main Filmen sind auch schon krasse Plotholes drin. Ich hab inzwischen aufgehört, einfach blind Star Wars zu gucken. Obi-Wan hat mir alles kaputt gemacht. Obi-Wan ist das Schlechteste, was Star Wars jemals produziert hat. Das war so eine Unverschämtheit, wie die Schreiberlinge, wie die Writer, ich weiß aber nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll, Schreiber, Writer, Screenwriter, wie die Writer es geschafft haben, einen Film so unlogisch zu machen. Einen Film, wo du buchstäblich alles machen kannst, weil es Jedi-Kräfte gibt und sie es schaffen, alles so unlogisch zu machen, dass selbst dem kleinsten Kind auffällt, Moment mal, warum ist Obi-Wan Kenobi nicht einfach um die Sperre rumgegangen? Ich kann euch fünf Beispiele nennen, wo, 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 Obi, wo, Obi, wie heißt er nochmal? Kenobi? Wo die Serie Kenobi, heißt die Kenobi? Obi-Wan, Obi-Wan? Heißt die Serie Obi-Wan? Nee, die Serie heißt Kenobi. Wie heißt die, wie hieß die Serie? Obi-Wan? Kenobi? Egal. Obi-Wan. Wie das, Obi-Wan Knobi. Ja, Obi-Wan, wo das Lichtschwert vom Sturmtrubbler abprallt. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Aber es gab pro Folge mindestens eine Sache, wo du dir an den Kopf gefasst hast, weil sie einfach so, so als ob ein Filmstudent den Film gemacht hat, der keine Continuity versteht oder nicht versteht, dass Szenen aufeinander sich aufbauen müssen. Vor allem kannst du so viel im Schnitt fixen. Es ist erst am Ende aufgefallen, so du, Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi geht zu so einer Straßensperre hin. Und es ist ein riesen Hackmack, dass er an dieser Straßensperre vorbeikommt. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube er schafft es am Ende, aber nur weil er von jemandem gerettet wird. Und dann am Ende zoomt die Kamera so ganz langsam weit weg und du siehst einfach, dass diese Straßensperre eben nirgendwo steht und er einfach außen rum hätte gehen können. Und es kann ja sein, dass die das absichtlich gemacht haben und dass es eine Lösung gibt, aber sie haben keine Lösung erwähnt. Sie haben keinen einen Satz gebracht, wo sie sagen, nein, wir können nicht außen rum gehen, wir müssen schneller sein. Okay, er ist dumm, er geht halt nicht außen rum, weil er keine Zeit verschwenden will. Aber nein, einfach die Kamera wegzoomen lassen, sodass jeder sieht mit nur drei Gehirnzellen. Obi-Wan, du bist ein Trottel. Sollst du nicht der Weise sein von uns allen, der alles weiß, der irgendwie ein bisschen klug ist? Darf ist Mandalorian-Meisterwerk, ja. Ich habe immer noch nicht Staffel 3 gesehen. Aber Jon Favreau ist auch ein guter Produzent oder Regisseur. Ich weiß nicht, der hat nicht so viel Schrott gemacht, Jon Favreau. Ist ein Schweizer, der Erfinder von Alien? Das ist nicht so ganz korrekt. Der Erfinder von Alien, weiß ich gar nicht, ob. Äh, ähm, wie heißt er? Also H.R.R. Geiger hat die Aliens gezeichnet. Im Auftrag von den Machern von Aliens. Ähm, Ridley Scott, oder? Der hat den ersten Film gemacht. Ich weiß nicht, ob Ridley Scott Aliens erfunden hat. Oder ob jemand, weil es ein Buch war und der das Buch adaptiert hat. Keine Ahnung. Aber H.R.R. Geiger, und ich würde gerne mal in die Bar gehen von dem, die bestimmt irgendwo in der Schweiz, Bern oder sowas ist. Aber H.R.R. Geiger hat nicht Alien erfunden. H.R.R. Geiger wurde beauftragt, die Aliens zu designen. Korrigiert mich, aber so glaube ich war das. Hallo Hase mit Hut. Du kommst zu spät, aber ich mach für dich jetzt noch eine. Also zu spät im Sinne von das Shiny kommt jetzt. Aber deswegen, weil du diese Aussage getätigt hast, laufe ich jetzt noch einmal hoch und wir schauen, ob du recht hast. Und noch das, ich weiß, ich hab schon so oft über Obi-Wan mich hier beschwert, aber ein fettes Beispiel, was mich auch einfach sofort in den Kopf hat fassen lassen, was eigentlich das Schlimmste von allen ist. Du hast da so einen Darth Vader, der eindeutig in der Serie dargestellt wird als das mächtigste, der mächtigste Sith Lord ever. Und wie war das? Auf jeden Fall Darth Vader verfolgt Obi-Wan. Obi-Wan schafft es irgendwie durch zwei Tanks oder sowas eine riesige Feuerwelle, eine Feuer Barriere zu machen und ein krasser Moment. Darth Vader geht durchs Feuer. Geht so durch. Und das ist ein geiler Moment. Kein Problem damit. Meinetwegen, geh durchs Feuer. Du hast eine fette Rüstung an. Du hast die Macht, die, ich meine, Leia ist durchs Wetter geschwubelt. Du kannst durchs Feuer gehen. Passt schon. Auch so langsam, wie du willst. Kein Problem damit. Das Problem ist, wenn er auf dem Rückweg Obi-Wan den gleichen Trick macht, wieder eine Feuerbarriere macht und dann steht Darth Vader vor dieser Feuerbarriere und sagt, nein, meine einzige Schwäche, Feuer. Dann denkst du so, Darth Vader, du willst eindeutig Obi-Wan killen oder zumindest gegen ihn kämpfen, ist deine Feuerkraft, deine Feuerbarrierekraft, dein, 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 Feuerschutz-Item aus Pokémon gerade ausgelaufen. Hast du keins mehr? Musst du in den Poké-Stop reingehen oder was? Du kannst ja nicht einfach vor dem gleichen Hindernis stehen bleiben und sagen, oh nein, wo du gerade eben durchgelaufen bist, ohne Kratzer zu kriegen und dann meckern, dass du Obi-Wan nicht geschafft hast zu kriegen. Weil, es kann ja alles Sinn haben, aber sie müssten das dann erklären. Warum? Weil jeder sagt sofort, Moment mal, vor 10 Minuten bist du da durchgegangen. Warum machst du es nicht nochmal? Just do it again! Es gab noch so viele andere Beispiele. Es war so dumm einfach. So viel Geld und so viel Liebe, die diesen Charakter geflossen ist, mit einer Serie so kaputt gemacht. Seitdem habe ich, glaube ich, nie wieder was von Star Wars angeschaut. Außer Mandalorian. Innerhalb der Folgen inkonsistent. Ja, so wie dieses Beispiel gerade ist, einfach inkonsistent, als ob die eine Seite hat einer geschrieben und dann ohne die Seite davor zu lesen, hat jemand anderes die nächste Seite geschrieben. Achso, haben wir etabliert, dass er durch Feuer gehen kann? Ah, das wusste ich nicht. Ich dachte, Feuer ist die größte Schwäche von Darth Vader. Tut mir leid. Es gab richtig geile Szenen, so auch optisch, wie er den Millennium-Falken aufhält. Wie er so und dann hält er ihn so auf und dann dahinter fliegt so ein anderer Millennium-Falken weg oder ein anderes Schiff und so, haha, ausgetrickst, wir wussten, dass du den Millennium-Falken aufhalten wirst, aber nicht unser kleines Schiff. Darth Vader, hast du nicht zwei Hände? Kannst du nicht den anderen schnell so pfff? Die Reaktionsfähigkeit von diesen Bösewichten ist so dumm. Naja, das lass ich noch durchgehen. Ich sag nur, das war ein geiler Moment, wie Darth Vader einfach den Millennium-Falken auffällt mit der Kraft. Es gab geile Momente, aber es wirkte alles so lächerlich von einem Amateur gemacht und das kannst du bei Star Wars nicht machen. Okay, Leute, das war's. Wir haben lang genug gestreamt, wir haben lang genug, also warte, eins, zwei, drei, vier, oder? Ja. Vier, fünf, sieben, sieben, was für eine schöne Zahl. Der Hasen mit Hut hat gelogen, aber ist okay. Oder eine ganze Armee schießt auf zwei und nichts passiert. Ja, da gab es diese typischen James-Bond-Situation, wo eine ganze Armee auf einen schießt und zufälligerweise schaffen sie's durch. Ich meine, wenn du krass bist und irgendwelche Taktiken einsetzt, okay, aber immer dieses... Das ist halt dieser James-Bond-Moment. James Bond läuft vor einer Armee weg und er wird nie getroffen, aber sobald James Bond einmal schießt, easy. Deswegen mochte ich die neuen James-Bond-Filme, weil da war das nicht mehr so. Da war James Bond sehr verletzlich. Aber Pierce Brosnan war so der Vorzeige-James Bond, der von Kugeln nicht getroffen werden kann. Warum 77? Gute Frage. 78. Mein Shiny-Log. Bin auch over odds in meinem Dünne-Abenteuern. Oh, heißt das, du bist bei 111 oder sowas? Ich meine, dass Stormtrooper nicht treffen, finde ich inzwischen ja lustig. Das kann man ja als Meme nehmen. Ist ja inzwischen lustig. Aber das ist ja noch viel mehr. Ich meine, wenn du da 200 Stormtrooper hinstellst, dann irgendeiner wird treffen. Mein Kollege hat das Lunala im Raid 1 bekommen. Vergleiche dich niemals mit anderen. Dafür bekommt dein Kollege in das nächste dann erst im 300. oder so. Der hat einen Raid mit mir gemacht und reibt es mir täglich unter die Nase. Hey. Happens hat zwei Jahre lang sehr näher es gehuntet. Und ich glaube, es war wirklich fast täglich. Mit Pausen und so. Aber ja, es gibt Pech und Glück. Und ich kann noch nicht behaupten, dass wir bei Entei Pech haben. Denn wir sind erst bei 4578. Aber es dauert. Wenn das kommt, werde ich mich wirklich freuen. Vor allem, wenn es unter 8000 kommt. Wahrscheinlich kommt es offline. Weil zur Zeit mache ich viel extra viele andere Sachen offline und nicht das hier. Weil ich habe viele Sachen zu machen wie 100% Home und sowas. Die wirklich langweilig sind. Hier kann was passieren. Deswegen, das machen wir online. Sind alle Uhren gleich? Ja. Hey Happens, hast du jetzt dann bald Zeit, mir ein bisschen Pokémon zu tauschen für meinen Decks? Ja. Und man muss es fangen, bevor man sieht, ob es Shiny ist. Es ist nicht Shiny. In Colosseum wird, ist das Shiny definiert in Kombination mit meiner OT. Und es ist ja kein wildes Pokémon, sondern es gehört noch dem anderen. Das heißt, es kann für den anderen Shiny sein, für meinen Gegner. und dann, wenn ich es fange, ist es für mich nicht Shiny. Also es kann auch doppelt Shiny, also es kann nicht doppelt Shiny sein, egal, aber es ist quasi immer, es wird definiert dem, dem es gerade gehört. Und es gehört noch dem Gegner. Deswegen, wenn er es auswirft, kann es tatsächlich auch Shiny sein. Dann fange ich es und dann wird nochmal berechnet, ob es Shiny ist, weil ich eine andere OT habe als der Gegner. Und dann es ist Shiny. Deswegen fängt man es einmal. Macht aber zeitlich nicht den größten Unterschied, weil ich muss ja eh erstmal bis dahin kämpfen, wo man es sieht und dann den Meisterball ver... Das sind 20 Sekunden Unterschied. Ob ich jetzt den Meisterball werfe oder nicht, ist auch egal. Und das ist ein cooler Moment, wenn man das Pokémon selbst rauswirft. Und wie viel wetten wir, ob er es eher hat als du? Äh, das war jetzt grob erklärt. Im Grunde, so wie ich es gerade hante, kann es für den Gegner nicht Shiny sein. Aber es gibt Situationen, wo es für den Gegner Shiny sein kann. Aber nicht gerade. Also es geht nicht. Aber ich hab, es wäre cool. Wollen wir wetten, dass wenn er es in Shiny findet, dass es dann auch für mich Shiny ist? Dann haben wir eine 1 zu 67 Millionen, glaube ich. 8000 mal 8000. Oder 8000 hoch 8000? Nein. Du hast gerade Pokémon X neu gestartet. Herzlichen Glückwunsch. B X hoch. Richtig gedrückt. Dankeschön fürs Dasein. Wir sehen uns spätestens am Montag wieder. Zurzeit ist viel mit Umzug und sowas. Deswegen ist am Wochenende wahrscheinlich kein Stream. Und ich will am Wochenende auch das Gen 6 Video schreiben, damit ich jetzt nächste Woche aufnehmen kann. Bevor mein Setup hier weg ist. Ja, habt ein schönes Wochenende. Ist heute Freitag? Ja, oder? Es ist Freitag. Okay, gut. Und Mensch, die Streamer immer schlafen den ganzen Tag und wissen nicht mehr, welcher Tag es ist. Es hat mich sehr erfreut, heute mit euch über Filme zu reden. Ich könnte wirklich Tag ein Tag aus über Filme reden. Scheiß auf Pokémon. Lass ein Film-Channel machen. Lass zusammen Filme gucken. Ach ja, Moment, geht nicht. Nee, ich glaube, Filme ist für mich, das will ich niemals zu Content machen, weil es muss ein Hobby bleiben. Ich habe schon Pokémon zu einem Job gemacht und Pokémon kaputt gemacht dadurch. Nee, nicht kaputt gemacht. Zu einem Zwang gemacht, eher. Ein schöner Zwang. Im Watchtogether, das gibt es nicht mehr, Sakura. Lebst du in 2024 März oder wo lebst du? Es gibt es nicht mehr. Watchtogether ist dead. Warum? 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 Ich weiß, warum. Weil keiner es benutzt hat. Hat der CEO selber gesagt. Und Amazon hat gesagt, ey, die brauchen wir nicht mehr. Echt jetzt? Ja, sieht man ja an dir. Du denkst, dass es es noch gibt, aber tut es nicht. Was beweist? Die Leute haben es nicht benutzt. Und wenn sie nicht mal wissen, dass es nicht mehr gibt, scheint es niemand zu vermissen. Und da gingen auch nur Prime-Filme. Da gibt es nicht die coolen, die wir anschauen wollen. Wie Cannibal Holocaust. Schaut dir nicht an. Tschüss! Dann spielen wir Pokorogue. Äh, gestern. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.